Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Sie hören Addictive Affection, sinnliche Sehnsucht. Geschrieben von Ava Avery. Gesprochen von Sarah Dorsel und Sven Macht. Produziert und veröffentlicht von Miss Motte Audio. Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Walt Disney Kapitel 1 Violet »Wi, Süße, hast du eine Minute Zeit für mich?« erklang die helle Stimme meiner Assistentin und besten Freundin Aubrey in meinem Rücken. Ich drehte mich in Richtung der Stimme und entdeckte Aubrey lächelnd im Türrahmen zu unserem Bürolehnen. Ihr Lächeln wirkte aufgesetzt und nervös. »Ist alles in Ordnung?« Beunruhigt machte ich einen Schritt auf sie zu und warf einen Blick auf ihre ineinander verschlungenen Finger, die sie unruhig knetete. »Können wir das im Büro besprechen?« Sie senkte ihre Stimme und sah sich unauffällig in dem in die Jahre gekommenen Korridor der Tanzschule um. »Ja, klar«, entgegnete ich und zog besorgt die Stirnkraus. Ich folgte Aubrey in unser Büro, wo sie die Tür sorgfältig hinter uns verschloss und mir einen Brief unter die Nase hielt. »Lies das, Wai.« »Wieso? Was ist das?« Aubrey fuhr sich mit einer fahrigen Bewegung durch ihre sowieso schon zerzausten, dunkelblonden Haare. »Lies es einfach, Wai.« »Okay«, antwortete ich gedehnt. Ich nahm mir den Brief ab und warf den auffälligen Umschlag, in dem er sich befand, achtlos auf den Schreibtisch. Noch während ich las, begann Bree mit einem vorwurfsvollen Monolog, dem ich nur mit halbem Ohr zuhörte. Zu sehr beschäftigte mich der Inhalt des Briefes, der mit jeder Zeile, die ich las, mehr vor meinen Augen zu einem undurchsichtigen schwarzen Tintenmeer verschwann. »Ich habe dir hundertmal gesagt, dass du darauf reagieren musst, Wai. Und du? Du hast bloß den Kopf geschüttelt und es als Panikmache abgetan. Jetzt zieh dir das an. Glaubst du nach wie vor, dass ich übertreibe, wenn ich dich dazu dränge, etwas zu unternehmen?« Ich räusperte mich und warf den Brief mit einer raschen Handbewegung auf meinen Schreibtisch. Fast schien es mir so, als würde ich mich daran verbrennen, wenn ich ihn noch eine Sekunde länger in der Hand hielt. »Das ist die Androhung einer Zwangsräumung. Wenn wir nicht freiwillig gehen, kommen sie, verhaften uns und räumen den Laden selbst aus. Die machen hier alles platt, Wai. Wann kapierst du das endlich?« »Das ist ausgeschlossen.« Ich räusperte mich ein zweites Mal. »Wir haben einen gültigen Pachtvertrag. Die können uns hier nicht einfach so rauswerfen. Von »einfach so« kann ja wohl keine Rede sein. »Die berufen sich in dem Schreiben auf die Vertragsstatuten. Auf das verdammte Kleingedruckte, gegen das du angeblich verstoßen hast. Mehrmals. Und damit erlischt die Gültigkeit des Pachtvertrags. Aber das stimmt nicht. Ich habe mich doch an alle Vorschriften gehalten.« Protestierte ich. »Nicht, wenn es nach denen geht. Du hast den Brief doch selbst gelesen. Seien wir mal ehrlich. Die haben nach einem Grund gesucht, uns loszuwerden. Und wenn man nur tief genug gräbt, dann findet man immer etwas.« Brie fuhr sich erneut durch die zerzausten Haare und schob hinterher. »Es ist ja nicht so, dass man bei uns allzu tief graben muss.« Sie ging zu ihrem Schreibtischstuhl und ließ sich kraftlos darauf plumpsen. »Was machen wir jetzt?« Ich steckte den Brief in meine Handtasche und atmete tief durch. »Jetzt gehe ich erst mal tanzen.« »Wai!« Brie sah mich klagend an. »Du kannst doch jetzt nicht einfach tanzen gehen. Wir müssen etwas unternehmen und zwar schleunigst. Hast du einen Plan?« Aubrey kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe und schüttelte den Kopf. »Siehst du? Ich auch nicht. Also tue ich das, bei dem ich am besten nachdenken kann. Tanzen mit den Kids. Wir sprechen uns nach der Unterrichtsstunde und legen uns einen Schlachtplan zurecht. Eine steht jedenfalls fest. So leicht bekommen die uns hier nicht raus. Dafür sorge ich schon.« »Dein Wort in Gottes Ohr!« Nuschelte Aubrey und wandte sich wieder dem überdimensionalen Monitor ihres Computers zu. Ich ging den Korridor entlang und prägte mir dabei jede knarrende Holzdealer ein, die sich unter meinen federnden Schritten bog. Mit jedem Meter, den ich mich dem Tanzstudio näherte, in dem sich bereits die Kids im Alter von fünf bis zehn Jahren aufwärmten, besserte sich meine Laune. Das hier war mein Zuhause. Meine Schule. Mein Zufluchtsort. Meine Rettung. Mein Neuanfang. Mein Ein und Alles. Ich würde ihn weder hergeben noch aufgeben. Komme, was wolle. Mit einem zuversichtlichen Lächeln betrat ich den Raum und wurde von dem aufgeweckten Stimmengewusel der Kids, die voller überschüssiger Energie durch den Raum tobten, lautstark begrüßt. »Nicht so stürmisch«, lachte ich und ließ den Blick liebevoll über die Köpfe der Kursteilnehmer schweifen. Ich liebte es, dass sich in meiner Schule Kinder und Jugendliche aller Hautfarben, Religionen und Herkunft tummelten, um friedlich zusammen zu tanzen. So als wäre die Welt ein Ort, an dem man alle gleich behandelte. Wohl wissend, dass die Welt da draußen oftmals das genaue Gegenteil davon war, betrachtete ich meine Schule als eine kleine, rettende Oase in der unendlichen Weite der unbarmherzigen, bedrohlichen Wüste. Respekt, Rücksichtnahme und Empathie zählten zu den Grundsätzen, die an jeder Tür dieser Schule pinnten. Ich wollte, dass die Kids in der Zeit, die sie hier verbrachten, ihre Probleme und Sorgen vergaßen. Dass sie sich sicher und geborgen fühlten. Dass sie ihre Gefühle durch das Tanzen ausdrücken, verarbeiten und ausleben konnten. Genau so, wie ich es seit vielen Jahren tat. Das Tanzen hatte mich schon so oft gerettet, mir neue Hoffnung gegeben. Kraft, Energie, Mut, Glauben, Zuversicht. Das Tanzen erhellte mein Leben wie eine Kerze die Dunkelheit. Dieses Licht der Hoffnung wollte ich an meine Kids weitergeben. Dafür sorgen, dass es ihnen in ihrem mitunter düsteren Leben den Weg leuchtete. Und zwar den geradlinigen, friedvollen Weg, im Gegensatz zu dem für die Bronx so üblichen Weg der Gewalt, der früher oder später zwangsläufig hinter Gittern oder unter der Erde endete. Hey, wei, können wir die neue Choreo von The Outgang einstudieren? Die, in der du mitgetanzt hast, die ist voll cool, fragte mich Lucas, einer der Kleinsten im Raum. Oh ja, voll groovy, ereiferten sich einige der anderen Kids. Sie begannen, die Melodie des Songs zu summen und sich dabei rhythmisch zu bewegen. Ich schmunzelte und stimmte mit ein. Ab und an verdiente ich mir als Background-Tänzerin in Musikvideos, die in New York gedreht wurden, ein kleines Sümmchen dazu. So auch in dem neuesten Song des berühmten Rappers The Outgang, der seit dieser Woche im Radio rauf und runter gespielt wurde. Die Choreo ist ziemlich anspruchsvoll, warf ich ein. Ihr sind doch keine Babys mehr, wir bekommen das hin, wei. Entrüstet plusterte sich Serena, eine der älteren Schülerinnen, auf und erntete für ihren Einwand zustimmendes Gemurmel. Also gut, meinetwegen, dann zeigt mir mal, was ihr so drauf habt. Ich unterdrückte ein Grinsen, weil mein Plan, die aufgedrehte Gruppe zu motivieren und fokussieren, voll aufgegangen war. Emsig reihten sich die Kids leicht versetzt hinter mir auf und verfolgten mit wachsamen Blick meine Bewegungen. Binnen Minuten herrschte bis auf die Beats, die aus der Stereoanlage drangen, und die Turnschuhe, die über den alten Parkettboden des Studios schrammten, angestrengte Stille in dem Raum. Jeder versuchte, eine möglichst gute Figur abzugeben. Obwohl es hier um nichts ging, außer darum, Spaß zu haben, gab sich jeder Mühe und holte das Beste aus sich heraus. Wie so häufig beeindruckte mich die schnelle Auffassungsgabe der Kids und die Entschlossenheit, mit der sie sich der Herausforderung annahmen. In jedem von ihnen steckte ein besonderes Wesen, voller verborgener Talente, Hoffnungen und Träume. Diese wertvollen Attribute hinter der robusten Schutzmauer der Kids hervorlugen zu sehen, erfüllte mich mit purem Glück und dem Wissen, zumindest einen kleinen, positiven Einfluss im Leben meiner Kids zu leisten. Allein dafür lohnte es sich zu kämpfen. Na, wie ist das gelaufen? Irgendwelche Geistesblitze, dank derer wir die Schule retten könnten? Brie kaute neugierig auf ihrem Bleistift und musterte mich abwartend, als ich eine gute Stunde später wieder unser Büro betrat. Wir haben die Choreo zu dem neuen Song von The Outgang einstudiert, gab ich zurück und griff nach meinem Handtuch. Die, in der du mitgetanzt hast? Genau, bestätigte ich und wischte mir mit dem Handtuch durch mein Gesicht. Und sonst so, hm? Ich legte den Kopf schief und schaute Aubrey irritiert an, die genervt die Augen verdrehte. Ich wiederhole, irgendwelche Geistesblitze, dank derer wir das aufziehende Unwetter noch abwenden können, bevor es hier alles bis auf die Grundmauern vernichtet? Ich atmete zischend aus. Das drohende Unheil hatte ich während der letzten Stunde vollkommen verdrängt. Aber dass man mit Verdrängung in diesem Fall nicht weit kam, musste ich mir unlängst zähneknirschend eingestehen. Keinen Geistesblitz. Nein. Sondern? Ich zuckte mit den Schultern. Ich denke, ich muss einen Anwalt aufsuchen und ihm das Schreiben zeigen. Die Schreiben, verbesserte mich Aubrey. Das heutige Schreiben und all die Schreiben davor, die du zusammengeknüllt und reaktionslos in den Müll geworfen hast. Aubrey zog ihre Schreibtischschublade auf und warf mir salopp eine Mappe zu, die ich auffing und stirnrunzelnd aufschlug. Darin befanden sich die zahlreichen Schreiben, die ich in den letzten Wochen ignoriert und weggeworfen hatte. Aubrey schien sie aus dem Müll gefischt und notdürftig geglättet zu haben. Kennen wir einen guten Anwalt? Murmelte ich, während ich meine Finger durch die zerknitterten Papiere gleiten ließ. Wir nicht. Aber du! Informierte mich Aubrey abgeklärt. Ich? Verdurzt hob ich den Kopf. Ja, du. Als du eben von der Choreo von The Outgang gesprochen hast, hatte ich eine Eingebung. Ach ja? Welche denn? Grace Knight. Grace Knight? Aubrey nickte eindringlich. Grace Knight, die hübsche New Yorker Startänzerin, die zusammen mit dir in dem Video von The Outgang mitgewirkt hat. Was ist mit ihr? Mensch, why? Aubrey stieß einen resignierten Fluch aus. Du hast mir doch selbst erzählt, dass Grace total nett sei und ihr euch prächtig verstanden hättet. Ja, und? Und, dass ihr Ehemann Damien Knight, Partner der New Yorker Topkanzlei Knight, West & Sharp, ebenfalls am Set ein- und ausging, weil The Outgang zu seinen Klienten zählt. Natürlich, Damien Knight, rief ich begeistert. Meine Miene erhellte sich schlagartig. Ich kenne tatsächlich einen guten Anwalt. Sag ich doch, antwortete Aubrey triumphierend und tippte geräuschvoll auf ihrer Tastatur. Ich habe dir die Adresse seiner Kanzlei auf dein Handy geschickt. Geh duschen, zieh dich um und fahr zu ihm. Je früher du mit ihm redest, desto besser. Ja, meinst du, man kann bei Anwälten einfach so ohne Ankündigung und Termin aufschlagen? Ich kräuselte grüblerisch meine Nase. Das weiß ich nicht, why, weil ich bisher in meinem Leben noch nie die Dienste eines Anwalts in Anspruch nehmen musste. Aber ich würde mal behaupten, dass dir die Zeit fehlt, um dich auf eine Wochen- oder gar monatelange Warteliste setzen zu lassen. Du hast recht. Natürlich habe ich recht. Aber nett, dass du es nochmal für alle erwähnst. Brie grinste schief, was mir ein spöttisches Schnauben entlockte. Tu mir bitte einen Gefallen, why. Sperr die nette, höfliche Violette Simonelli für ein paar Stunden in den Schrank und pack stattdessen die toughe Bronx-Badass-Bitch aus, die sich von nichts und niemandem ans Bein pinkeln lässt, okay? Ich verzog belustigt über Aubrey's bizarre Kampfansage das Gesicht und salutierte überschwänglich. Na, also, geh doch. Jetzt bewege deinen knackigen Tanzpopo unter die Dusche und mach dich zurecht. Ich halte hier währenddessen die Stellung. Was würde ich nur ohne dich tun? Seufzte ich theatralisch. Zum Glück wirst du das nie herausfinden müssen. Aubrey zwinkerte mir verschwörerisch zu und scheuchte mich mit einer ungeduldigen Handbewegung aus dem Büro. Eine Stunde später stand ich mit offenem Mund in dem geschäftigen Zentrum von Manhattan und starrte hinauf zu dem Wolkenkratzer, der irgendwo zwischen dem 50. und 60. Stock in den dichten Wolken verschwand. Hier befand sich die Kanzlei von Grace, Ehemann? Ich glich die Adresse auf meinem Handy ein weiteres Mal mit dem Straßen- und Gebäudenamen ab. Es bestand kein Zweifel. Knight, West & Sharp, residierte im 70. Stock dieses piekfeinen, luxuriösen Skyscrapers im teuersten Stadtteil von New York City. Mein Herz sackte mir in die Fußspitzen, wenn ich darüber nachdachte, wie viel ein Anwalt wie Damien Knight wohl kostete. Allerdings erinnerte ich mich noch überdeutlich an Grace verliebte Worte, als sie mir stolz erzählte, dass ihr Ehemann regelmäßig Pro Bono-Fälle annahm und damit auch den Menschen half, die sich einen Anwalt wie ihn unter normalen Umständen nicht leisten konnten. Genau an diesen zerbrechlichen Grashalm der Hoffnung klammerte ich mich nun, als ich mir mein Handy an die Brust drückte und mit entschlossener Miene auf das Hochhaus zumarschierte. Am Empfang in der Lobby schaffte ich es mit viel gutem Zureden, mir einen Besucherausweis zu ergattern und betrat kurz darauf mit klopfendem Herzen den Fahrstuhl, der mich in rasantem Tempo in den 70. Stock beförderte. Als sich dessen Türen öffneten, kündigte das Pling des Aufzugs meine Ankunft an. Eine konservativ gekleidete ältere Dame taxierte mich interessiert über den Rand ihrer Brille hinweg. Guten Tag, Miss... Simonelli, beeilte ich mich zu sagen. Violet Simonelli. Guten Tag, Miss Simonelli. Haben Sie einen Termin? Ich... Nein, gab ich bedauernd zu. Ich hatte gehofft, dass ich trotzdem ein paar Minuten mit Mr. Knight reden könnte. Ich kenne seine Frau Grace. Wir haben zusammen für die Outgang getanzt, sprudelten die Worte nur so aus mir heraus. Und jetzt benötige ich dringend seine Hilfe. Damien Knight ist der einzige Anwalt, den ich kenne. Deshalb dachte ich, ich spreche am besten direkt mit ihm und zeige ihm die Briefe, die ich erhalten habe und... Moment, Moment, nicht so schnell! Unterbrach mich die Empfangsdame und hob kopfschüttelnd eine Hand. Tut mir leid, stieß ich hervor. Ich bin ein wenig überfordert mit meiner momentanen Situation. Hm. Die Empfangsdame kniff abgeklärt die Augen zusammen. Das sehe ich. Beschämt senkte ich den Blick. Gleich würde sie mich mit Sicherheit höflich, aber bestimmt vor die Tür setzen. Denn alles in dieser Kanzlei schrie förmlich danach, dass ich nicht hierher gehörte. Mr. Knight hat einen randvollen Terminkalender, begann sie und ich wappnete mich innerlich für die Absage, die jetzt folgen würde. Aber ich werde mal sehen, ob ich sie dazwischen schieben kann, Miss Simonelli. Worum geht das, sagten sie? Ich strahlte die Empfangsdame dankbar an und schaffte es kaum, meine Erleichterung vor ihr zu verbergen. Um meine Tanzschule. Man will sie mir wegnehmen. Die Lippen der Empfangsdame formten sich zu einem mitleidvollen Oh. Das tut mir leid. Bitte nehmen Sie Platz, Miss Simonelli. Ich werde veranlassen, dass sich Mr. Knight ein paar Minuten Zeit für Sie nimmt, bevor er geht. Danke, seufzte ich gelöst und setzte mich in den vornehmen Warteraum, der in maskulinen, dunklen Tönen die weitreichende Macht ausstrahlte, die von dieser Top-Kanzlei im Herzen New Yorks ausging. Es dauerte keine halbe Stunde, bis sich Damien Nights energische Schritte vernahm, die zielstrebig auf den Wartebereich zuhielten. Miss Simonelli. Er hielt mir auffordernd seine ausgestreckte Hand hin und beobachtete mich aus freundlichen, wenngleich wachsamen Augen. Mr. Knight, danke, dass Sie mich so kurzfristig empfangen. Gab ich zurück und erhob mich, um seine Hand zu schütteln. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht mehr an mich. Doch, das tue ich. Sie sind eine von Grace' Kolleginnen. Sie haben zusammen in dem Musikvideo von The Outgang getanzt, nicht wahr? Das ist richtig. Kommen Sie, lassen Sie uns in meinem Büro weiterreden. Leider habe ich nicht viel Zeit, aber ich höre mir Ihr Anliegen gerne an. Ich folgte dem attraktiven Enddreißiger mit den schulterlangen schwarzen Haaren in sein Büro und versuchte mich nicht von der bodentiefen Fensterfront in luftiger Höhe sowie dem eleganten Mobiliar einschüchtern zu lassen. Wie geht es, Grace? Eröffnete ich das Gespräch, als wir beide Platz genommen hatten. Auf Damiens Gesicht breitete sich ein verträumtes Lächeln aus. Meiner Frau geht es hervorragend, danke. Bitte grüßen Sie sie von mir. Danke, das werde ich gerne tun. Darüber wird sie sich sicher freuen. Verraten Sie mir, warum Sie mich so dringend sprechen wollten? Natürlich. Ich kramte die Mappe mit den Briefen aus meiner Tasche hervor und reichte sie Damien Knight. Ich leite eine Tanzschule in der Bronx, ein staatlich gefördertes Sozialprojekt für Kinder und Jugendliche, das sich den Brennpunkten der Stadt widmet. Man will mir die Schule wegnehmen und das Gebäude, in dem sie sich befindet, an eine New Yorker Immobiliengesellschaft verkaufen. Damien Knight scannte die Dokumente und legte sein markantes Gesicht in Falten. Er brummte leise vor sich hin. Mit jeder Seite, die er überflog, verdunkelte sich seine Miene. Grace erzählte mir, dass sie bisweilen auch pro bono arbeiten und ich hatte gehofft, dass sie diesbezüglich vielleicht Kapazitäten besitzen, sich meinem Fall anzunehmen. Durchbrach ich die beklemmende Stille, die mich zu erdrücken drohte. Damien schloss die Mappe, legte sie auf den Schreibtisch vor sich und faltete seine Hände im Schoß. Erwartungsvoll hing ich an seinen Lippen und hoffte, dass er mir versicherte, die Situation sei nicht so schlimm, wie sie von außen wirkte. Es tut mir sehr leid, Miss Simonelli, aber ich kann Ihren Fall nicht annehmen. Mutlos ließ ich mich in den Stuhl zurücksinken und rieb mir matt durch mein Gesicht. Dass Damien Knight meinen Fall womöglich ablehnen könne, war eine Möglichkeit, die ich bisher nicht in Betracht gezogen hatte. Im Verdrängen von unliebsamen Tatsachen war ich nämlich eine wahrhaftige Meisterin, wie ich nun zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit feststellen musste. Ich kann Ihren Fall nicht annehmen, weil er wegen seiner Dringlichkeit postwendend bearbeitet werden muss. Da Grace und ich jedoch noch diese Woche nach Europa reisen, könnte ich mich erst nach meiner Rückkehr darum kümmern. So viel Zeit bleibt uns in Ihrem Fall allerdings nicht. Verstehe. Ich versuchte mich an einem Lächeln, weil ich nicht undankbar erscheinen wollte. Damien Knight hatte sich die Zeit genommen, mich anzuhören. Und sicher hätte er mir auch geholfen, wenn mein Timing ein besseres gewesen wäre. Oder, um es mit anderen Worten auszudrücken, wenn ich das Unausweichliche nicht wochenlang verdrängt und auf die lange Bank geschoben hätte. Dass ich mich jetzt in dieser ausweglosen, hoffnungslosen Situation befand, war allein meine Schuld. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich zu empfangen. Bitte denken Sie daran, Grace von mir zu grüßen. Ich wünsche Ihnen beiden eine gute Reise, sagte ich und erhob mich. Damien nickte zustimmend und erhob sich ebenfalls. Es tut mir wirklich sehr leid, Miss Simonelli. Was haben Sie jetzt vor? Ich zuckte ratlos die Achseln. Ich werde zusehen, dass ich rasch einen guten Pro Bono-Anwalt finde, der die Zeit hat, sich meinem Fall kurzfristig anzunehmen. Vielleicht können Sie mir ja jemand geeigneten empfehlen? Damien hielt bei meinen Worten in der Bewegung inne und ließ den Blick langsam von mir zu der Mappe auf seinem Schreibtisch schweifen. Miss Simonelli, räusperte er sich, geben Sie mir einen Moment. Sie haben mich da auf eine Idee gebracht. Bevor ich etwas auf seine Bitte erwidern konnte, marschierte er bereits mit entschlossenem Gesichtsausdruck an mir vorbei aus seinem Büro. Ich hob den Blick von den Akten, über denen ich brütete, als mein Kumpel Damien ohne anzuklopfen zur Tür hineinschneite und sich uneingeladen auf dem Besucherstuhl mir gegenüber niederließ. Nein, knurrte ich und widmete mich wieder meinen Akten. Du weißt doch gar nicht, was ich von dir will, kluckste Damien amüsiert. Egal, was es ist, nein, wie du siehst, habe ich zu tun, murrte ich. Dann kommt es ja auf ein bisschen mehr nicht an, entgegnete Damien unbeirrt. Vergiss es, ich habe heute Abend eine Verabredung. Wenn ich mir die süße Schnecke mit den Apfeltitten nicht durch die Lappen gehen lassen will, muss ich das hier in der nächsten Stunde fertig machen. Damien stöhnte genervt auf und beugte sich zu mir vor. Kannst du mal eine Minute an etwas anderes denken als an Titten und Sex? Ich schnaubte missbeligend. Warum sollte ich? Ich liebe Sex und Titten. Daran ist nichts Verwerfliches. Work hard, play hard, Kumpel. Ich arbeite hart und ficke hart. Wo liegt dein Problem? Damien ignorierte gekonnt den obszönen Part meiner Ansprache und konzentrierte sich stattdessen auf sein Lieblingsthema, die Arbeit. Wo wir gerade von hart arbeiten sprechen, du musst mir einen Gefallen tun. Soll ich es dir buchstabieren, Damien? Nein, N-E-I-N. Grace wird sehr lange sehr wütend auf dich sein, wenn du mir diesen Gefallen ausschlägst. Bei der Erwähnung von Grace Namen ließ ich den Stift auf das Papier vor mir fallen und zeigte Damien den Mittelfinger. Ganz schön geschickt, die Grace-Karte auszuspielen, mein Freund. Du weißt, dass ich deiner Frau nichts abschlagen kann. Also, schieß los. Was willst du? Damien überkreuzte siegesicher die Arme vor der Brust. Du musst einen Fall für mich übernehmen. Welchen? Ich presste argwöhnisch die Lippen aufeinander. Es geht um eine Tanzschule für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die in einer Immobiliengesellschaft verkauft werden soll. Die Pächterin der Tanzschule will rechtlich gegen den Verkauf vorgehen. Ich grunzte zufrieden. Klingt easy. Die Tanzschule mache ich im Nu platt. Bei den mickrigen Ressourcen, die die in der Regel zur Verfügung haben, brauche ich keine Woche, um sie ausbluten zu lassen. Du kannst der Immobiliengesellschaft sagen, dass der Fall so gut wie erledigt ist. Und handle bitte einen Bonus für mich aus, dafür, dass ich mich der Sache unverzüglich annehme. Damien hüstelte und verzog sein Gesicht zu einem breiten Grinsen. Was ist? Wieso grinst du so blöd? Ich hob misstrauisch eine Augenbraue und musterte Damien abschätzend. Verstehe ich das richtig, Landon? Du tust mir den Gefallen und übernimmst den Fall, den ich dir soeben geschildert habe? Ja, Mann! Seit wann bist du so schwer von Begriff? gab ich zurück und warf einen demonstrativen Blick auf meine Armbanduhr. Gut, ich danke dir. Deine Mandantin ist in meinem Büro. Ich werde sie zu uns bitten. Mandantin? Ich horchte interessiert auf. Selbst? Du meinst, ob sie Apfeltitten hat, lachte Damien. Apfelstitten und Apfelstitten und Apfelpo wären geil, ja. So genau hab ich nicht hingesehen. Ich bin verheiratet, wie du weißt. Aber ich denke, sie wird dir gefallen. Na, dann immer hereinspaziert, pfiffig guter Dinge und sah Damien hinterher, der aus meinem Büro verschwand und kurz darauf mit einer rassigen Schönheit zurückkam. Mein Pfeifen blieb mir bei ihrem Anblick allerdings im Heiserstecken. Lange, dunkelbraune Haare umrahmten ihr herzförmiges Gesicht und fielen über ihre apfelförmigen Paradetitten bis hin zu ihrer schlanken Taille. Warme, haselnussbraune Augen schauten mich hoffnungsvoll glänzend an. Dann, sofort meldete sich mein Beschützerinstinkt zum Dienst. Ich würde dieses Prachtexemplar von einer Frau sowas von retten und mich anschließend ausgiebig von ihr für meine Mühen belohnen lassen. Und zwar in Form von Naturalien. Miss Simonelli, darf ich Ihnen meinen Kanzleipartner Landon West vorstellen? Angenehm. Ich strahlte sie an und deutete mit der Hand auf den Stuhl mir gegenüber. Bitte, nennen Sie mich Violet, gab die brünette Schönheit zurück. Danke, dass Sie mir helfen wollen, Mr. West. Sie sind meine Rettung. Ich winkte Lapida ab. Nennen Sie mich Landon, Violet. Und das ist doch nicht der Rede wert. Ich helfe Ihnen gern. Gemeinsam bekommen wir das schon hin. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr mich Ihre Worte erleichtern, Landon. Meine Tanzschule bedeutet mir nämlich alles. Dass man sie mir wegnimmt, ist völlig undenkbar. Ihre Tanzschule? Ja, hatte ich das nicht erwähnt, schaltete sich Damien mit einem teuflischen Grinsen ein. Violet Simonelli ist die Pächterin der Tanzschule. Wir wollen ihr dabei helfen, sie zu behalten. Pro bono, fürsteht sich. Pro bono? stammelte ich verwirrt. Wir vertreten die Tanzschule. Fassungslos starrte ich Damien an, der mir verschmitzt zuzwinkerte und anstalten machte, mein Büro zu verlassen. Ich lasse euch dann mal allein. Meine Frau wartete daheim bereits ungeduldig auf mich. Damien! rief ich schrille als beabsichtigt. Kann ich dich bitte für einen Moment sprechen? Um ehrlich zu sein, will ich Grace nicht warten lassen. setzte er an, doch ich schnitt ihm brüsk das Wort ab. Ich begleite dich zu den Aufzügen. Let's go! Ohne seine Antwort abzuwarten, stapfte ich an ihm vorbei zu den Fahrstühlen. Damien folgte mir, nachdem er sich von der verdutzten Violet Simonelli verabschiedet hatte. Sag mal, spinnst du? fuhr ich ihn an, als er sich zu mir gesellte. Ich übernehme keine aussichtslosen Fälle. Und vor allem arbeite ich nicht pro bono. Ich spuckte Damien die Worte förmlich vor die Füße. Mein Penthouse und mein Porsche wollen abbezahlt werden. Es reicht, wenn einer von uns die wertvolle Zeit der Kanzlei vergeudet, indem er den guten Samariter spielt und pro bono Fälle annimmt. Du hast gesagt, dass du den Fall übernimmst. Schon vergessen? Weil du gesagt hast, dass wir die Immobiliengesellschaft vertreten. Nein, Kumpel. Das habe ich nie gesagt. Du hast es automatisch angenommen. Das ist etwas anderes. Und wenn schon! Du hast mich in meiner Annahme nicht korrigiert, fauchte ich. Du hast mich reingelegt. Damien stellte seine Tasche ab und hob die zu Fäustengeballten Hände an seine Augen, um einen Weinkrampf vorzutäuschen. Haha, sehr witzig, du Arsch! Ich trat mit meinem Fuß gegen seine Aktentasche, die daraufhin umfiel und deren Inhalt sich auf dem Fußboden vor dem Fahrstuhl verteilte. Mrs. Green, unsere Empfangsdame, beobachtete uns kopfschüttelnd und mit einem nachsichtigen Lächeln bei unserer Kabelei. Hör zu, Lennon. Sie ist eine Bekannte von Grace. Die beiden haben sich vor ein paar Wochen kennengelernt und angefreundet. Grace mag sie. Sie spricht gut über Violet. Ich weiß, dass Grace mich bitten würde, Violet zu helfen, wenn sie von ihren Schwierigkeiten wüsste. Nur leider kann ich das nicht, weil ich nach Europa-Reise und Violets Fall nicht bis zu meiner Rücke erwarten kann. Also kram in deinem verkorksten Inneren nach deinem verkümmerten Herz und hilf der armen Frau. Warum kann Jameson hier nicht helfen? Weil Jameson sowieso schon überlastet ist. Ich auch! Damien sah mich strafend an. Du hast gerade erst einen Fall abgeschlossen, Lennon. Auf deinem Schreibtisch ist also Platz. Vielleicht wollte ich ausnahmsweise mal das Leben genießen und die freie Fläche auf meinem Schreibtisch für andere Dinge nutzen. Willst du deine Verabredung mit den Apfeltitten darauf wögeln oder was? Keine schlechte Idee, Mann, überlegte ich und erntete dafür einen Ellenbogen-Check von Damien. Hilf ihr, Lennon. Wenn du dich morgen mit Grace und mir zum Abschiedsessen triffst, will ich, dass du mir Bericht erstattest. Und Grace ebenfalls? Deine Frau als Druckmittel zu nutzen ist echt mies, Damien. Tue ich das? Ich sage doch nur, dass Grace furchtbar enttäuscht sein wird, wenn ich ihr erzähle, dass du dich weigerst, ihrer Freundin zu helfen und zulässt, dass die Immobiliengesellschaft sich ihre Schule unter den Nagel reißt. All die armen, perspektivlosen Kids, die dann auf der Straße sitzen. Deinetwegen. Hör auf, Damien! Und die arme Violet erst. Sie wird Mutterseelen allein in der Bronx sitzen und bittere Tränen weinen, während du in deinem Penthouse in Manhattan chillst, Kaviar in dich hineinstopfst und dir dabei von deiner neuesten Flamme einen Blasen lässt. Halt endlich die Klappe, Mann! zischte ich sichtlicher Brust. Du hast gewonnen! Ich helfe ihr ja schon! Danke, Kumpel. Damien schlug mir überaus zufrieden auf die Schulter. Ich wusste doch, dass auf dich Verlass ist. Er sammelte den Inhalt seiner Tasche auf, betätigte den Liftknopf und verabschiedete sich mit einem Du schaffst das schon, Lenden. Ja, du mich auch, du Arsch, murrte ich und begab mich zurück in mein Büro, wo Violet Simonelli geduldig auf mich wartete. Ich ließ mich ihr gegenüber nieder und versuchte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Darf ich die Unterlagen mal sehen, die sie mitgebracht haben? Violet schob die Mappe, in der sich ein Haufen zerknitterter Papiere stapelten, zu mir herüber. Was ist denn mit den Dokumenten passiert? Stirnrunzelnd drehte ich eines davon in meiner Hand. Ich hab sie zerknüllt und weggeworfen, gab Violet leise flüsternd zu. Mir entfuhr ein perplexer Laut. Äh, sie haben die Schreiben zerknüllt und weggeworfen? Violet nickte schuldig. Und haben sie, nachdem sie sie wieder aus dem Müll gefischt und geglättet haben, sonst noch etwas damit gemacht? Zum Beispiel darauf geantwortet? Stellungbezogen? Widerspruch eingelegt? Ihr zaghaftes Kopfnicken wandelte sich zu einem beschämten Kopfschütteln. Na wunderbar. Sie haben Fristen und somit wertvolle Chancen versäumt, Violet. Ist Ihnen das klar? Sie senkte den Blick und sah auf ihre Hände. Es war dumm von mir, nicht darauf zu reagieren und davon auszugehen, dass ich das Problem von selbst erledigen würde. Nun, um ehrlich zu sein, hat es sich gewissermaßen von selbst erledigt. Gegen die Immobiliengesellschaft, ich blätterte in den Unterlagen, um den Namen der Gesellschaft ausfindig zu machen. Gegen Stellar Constructions vorzugehen, ist teuer, aufwendig und unter uns gesagt, zu diesem Zeitpunkt ziemlich aussichtslos. Ich schlage vor, wir handeln einen guten Deal für Sie aus, der es Ihnen ermöglicht, anderswo in New York eine Tanzschule aufzumachen. Einverstanden? Ich schloss die Mappe und schob sie zu Violet zurück. Mein Blick streifte dabei diskret meine Armbanduhr. Wenn ich das Büro in den nächsten zehn Minuten verließ, würde ich es noch pünktlich nach Hause und zu meiner Verabredung schaffen. Das ist keine Option, ließ Violet meine aufkeimende Hoffnung auf einen entspannten Abend mit einem lauten Knall verpuffen. Die Tanzschule ist alles, was ich habe. Sie ist mein Leben. Ich kann sie nicht schließen. Ich kann die Menschen dort nicht im Stich lassen. Das müssen sie doch gar nicht. Die Menschen werden zu ihrer neuen Schule kommen. Sie haben gut reden lernten. Kennen sie sich mit den Immobilienpreisen in New York aus? Ich finde doch nie wieder einen bezahlbaren Pachtvertrag in der Nähe dieser Menschen. Sie werden mir irgendwas in den Ausläufern von New York anbieten. Den Weg wird keiner meiner Schüler auf sich nehmen. Viele von ihnen sind nicht einmal zehn Jahre alt. Wie soll das funktionieren? Dort, wo sich ihre neue Schule befindet, können sie bestimmt anderen Menschen helfen, Violet. Menschen, die Hilfe benötigen, gibt es schließlich immer und überall. Sagen Sie mal, können Sie das nicht verstehen oder wollen Sie es nicht verstehen? Diese Menschen sind meine Freunde, meine Familie. Sie reden von ihnen, als wären Sie ein kaputtes Teil an einem Fahrzeug. Austauschbar. Aber das sind sie nicht. Man kann sie nicht einfach so ersetzen. Sie in Ihrem schicken Büro in Manhattan haben ja keine Ahnung davon, was mit den Kids in der Bronx passiert, wenn Sie Ihren einzigen Zufluchtsort verlieren. Sie können nicht alle retten, Violet. Sie können lediglich Ihr Bestes geben. Und manchmal reicht selbst das nicht aus, um alles zu erreichen, was man sich vornimmt. Violet sprang von ihrem Stuhl auf und stemmte empört die Hände in die Hüften. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, um mich nicht von ihrer Cola-flaschenförmigen Traumfigur ablenken zu lassen. Warum mussten Tänzerinnen immer so einen unglaublich betörenden Body besitzen, mit dem sie die Männer um sich herum ganz kirre machten? Warum nur habe ich das Gefühl, dass sie nicht mal ansatzweise ihr Bestes geben, um mir zu helfen, Lampen? Ich bin nicht gekommen, um mir von ihnen anzuhören, dass es am einfachsten wäre, wenn ich die Tanzschule in einem anderen Bezirk umsiedle. Mir missfiel der schneidende Ton der rassigen Tänzerin mit den wütend blitzenden Augen. Ganz sicher würde ich mich nicht in meinem eigenen Büro zurechtweisen lassen. Weder von ihr noch von sonst jemandem. Ich erhob mich, um ihr auf Augenhöhe zu begegnen, und imitierte ihre angriffslustige Körperhaltung. Wenn ich mich nicht täusche, sind sie gekommen, um einen anwaltlichen Rat einzuholen. Genau diesen habe ich ihnen erteilt. Es tut mir leid, wenn es nicht das ist, was sie hören wollten. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert, und ich möchte weder ihre noch meine Zeit vergeuden, indem ich ihnen Lügen auftische. Der Fall ist so gut wie verloren. Nicht zuletzt, weil sie auf keinen der Briefe reagiert haben. Wenn sie also bei jemandem die Schuld suchen, fangen sie mal besser bei sich selbst an, statt mit dem Finger selbstgerecht auf andere zu zeigen. Ich schnappte überrascht nach Luft und schüttelte verwundert über meinen Ausraster den Kopf. Normalerweise fuhr ich nie aus der Haut, vor allem nicht bei Frauen. Ich schwirrte für gewöhnlich um sie herum, wie Motten um das Licht, um mich an ihnen zu laben und nicht, um sie mit einer hitzigen Debatte in die Flucht zu treiben. Die Tanzlady bildete da offensichtlich die Ausnahme. Ich konnte es kaum erwarten, sie endlich loszuwerden. So sexy sie auch sein mochte, sie brachte mich mit ihrem verklärten Sinn für die Realität auf die Palme. Anscheinend lebte sie in einer pastellfarbenen Plüschwelt, in der sich alle lieb hatten und Umarmungen Geld als Währung ersetzten. Für so einen Scheiß fehlten mir die Zeit und die Nerven. Offenkundig habe ich sie falsch eingeschätzt, sagte sie spitz und griff nach der Mappe, die zwischen uns auf dem Tisch lag, um sie in ihrer Handtasche zu verstauen. Was soll das heißen, sie haben mich falsch eingeschätzt? Ich dachte, sie seien ein Kämpfer, doch davon sind sie allem Anschein nach weit entfernt. Ich vergeude meine Energie nicht mit aussichtslosen Schlachten, Violet. Denken sie über meinen Rat nach. Und wenn sie sich dazu entschließen sollten, ihn anzunehmen, rufen sie mich an oder suchen sie mich auf. Dann helfe ich ihnen bei den Verhandlungen und bei der Abwicklung. Allerdings sollten sie sich damit nicht so viel Zeit lassen, wie mit der Beantwortung der Briefe. Sonst machen die ihnen den Laden dicht und sie stehen auf der Straße. Ohne Schule und ohne Ansprüche. Ohne ein weiteres Wort, dafür aber mit einem wütenden Augenaufschlag, machte Violet auf dem Absatzkehrt und stapfte aus meinem Büro. Erschöpft ließ ich mich auf meinen Stuhl plumpsen und fuhr meinen Computer herunter. Höchste Zeit, mich in den wohlverdienten Feierabend zu begeben und mich von weniger anstrengenden Frauen verwöhnen zu lassen. Kapitel 3 Violet Morgen, Vi. Wie ist es bei Damien Knight gelaufen? Brie linste über den Rand ihrer dampfenden Kaffeetasse. Ihre Augen scannten meinen Körper gründlicher ab als die Metalldetektoren eines jeden Flughafens. Sie tat gerade so, als könne sie die Antwort auf ihre Frage von einem meiner Körperteile ablesen. Ich warf meine Tasche achtlos in die Ecke neben meinem Schreibtisch und winkte mit einer wegwerfenden Handbewegung ab. Totaler Reinfall, lautete meine eintönige Antwort. Mit ausdruckslosem Gesicht ging ich in unsere kleine Tee- und Kaffeeküche, um mir ebenfalls von dem lebenseinhauchenden Gebräu einzuschütten. Aubrey folgte mir. Ihre Absätze klackerten geräuschvoll auf dem Parkett hinter mir. Ich hielt die Luft an und wappnete mich innerlich für die militärische Inquisition, die jetzt folgen würde. Was soll das heißen? Totaler Reinfall. Sie plusterte sich im Türrahmen auf wie ein bunter Pfau und versperrte mir so meinen einzigen Fluchtweg. Ich seufzte und stellte die Tasse neben mir auf der Ablage ab. Damien Knight kann den Fall nicht übernehmen, weil er und Grace nach Europa reisen. Deshalb hat er einen seiner beiden Kanzleipartner gebeten, sich meinem Fall anzunehmen. In Aubreys Miene zeichnete sich bei meinen Worten Verwirrung ab. Und wieso redest du dann von einem totalen Reinfall? Das klingt in meinen Ohren nämlich wie das genaue Gegenteil. Eben nicht. Der Typ, an den Damien mich verwiesen hat, Landon West ist der totale Reinfall. Ein Miesepeter, ein Schwarzmaler, ein Pessimist. Er ist nicht bereit, für mich und die Schule zu kämpfen. Der Typ will bloß den Weg des geringsten Widerstands gehen. Inwiefern? Er ist der Meinung, dass wir einen Deal aushandeln sollten, der es mir erlaubt, anderswo eine Schule zu eröffnen. Aber du und ich wissen, was das bei den aktuellen Mietpreisen in New York bedeutet. Wir müssten in irgendeinen New Yorker Vorort ziehen und unsere Kids im Stich lassen, beendete Aubrey die Verkündung meiner Hiobsbotschaft. Die Verwirrung in ihrem Gesicht wandelte sich in Enttäuschung und spiegelte damit perfekt meinen eigenen Gemütszustand wieder. Mist, fluchte sie. Was machen wir denn jetzt? Ich fegte mit meiner Hand energisch und hochkonzentriert imaginäre Flusen von der Arbeitsfläche, um einer Antwort auf diese Frage zu entgehen. Wie wäre es, wenn du noch einmal mit diesem... Wie heißt er? Landon West. Genau. Wie wäre es, wenn du noch einmal mit diesem Landon West redest und ihm klar machst, dass eine Umsiedlung für uns nicht in Frage kommt, es sei denn, sie befindet sich in unmittelbarer Nähe. Das ist sinnlos. Der Typ hat weniger Einfühlungsvermögen als eine Eintagsfliege. Der versteht nicht, wie viel uns all das hier bedeutet. Hast du es ihm denn erklärt? Ich habe es zumindest versucht. Versucht? Ich nickte stumm. Offenbar ohne Erfolg. Warum versuchst du es nicht ein weiteres Mal? Weil ich nicht glaube, dass es etwas bringt. Wieso denn nicht? Woher willst du das wissen? Ich kenne Menschen wie diesen Landon West noch zu Genüge aus meinem vorherigen Leben, Brie. Sie interessieren sich nur für sich selbst und ausschließlich für ihren eigenen Vorteil. Also, geben wir auf? Nein, selbstverständlich nicht. Ich schüttelte entschieden den Kopf. Ich habe mir für heute Nachmittag einen Termin bei der Immobiliengesellschaft geben lassen. Bei Stellar Constructions? Warum? Na, um mit ihnen zu reden. Was willst du denen denn erzählen? Das sind Kapitalisten. Die interessiert nur der Profit. Einen Versuch ist es wert, oder? In meinen Augen ist das die reinste Zeitverschwendung, Vai. Aber tu, was du nicht lassen kannst. Was ist die Alternative, Brie? Nochmal mit Landon West reden. Auf keinen Fall. Vai, schallt Aubrey mich. Sei nicht so stur. Darf ich dich daran erinnern, dass wir kurz davor sind, alles zu verlieren? Ich griff nach meiner Kaffeetasse mit dem mittlerweile lauwarmen Inhalt und betrachtete die dunkelbraune Flüssigkeit darin, die darauf wartete, meine geknickten Lebensgeister zu wecken. Ich denke darüber nach, okay? Lass mich heute Nachmittag mit Stellar Constructions sprechen. Danach sehen wir weiter. Brot ich ihr einen Kompromiss an. Aubrey warf frustriert die Arme in die Luft. Na gut, meinetwegen. Dann schnapp dir mal deinen Kaffee und schwing deinen Tanzpopo zu mir, damit wir beratschlagen, was du dir denn heute Nachmittag erzählst. Am späten Nachmittag stieg ich die Treppen der U-Bahn hinauf und fand mich inmitten des einschüchternden Wolkenkratzermeeres wieder, das im Financial District von Manhattan vorherrschte. Das Zentrum der Macht und des Geldes befand sich hier. Die Wall Street, die New Yorker Börse, sämtliche Banken mit Rang und Namen. Kurzum, das Financial District verkörperte die Hochburg des Kapitalismus. Es dauerte einen Moment, bis ich die Orientierung wiederfand. Seit ich das letzte Mal in diesem Teil Manhattans unterwegs gewesen war, hatte sich einiges und gleichzeitig irgendwie nichts verändert. Ich blinzelte unter den intensiven Sonnenstrahlen, die sich in den Fenstern der umliegenden Skyscraper brachen und mich blendeten. Ein vorbeieilender Anzugträger mit Handy am Ohr stieß mich unsanft in die Seite und brachte mich um ein Haar zu Fall. »Können Sie nicht aufpassen?« rief ich ihm empört hinterher, doch mein Rufen wurde von dem fortwährenden Hupen der vorbeirauschenden Autos verschluckt. Ich rieb mir die schmerzende Stelle an meiner Hüfte und hielt nach dem Gebäudeausschau, in dem die Stellar Constructions residierte. Nach einem kurzen Fußmarsch fand ich sie an der Water Street, die direkt hinter den Peers verlief und einen fantastischen, unverbaubaren Blick auf den Hudson River und das gegenüberliegende Brooklyn Boot. Ich straffte die Schultern, atmete ein letztes Mal tief durch und marschierte zügigen Schrittes durch die Drehtüren des vornehmen Gebäudes aus Chrom und Stahl, das so viel Wärme ausstrahlte wie der nördlichste Punkt Alaskas an einem verschneiten Dezembermorgen. Augenblicklich fühlte ich mich unbehaglich. Am Empfang nahm ich meinen Besucherausweis entgegen, passierte die Sicherheitsschleuse und begab mich zu den Aufzügen. Auf der Etage von Stellar Constructions öffneten sich die Türen und gaben den Weg in einen nahezu vollständig in weiß gehaltenen Vorraum frei. Die Dame am Empfang führte mich unumwunden zu einem der hypermodernen Konferenzräume und versicherte mir, dass ich nicht lange warten müsse. Tatsächlich dauerte es keine fünf Minuten, bis eine elegant gekleidete Frau Anfang 40 mit ihren perfekt manikürten Fingernägeln die Tür aufstieß, in einen engen Bleistiftrock mit obligatorischer Seidenbluse und 500-Dollar-Highheels gekleidet auf mich zustolzierte und mich mit einem genauso strahlenden wie falschen Lächeln begrüßte. Miss Simonelli, nicht wahr? Ich bin Camille Dubois, leitende Beraterin bei Stella. Guten Tag, erwiderte ich und zwang mich meinerseits zu einem höflichen Lächeln. Die schlanke Blondine zog einen der Stühle zu sich heran und ließ sich grazil darauf nieder. Da ihr eng anliegender Rock es ihr nicht erlaubte, die Beine übereinander zu schlagen, neigte sie sie zu einer perfekten Diagonalen, sodass mich ihre Pose verdächtig an die Familienfotos der royalen Familie von England erinnerte. Sie sagten am Telefon, sie seien die Pächterin der Tanzschule, die Stellar Constructions im Begriff ist, zu erwerben. Richtig. Ich riss meinen Blick von der perfekten Diagonalen ihrer Beine los und schaute in ihre kühlen blauen Augen. Ich begrüße ihr Kommen. Sicher sind Sie hier, um einen Deal für die vorzeitige Abgabe des Gebäudes zu verhandeln. Wie schnell könnten Sie es denn räumen? Nein. Vorzeitige Abgabe? stammelte ich verblüfft. Da müssen Sie etwas falsch verstanden haben. Ich bin hier, um mit Ihnen über die Tanzschule zu reden, ja. Allerdings nicht, um Sie an sie abzutreten. Wie darf ich das verstehen? Die ohnehin schon gekünstelte Stimme meiner Gesprächspartnerin nahm einen gepressten Unterton an. Die Schule ist ein wichtiger Rückzugsort für eine Menge Kinder und Jugendliche, die ihre Gefühle lieber beim Tanzen ausleben, statt beim Konsum von Drogen oder bei der Anwendung von Gewalt. Der Unterricht gibt ihnen eine Perspektive. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Er hält sie davon ab, sich Gangs anzuschließen und Gefahr zu laufen, im besten Fall im Gefängnis zu landen und im schlimmsten Fall erschossen oder erstochen zu werden. Das ist alles schön und gut und außerdem sehr löblich, Miss Simonelli, aber was hat das mit Stella zu tun? Unterbrach mich Camille Dubois desinteressiert. Wieso wollen Sie ausgerechnet dieses Gebäude? Ich verstehe es nicht. Können Sie nicht ein anderes Gebäude erwerben? Eines, das sowieso leer steht? Davon gibt es in der Bronx mehr als genug. Camille Dubois beäugte mich amüsiert. Anscheinend wissen Sie nicht, dass wir uns die Rechte an mehr als zwei Dutzend Gebäuden in dieser Gegend gesichert haben, Miss Simonelli. Sonst würden Sie mir diese Frage wohl kaum stellen. Aber warum? Was wollen Sie mit Gebäuden in der Bronx? Ein mitleidiges Lächeln umspielte Camille Dubois Lippen. Die Bronx liegt unmittelbar neben Manhattan, dem beliebtesten Stadtteil von ganz New York City. Immer mehr Menschen aus der ganzen Welt zieht es nach New York. Gebildete Menschen, Menschen mit Karriereambitionen, Menschen mit Geld, viel Geld. Diese Menschen brauchen Platz. Manhattan wird langsam, aber sicher zu klein. Also weiten wir Manhattan auf die Bronx aus. So einfach ist das. Mit anderen Worten, Sie wollen in der Bronx Luxuswohnungen für diese Menschen bauen? Camille Dubois machte eine zustimmende Handbewegung. Mittelfristig gesehen, ja. Sie verstehen also, Miss Simonelli, warum uns sehr daran gelegen ist, die, ähm, Personen, die sie unterrichten, in eine andere Gegend umzusiedeln. Ich lachte bitter auf und überkreuzte die Arme vor der Brust, um meine vor Empörung zitternden Finger vor Camille Dubois zu verbergen. Menschen wie die, die ich unterrichte? Ich ließ mir ihre arroganten Worte langsam auf der Zunge zergehen. Nichts für ungut, Miss Simonelli. Aber diese Menschen können sich das teure Leben in New York City doch sowieso nicht auf legale Art und Weise leisten. Deshalb ist ein Leben außerhalb der Stadt für sie viel erstrebenswerter. Meinen Sie nicht auch? Nennen wir das Kind doch beim Namen, Miss Dubois. Sie wollen diese Menschen aus ihrem Zuhause vertreiben, um Platz für die Reichen zu schaffen. Die Schärfe in meiner Stimme durchschnitt die angespannte Stille des sterilen Konferenzraums und brachte die kalte Luft zum Flirren. Es ist nur so lange ihr Zuhause, wie sie es sich leisten können. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage ist ihnen sicherlich ein Begriff. Ich denke, wir sind ja fertig, schnaubte ich verächtlich und erhob mich. Camille Dubois folgte meinem Beispiel und glättete penibel ihren Rock. Hören Sie, Miss Simonelli, wir sind bereit, Ihnen ein gutes Angebot zu machen, wenn Sie die Schule baldmöglichst räumen. Nehmen Sie das Geld und fangen Sie irgendwo nochmal ganz von vorn an. Wollen Sie damit sagen, dass ein Leben außerhalb der Stadt für mich viel erstrebenswerter sei, weil ich mir das teure Leben in New York City auf legale Art und Weise sowieso nicht leisten kann? Nagelte ich sie mit ihren eigenen Worten fest. Sie verzog säuerlich das Gesicht, so als hätte sie soeben auf eine Zitronenscheibe gebissen und blieb mir die Antwort schuldig. Stattdessen hielt sie mir ihre Visitenkarte hin. Falls Sie es sich anders überlegen, rufen Sie mich an, aber warten Sie damit nicht zu lange. Unser Angebot sinkt mit jeder Woche, die Sie verstreichen lassen. Kapitel 4 Landen Entschuldige die Verspätung Ich rückte meine Krawatte zurecht und beugte mich zu Grace vor, um ihr einen Kuss auf die Wange zu hauchen. Sie schenkte mir ein strahlendes Lächeln und deutete auf den freien Platz ihr gegenüber. Setz dich und erzähl mir, wie es gestern Abend gelaufen ist. Ich runzelte die Stirn und bedachte Grace mit einem frechen Grinsen. Seit wann interessierst du dich für meine Betthäschen? Willst du dein sexuelles Wissen erweitern? Gehen euch zwei etwa schon so kurz nach der Eheschließung die Ideen aus? Mann, Lem, du bist unverbesserlich, stöhnte Damien und sah an die Decke, als erhoffe er sich unsichtbare Unterstützung von oben. Grace hingegen erwiderte mein Grinsen und kicherte erheitert. Ich kann dich beruhigen. Damien und ich haben mehr Ideen, als wir umsetzen können. Glaub mir. Ich beugte mich verschwörerisch zu Grace vor. Oh, wenn das so ist, kannst du mir doch sicher ein paar deiner Ideen verraten. Lampen, schalt mich Damien und legte schützend den Arm um seine wunderhübsche Frau. Lass Grace mit deiner dreckigen Fantasie in Ruhe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Grace die dreckigste Fantasie von uns allen besitzt, stichelte ich und erntete dafür ein Augenzwinkern von Damiens zuckersüßer Ehefrau. Vorschlag! Ich weihe dich in die geheime Kunst der Verführung ein, sobald du den Fall von Violet gewonnen hast. Deal? schlug Grace vor. Violet? Ich musterte Grace verständnislos. Wer ist Violet? Damien stieß ein erneutes Stöhnen aus, dieses Mal noch eine Spur genervter. Violet Simonelli? Damien hat dich gebeten, ihren Fall zu übernehmen. Die Tanzschule. Gestern Abend. Lange Beine, schlanke Hüften, seidige Haare, sündige Kurven. Klingelte etwas bei dir? Bei Grace' Beschreibung tauchte die rassige, wilde Schönheit von meinem inneren Auge auf. Oh ja, Violet Simonelli war ein verfluchtheißer Feger, nur leider viel zu anstrengend und aufbrausend für meinen Geschmack. Ach die, ja klar, gab ich achselzuckend zurück. Ich habe ihr meinen anwaltlichen Rat unterbreitet, den wollte sie jedoch nicht hören. Daraufhin hat sie mich beschimpft und ist wutschnaubend aus meinem Büro gestürmt. Ich griff nach der Speisekarte des mexikanischen Restaurants, in das Damien und Grace, Jameson und mich vor ihrer Abreise am Abend zum Essen eingeladen hatten und gab vor, konzentriert darin zu lesen. Das ist nicht dein Ernst, Landon West! Entrüstung schwang in Grace für gewöhnlich so engelsgleicher Stimme. Du hast sie gehen lassen? Ich hielt mir die Speisekarte vor das Gesicht, um nicht in Grace' enttäuschte Augen sehen zu müssen. Der süßen Grace wehzutun brachte mir nämlich Damiens unerbittlichen Zorn ein. Der Mann wachte über das Wohlergehen seiner Traumfrau wie ein dreiköpfiger Kampfhund, bestehend aus Pitbull, Dobermann und Bulldogge. Ich habe sie nicht gehen lassen. Sie ist von sich ausgegangen. Glaub mir, Grace, die Frau hätte bei ihrem Abgang selbst eine Dampfwalze plattgemacht. Hast du sie angerufen? Ich ließ die Speisekarte entgeistert sinken und schaute nun gezwungenermaßen doch in Grace' enttäuschtes Gesicht. Schlagartig überfühlt mich bei ihrem Anblick ein schlechtes Gewissen. Wieso sollte ich sie anrufen? Sie hat mich stehen lassen, nicht umgekehrt. Und jetzt? Was und jetzt? Ich habe ihr meine Karte gegeben und ihr gesagt, sie soll sich melden, falls sie meinen Rat doch noch annehmen will. Tut sie das nicht, ist mein Job erledigt. Landon West, du bist so ein Vollidiot, knurrte Damien. Ich presste beleidigt die Lippen aufeinander und warf Damien einen grimmigen Blick zu, den dieser jedoch mit seinem grimmigen Blick mühelos übertrumpfte. Verdammt. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wir wollen, dass du, Violet, hilfst, sagte Grace und betonte jedes ihrer Worte so langsam und überdeutlich, als sei ich geistig unterbemittelt. Das habe ich doch. Ich habe mir ihren Fall angesehen und ihr meinen anwaltlichen Rat mitgeteilt. Fällt das etwa nicht unter Helfen? Was für einen anwaltlichen Rat, brummte Damien misstrauisch. Na, dass ich für sie einen Deal mit der Immobiliengesellschaft aushandeln kann, der ihr genügend Startkapital für eine neue Schule bietet. Vielleicht nicht gerade im Zentrum von New York City, aber der Bundesstaat New York ist groß und bittet ein paar nette Fleckchen Erde, die nicht so überteuert sind wie diese Stadt. Grace und Damien sahen einander an und rollten entnervt mit den Augen. Hallo, ich kann euch sehen, ihr Turtel-Täubchen, beschwerte ich mich und wedelte mit der Speisekarte vor Damiens Gesicht. Damien riss sie mir aus der Hand und warf sie achtlos zur Seite. Ist dir bei deinen angestrengten Überlegungen zu dem Fall schon mal in den Sinn gekommen, dass Violet gar kein Interesse daran hat, vorzugehen und woanders neu anzufangen? Ihre Reaktion diesbezüglich war mehr als deutlich, antwortete ich schmalebig. Und weißt du auch, warum sie nicht von dort weg will? Ich zuckte gleichgültig mit den Schultern. Weil sie den Menschen in ihrem Stadtteil helfen will. Die Kleine ist eine Kommunistin, Damien, durch und durch. Dumm nur, dass sie ausgerechnet New York City als ihren Lebensort auserkoren hat. Die Kapitalismus-Stadt schlechthin. Sei nicht so herzlos, Landon, schimpfte Grace. Wenn jeder so denken würde wie du, wäre die Welt ein hoffnungsloser Ort. Ist sie das nicht sowieso schon? Grace gab mir einen Klaps auf den Arm. Sehr witzig, du Scherzkeks. Der Fall ist nicht völlig aussichtslos, Landon. Er ist arbeitsreich, keine Frage. Aber nicht gänzlich hoffnungslos. Du willst dich bloß drücken. Will ich gar nicht, protestierte ich entschieden gegen Damiens fade Unterstellung. Dann spricht ja nichts dagegen, dass du ihn dir noch mal genauer ansiehst und nach einer Lösung suchst, die auch für Violet annehmbar ist. Das ist reine Zeitverschwendung, seufzte ich. Tu es für mich, bat Grace und legte mir ihre zarte Hand auf den Unterarm. Bitte. Das ist unfair, Grace. Du weißt, dass ich dir nichts abschlagen kann. Also tust du es? Na, schön, gab ich mich geschlagen. Ich versuche es. Aber wenn Mutter Teresa sich wieder nicht von mir helfen lassen will, dann war's das, ein für allemal. Ich werde ihr ganz sicher nicht hinterherlaufen. Und das meinte ich auch so. Ich lief keiner Frau hinterher, egal wie schön sie war. Dafür gab es einfach zu viele von ihnen. Hey, Leute. Entzündigt die Verspätung. Ich wurde vor Gericht aufgehalten. Was habe ich verpasst? Jameson klopfte Damien kumpelhaft auf die Schulter und ließ sich neben mir auf den freien Platz plumpsen, wo er seine Krawatte lockerte und sich fragend in der Runde umsah. Nach dem Mittagessen mit Grace, Damien und Jameson cancelte ich meine Termine für den Nachmittag und fuhr stattdessen in die Bronx, um das Versprechen, das sich Grace gegeben hatte, einzuhalten. Als ich die Willis Avenue-Brücke, die Manhattan mit der Bronx-Verband überquerte, kam mir der Gedanke, dass ein Bronx-Besuch in einem brandneuen Porsche vielleicht keine allzu gute Idee war. Ich stieß einen verärgerten Laut aus und drehte die Musiklauter. Warum hatte ich das nicht bedacht? Wahrscheinlich, weil die Bronx für gewöhnlich nicht zu den Stadtteilen zählte, in denen ich verkehrte. Aus gutem Grund. Ich steuerte den Wagen die tristen Straßen der Bronx entlang und ignorierte die neugierigen Blicke der umherstreifenden Menschen auf dem Bürgersteig. Die Tanzschule von Violet Simonelli befand sich unweit der Willis Avenue-Brücke. Ich verstand spätestens jetzt, warum Stellar Constructions so ein großes Interesse an ihrem Erwerb hegte. Manhattan lag keine fünf Fahrtminuten von hier entfernt. Günstig kaufen, günstig sanieren und überteuert weiterverkaufen oder weitervermieten, lautete wohl der Plan, den die Immobiliengesellschaft bei diesem Projekt verfolgte. Nicht weiter verwunderlich. Einige der führenden Immobiliengesellschaften zeigten stetig wachsendes Interesse an der an Manhattan angrenzenden Bronx. Sie bot rentable Kapitalanlagen. Nicht unmittelbar, aber in absehbarer Zukunft. Ich parkte meinen Wagen in einer verdreckten, freien Parkbucht, unweit der Schule, und schaltete den Motor aus. Wollte ich mir das wirklich antun? Ich sah mich skeptisch um. Damien war der Pro Bono-Gutmensch-Typ, der allen half, nicht ich. Warum musste er mich unbedingt in seine Angelegenheiten reinziehen? Ich trommelte ungeduldig mit den Händen auf das Lenkrad und hiefte mich schließlich aus dem Wagen. Es half alles nichts. Ich durfte Grace nicht enttäuschen. Sie war ein wundervolles Wesen, das meinen besten Kumpel zum glücklichsten Mann der Welt machte. Ich würde ihr ewig dankbar dafür sein, dass sie Damien damals vor einer riesengroßen Dummheit bewahrt hatte. Diesen Gefallen, um den sie mich nun bat, war ich ihr also definitiv schuldig. Ich schloss den Porsche ab und kontrollierte ein zweites Mal die dubiose Umgebung. In Gedanken verabschiedete ich mich wehmütig von meinem rasanten Spielzeug, da es mich nicht wundern würde, wenn man es mir während der Zeit, die ich in der Schule verbrachte, stahl. Widerwillig zog ich die Tür des heruntergekommenen Wachsteingebäudes auf, in dem sich die Tanzschule befand, und bahnte mir einen Weg durch die umherstehenden Kinder und Jugendlichen, die mich allesamt mit Argwohn beäugten. Kein Wunder, die meisten von ihnen trugen legere Trainingskleidung oder lässige Jogginganzüge. Im Gegensatz dazu fiel ich mit meinem maßgeschneiderten Anzug und den polierten Schuhen auf wie ein bunter Hund. Entschuldigt die Störung, wisst ihr, wo ich Violet Simonelli finde? Wandte ich mich an eine Gruppe von Jugendlichen, die vor einem der Tanzstudios standen und sich ausgelassen unterhielten, während im Hintergrund aggressive Hip-Hop-Musik aus einem Ghetto-Blaster dröhnte und eine gesittete Unterhaltung unnötig erschwerte. Die Jugendlichen verstummten und drehten sich zu mir um. Sie beäugten mich mit einer Mischung aus Unglauben und Misstrauen, so als sei ich ein Außerirdischer, der gerade mit seinem UFO neben ihnen gelandet war. »Jo, Mann, was wollen Sie von bei?« erkundigte sich einer der Typen und stellte sich mit seiner breiten Brust demonstrativ vor mich. »Na, wunderbar. Jetzt lief ich nicht nur Gefahr, dass man mir mein Auto stahl, sondern auch, dass man mich grundlos um die Ecke brachte. Was für eine Schnapsidee, hierher zu kommen. Ich sollte mich auf der Stelle umdrehen und von ihr verschwinden, und zwar solange ich es noch konnte. Aber dann würde ich Grace enttäuschen, und das ging nicht. Wieder besseres Wissen baute ich mich unbeeindruckt vor dem Typ im Hoodie auf und erwiderte gelassen, »Ich helfe ihr in einer wichtigen Angelegenheit. Also, wo finde ich sie?« »Was soll das für eine wichtige Angelegenheit sein?« Ich seufzte verdrossen. »Das geht nur Violet und mich etwas an.« Nun stellte sich mir ein zweiter Typ in den Weg und imitierte die Körperhaltung seines Kumpels. »Sind Sie hier, um bei Ärger zu machen?« »Nein, um ihr zu helfen. Allerdings erleichtert ihr mir nicht gerade meine Arbeit. Also was ist jetzt? Sagt ihr mir, wo ich sie finden kann oder nicht?« Die Typen kniffen die Augen zusammen und überlegten. Ich widerstand dem Drang, genervt auf meine Armbanduhr zu sehen. Stattdessen schaute ich sie unumwunden an und bemühte mich um einen neutralen Gesichtsausdruck. »Wir begleiten ihn,« sagte der eine Typ entschlossen zu dem anderen. »Gute Idee. Wir behalten ihn im Auge, damit er keine Dummheiten macht.« Ich konnte nicht umherbreit zu grinsen. Von allen hier anwesenden Menschen bezichtigten sie ausgerechnet mich, dem Begehen von Dummheiten? Großartig. Wirklich ausgezeichnet. Mühsam unterdrückte ich den sich anbahnenden Lachkrampf und folgte der sich in Bewegung setzenden Truppe in den zweiten Stock. Vor einer alten Holztür blieben sie stehen und klopften. »Herein?« drang eine weibliche Stimme aus dem Inneren. »Yo, Brie. Hier ist so ein Typ im Anzug, der mit Weih quatschen will.« Ich trat ein und fühlte mich augenblicklich wie ein Panda im Zoo, der von allen Anwesenden wundersam beglotzt wurde. Wobei, ein Blick in die Gesichter der umstehenden Person ließ mich vermuten, dass es sich bei dem Zootier in meinem Fall wohl eher um eine Vogelspinne als um einen Panda handelte. »Sind Sie von Stella?« schoss die quillige Frau mit den dunkelblonden, zerzausten Haaren, wobei sie mir den Namen der Immobiliengesellschaft regelrecht vor die Füße spuckte. »Nein, mein Name ist Landon West. Ich...« »Landon West!« frohlockte sie, woraufhin sich ihre verschlossene Mine schlagartig erhellte. Sie stemmte die Hände in ihre schmalen Hüften und wandte sich den Jungs zu, die nach wie vor im Büro herumlungerten und das Gespräch wachsam verfolgten. »Der Typ ist okay. Lasst uns mal allein.« »Bist du sicher, Brie?« Argwöhnisch sahen die Jungs zu mir. »Ja, bin ich. Und jetzt raus mit euch.« Sie stand auf, machte eine scheuchende Handbewegung und vertrieb die Menschenansammlung aus ihrem Büro. »Ich wollte zu Weile Simonelli,« erklärte ich ihr mein Kommen. »Da sind Sie hier richtig. Vi und ich teilen uns ein Büro. Ich bin Aubrey Kelly, die Büroleiterin und Vys beste Freundin. Sehr erfreut, Miss Kelly. Bitte nennen Sie mich Aubrey oder Brie, sonst fühle ich mich so alt. In Ordnung, Brie. Ich bin Landon. Vi hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Tatsächlich? Gibt es da so viel zu erzählen? Wir haben uns vielleicht fünf Minuten lang unterhalten. »Wenn Sie wüssten,« schmunzelte Aubrey und bot mir einen Stuhl an. »Wann kann ich mit Violet sprechen? Ist sie heute hier? Warum wollen Sie denn mit Violet sprechen, wenn ich fragen darf? Falls Sie ihr wieder einen Deal anbieten wollen, vergessen Sie es. Damit vergeuden Sie nur Ihre wertvolle Zeit.« Bei der Erinnerung an Violet Simonellis Reaktion auf meinen Vorschlag vom Vorabend entfuhr mir ein wissendes Schnauben. Eigentlich wollte ich mir den Fall noch mal genauer ansehen und nach einer alternativen Lösung Ausschau halten, begann ich. Aubreys verkniffene Gesichtszüge wandelten sich zu einem hoffnungsvollen Strahlen. »Wirklich?« »Ich will Ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Die Chancen, diesen Fall zu gewinnen, stehen extrem schlecht. Dennoch spricht nichts dagegen, ihn sich ein weiteres Mal anzusehen. Leider ist Miss Simonelli recht überstürzt aus meinem Büro verschwunden. Deshalb hatte ich gehofft, sie hier anzutreffen. »Tja, also, das ist so, Landon,« druckste Aubrey. »Wye ist auf einem Außentermin.« »Außentermin. Private Tanzstunden, ein Musikvideo oder wie darf ich das verstehen?« »So ähnlich,« räusperte sich Aubrey pikiert. »So ähnlich?« echote ich. »Nun ja,« Aubrey knetete nervös ihre Hände im Schoß. »Wenn sie in Schwierigkeiten steckt oder dabei ist, sich in Schwierigkeiten zu manövrieren, sollte ich das als ihr Anwalt wissen.« Ich bedachte Aubrey mit meinem ausgefeilten, strengen Anwaltsblick, unter dem so ziemlich jeder einknickte. »Sie ist zu Stellar Constructions gefahren,« piepste Aubrey kaum hörbar und errötete. »Zu Stellar Constructions? Zu der Firma, die im Begriff ist, diese Schule zu kaufen? Was will sie denn dort?« »Sie will mit ihnen reden.« »Worüber?« Aubrey zuckte verlegen die Achseln. »Ich nehme an, sie will erreichen, dass sie uns in Ruhe lassen.« Ich stieß einen Ungläubigen laut aus. »Das ist nicht Ihr Ernst.« »Ich fürchte doch.« »Wann ist dieser Termin? Können Sie Weile davon abhalten, ihn wahrzunehmen? Können Sie sie anrufen?« »Ich kann es versuchen.« Sie hob den Telefonhörer des altmodischen Telefons ab und begann zu wählen. »Sie meldet sich nicht. Mailbox.« Ich erhob mich leise fluchend und ging eiligen Schrittes zur Tür. »Wo wollen Sie hin, Landon?« rief mir Aubrey angespannt hinterher. »Zu Violet. Ich will Sie davor bewahren, einen großen Fehler zu begehen.« Kapitel 5 Violet Wutentbrannt stürmte ich aus dem Aufzug, noch bevor sich dessen Türen im Foyer des Eisklotzes vollständig geöffnet hatten. In meiner Wut übersah ich den Mann, der vor den Aufzugtüren stand und im gleichen Augenblick in den Fahrstuhl einsteigen wollte, indem ich daraus hinausrannte. »Uff!« Entfuhr es mir, als ich an dem harten Körper abprallte und wie ein Flummi in den Aufzug zurückbefördert wurde. Bevor ich mich aufrappeln konnte, wurde ich schon wieder unsanft aus dem Aufzug gezogen und hinter der harten Wand, gegen die ich geprallt war, in Richtung Ausgang geschleift. Sie kann man auch keine Minute aus den Augen lassen, ohne dass Sie Ärger machen, oder? Sie sind eine dieser unverbesserlichen Weltverbesserer mit einem völlig verdrehten Realitätsbild. Ich sag Ihnen was, diese Art von Menschen regen mich tierisch auf, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Sie mich tierisch aufregen. »Was zur Hölle machen Sie hier?«, unterbrach ich den aufgebrachten Redeschwall der harten Wand, die sich als Landon West entpuppte und befreite mich aus seinem unnachgiebigen Klammergriff. »Das frage ich mich selbst auch, glauben Sie mir. Und jetzt senken Sie die Lautstärke Ihrer Stimme und folgen mir aus dem Gebäude, möglichst ohne dabei noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Es ist auch so schon peinlich genug.« »Warum sollte ich ausgerechnet Ihnen folgen?«, zischte ich gereizt und blieb stehen. »Weil Sie auf meine Hilfe angewiesen sind. Wenn ich Ihre Laune richtig deute, ist Ihr Besuch bei Stella nicht allzu gut verlaufen. Was haben Sie sich überhaupt davon erhofft?« »Gute Frage«, murmelte ich mehr zu mir selbst als zu ihm. »Auf so eine Schwachsinnsidee muss man erst mal kommen«, brummte Landon West genervt. Er legte mir seine Hand in den Rücken und dirigierte mich bestimmt in Richtung des Ausgangs. Ich zuckte wie vom Donner gerührt zusammen, weil seine Berührung eine schockartige Hitzewelle durch meinen von Kälte versteiften Körper sandte. »Ist was? Was soll denn sein?« Ich bemühte mich um einen abschätzigen Ton und ließ mich widerstrebend von Landon nach draußen in die Sonne manövrieren. Draußen blieb ich stehen und schloss für einen Moment die Augen, um mich von den warmen Strahlen der Sonne auftauen zu lassen. Auf meinen Armen bildete sich eine Gänsehaut. Die musste zweifellos von dem Temperaturunterschied hier draußen stammen. Jedenfalls war Landons Hand, die noch immer auf meinem Rücken verweilte, ganz sicher nicht der Auslöser dafür. »Wollen Sie hier Wurzeln schlagen, oder warum bleiben wir schon widerstehen?« »Mir ist kalt, okay? Geben Sie mir eine Minute, um mich aufzuwärmen. Da drin ist es so kalt wie in den Herzen der Menschen, die in diesem Eisschloss arbeiten.« Landon West nahm seine Hand von meinem Rücken und trat einen Schritt zurück, um Abstand zwischen uns zu bringen. Er musterte mich abschätzend, was dafür sorgte, dass ich die Gänsehaut auf meinem Körper weiter ausbreitete. »Was zum Teufel?« »Nettes Outfit für eine verbissene Weltretterin«, kommentierte er. »Ich nehme an, dass das ein Kompliment sein soll?« »Eine Feststellung«, entgegnete Landon unbeirrt und riss den Blick von meinen Beinen los. Für den Termin mit Stella hatte ich meine bequeme Fitnesskleidung ausnahmsweise gegen einen modischen, fliederfarbenen Hosenanzug mit passenden Pumps eingetauscht und meine Haare zu einem lockeren Knoten hochgesteckt. Ich ignorierte das Prickeln auf meinem Körper und schob es auf den übermäßigen psychischen Stress, dem ich mich momentan ausgesetzt fand. »Warum sind Sie hier, Landon? Ich habe kein Interesse an einem Deal. Das habe ich denen da oben auch klargemacht.« »Sie haben es denen da oben klargemacht? Was bedeutet das? Muss ich mich auf eine Anzeige gegen Sie einstellen?« Landon West schob die Hände in seine dunkelbraune Anzughose und hob abwartend eine Augenbraue. »Natürlich nicht«, rief ich empört. »Ich habe sachlich und gesittet argumentiert.« Landons Mundwinkel schnellten ironisch in die Höhe. »Was ist? Was schauen Sie so?« »Ich glaube, unsere Definition von sachlich und gesittet ist recht unterschiedlich, Miss Simonelli. Das ist alles.« Ich zog eine Grimasse und löste den Knoten in meinem Haar, um die aufsteigenden Kopfschmerzen zu lindern. »Ich heiße Violett. Hören Sie bitte auf, mich andauernd Miss Simonelli zu nennen, sonst fühle ich mich furchtbar damenhaft und alt.« »Na, das sind Sie ja nun wirklich nicht.« »Danke.« »Damenhaft«, meinte ich. »Damenhaft sind Sie nun wirklich nicht.« Ich legte den Kopf schief und erdolchte Landon mit meinem zornigen Blick. »Die Damen müssen ihrem unwiderstehlichen Charme doch sicher reinweise erliegen,« spottete ich sarkastisch. »Das tun Sie. Ich kann mich vor eindeutigen Angeboten kaum retten,« konterte Landon selbstbewusst. »Können wir jetzt...« »Wohin?« »Ich bringe Sie zur Tanzschule zurück. Dort unterschreiben Sie die Vollmacht für meine anwaltliche Vertretung.« »Und dann legen wir los.« »Ich habe Ihnen doch bereits zu verstehen gegeben, dass ich an einem Deal nicht interessiert bin,« wiederholte ich eindringlich. »Sie wollen in dem Kasten bleiben.« »Ist angekommen.« »Ich kann Ihnen das nicht versprechen, aber ich kann zumindest nach einer Chance suchen, wie wir Ihren Fall doch noch gewinnen.« »Ach ja? Auf einmal?« »Woher rührt dieser plötzliche Sinneswandel?« »Ich bin kein Unmensch, Violett.« Ich presste meine Lippen zu einer schmalen Linie zusammen, um mich daran zu hindern, ihm zu widersprechen. »Sie glauben mir nicht?« »Nein. Kein Wort.« »Ihr Problem. Wollen Sie meine Hilfe nun oder nicht?« »Von wollen kann keine Rede sein.« »Meinetwegen. Aber Sie brauchen mich.« Auf Landons Gesicht zeichnete sich ein teuflisches Lächeln ab. »Wie klingt das für Sie, Violett?« »Sie brauchen mich.« »Sagen Sie es.« »Nein!« »Ich will es hören.« »Und ich will den Weltfrieden. Beides wird wohl auf ewig utopisches Wunschdenken bleiben.« »Also gut. Wir vertagen diesen Punkt. Vorerst.« »Fahren wir jetzt oder wollen Sie noch mehr kapitalistische Firmen aufsuchen, um sie zu verteufeln, wo sie schon mal hier sind?« »Ich biss mir auf die Zunge, um nichts auf die Granaten, die er mir permanent vor die Füße warf, zu erwidern.« »Auch wenn ich es niemals laut aussprechen würde.« »Ich brauchte Landon West.« »Ich war auf seine Hilfe angewiesen.« »Denn mit dem Reinfall bei Stellar Constructions blieb mir nur noch die Möglichkeit, einen anderen fähigen Pro Bono-Anwalt aufzusuchen und zu hoffen, dass er sich meinem Fall sofort annahm.« Die 25 in Frage kommenden Anwälte, die ich heute Morgen in aller Früh abtelefoniert hatte, vertrösteten mich allesamt auf den Herbst. Bis dahin war längst alles verloren. Nein, mir blieb keine Wahl. Ich musste mich auf Landon Wests Angebot einlassen, auch wenn ich ihm nicht abkaufte, dass er über Nacht plötzlich zur Besinnung gekommen war und nun für mich in den Kampf ziehen wollte. Da steckte etwas anderes dahinter. Jemand anderes. Wahrscheinlich verdankte ich Landons unverhofftes Auftauchen Damien, der Wind von dem Ausgang des gestrigen Abends bekommen hatte. »Hey, Träumerin, aufwachen!« Landon schnippte ungeduldig mit den Fingern von meinem Gesicht. »Ist ja schon gut!« Ich schob seine Hand weg und setzte mich in Bewegung. »Wo wollen Sie hin, Violet?« »Na, zur U-Bahn. Oder wollen Sie zu Fuß in die Bronx laufen?« »Weder noch. Ich bin mit dem Wagen hier.« »Das dauert bei dem Verkehr ewig.« »29 Minuten, um genau zu sein. Mit der U-Bahn dauert es mindestens doppelt so lange.« »Und das wissen Sie so genau, weil ich die Strecke heute schon einmal gefahren bin und währenddessen auf dem Handy nachgeschaut habe, wie meine Chancen stehen, sie noch einzuholen, bevor sie in dieses Gebäude reinmarschieren und alle platt machen.« »Sie haben ein völlig falsches Bild von mir, Landon.« »Hm, klar doch. Das haben die Mörder, die ich während meines Referendariats vertreten musste, auch immer gesagt.« »Vergleichen Sie mich jetzt mit einem Mörder, oder wie darf ich das verstehen?« Landon zwinkerte mir frech zu und machte auf dem Absatz kehrt. »Kommen Sie, Violett. Lassen Sie uns fahren, bevor wir hier Wurzeln schlagen.« Ich schloss widerstrebend zu ihm auf. Schweigend hielten wir auf eine Seitenstraße zu und liefen in ein mehrstöckiges Parkhaus. Vor einem schnittigen Sportwagen blieb Landon stehen. Lächelnstriche über das flache Dach des hellsilbernen Geschosses. Kein Herz für Menschen, dafür aber für schnelle Autos, neckte ich ihn, wie durchschaubar. Tja, was soll ich sagen? Sie ist meine Traumfrau. Wer? Na, das Auto. Sie ist wunderschön, gehorcht mir aufs Wort und macht mich bei jedem Ritt glücklich. Ach, ja? fragte ich gedehnt. Ist sie denn eifersüchtig oder steht sie auf flotte Dreier? Wer soll auf flotte Dreier stehen? Landons Stimme nahm einen gefährlich rauchigen Ton an. Na, ihr Auto. Darf ich überhaupt darin mitfahren oder bockt sie dann bei unserem flotten Dreier? Landon biss sich provokant auf die Unterlippe. Sie steht auf flotte Dreier. Genau wie ich übrigens. Aber sie sehen mir nicht wie die Art von Frau aus, die in dieser Hinsicht aufgeschlossen ist. Erklärte er und entsperrte den Wagen. Ich öffnete die Tür und ließ mich auf den Beifahrersitz gleiten. Mit einem Mal saß ich gefühlt auf dem Boden. Unbequem und teuer. Eine scheußliche Kombination. Kein Wunder, dass dieses Auto Landon gefiel. Sie sollten nicht vorschnell über mich urteilen, Landon. So wie sie nicht vorschnell über mich urteilen, Violett? Konterte er unter halb gesenkten Augenlidern und erweckte den Motor mit einem lauten Röhren zum Leben. Touché, flüsterte ich und legte den Anschnallgurt an. Landon steuerte das Geschoss von einem Auto so schnell durch das Parkhaus, als handelte es sich bei dem kargen Betonkäfig um eine Rennstrecke. Kurze Zeit später fuhr er hinaus in den lauen Sommernachmittag und bog auf den Franklin D. Roosevelt East River Drive ein, der entlang der Ostseite Manhattans bis zur Grenze der Bronx führte. Eine Weile sagte niemand etwas. Ich schaute gedankenverloren aus dem Fenster und ließ noch einmal die Ereignisse der letzten Stunde Revue passieren. Das Gespräch mit Camille Dubois, die verlorene Hoffnung, das unerwartete Auftauchen von Landon und mit ihm ein neuer, wenngleich zarter Hoffnungsschimmer am Horizont. Ich drehte den Kopf und wandte mich Landon zu, der sich eine Sonnenbrille aufgesetzt hatte und den Wagen lässig mit einer Hand am Lenkrad durch den Verkehr steuerte. Unwillkürlich blieb mein Blick an ihm hängen, an seinen etwas längeren, blonden Haaren, dem markanten Kinn, dem gemeißelten Wangenknochen mit den dunkelblonden Bartstoppeln, die seinem Aussehen etwas Verwegenes verliehen. Seine Augen wurden von der verspiegelten Sonnenbrille verborgen, doch ich wusste, dass die Bernsteinfarben glänzten und schelmisch aufblitzten, wenn er sich aufregte. Sein durchtrainierter Körper steckte in einem dunkelbraunen Maßanzug, der von dünnen Nadelstreifen durchzogen wurde. Wenn der Kerl nicht so herzlos und gefühlskalt wäre, gäbe er einen ziemlich perfekten Traummann ab. Zumindest äußerlich. Stimmt was nicht? Landon schien meine intensive Musterung bemerkt zu haben. Ertappt sah ich zur Seite und suchte krampfhaft nach einer Erklärung für mein aufdringliches Starren. Habe ich mich vorhin verhört, oder sagten Sie, dass Sie heute bereits in der Bronx waren? Sie haben sich nicht verhört. Was haben Sie dort gemacht? Sie gesucht, Violet. Was sollte ich sonst in der Bronx tun? Mich gesucht? Ja. Ich habe allerdings bloß Aubrey angetroffen. Und die hat Ihnen verraten, wo Sie mich finden. Falls Sie die Tanzschule am Ende doch schließen müssen, könnten Sie sich als Privatdetektivin versuchen, weil Sie kombinieren messerscharf und schnell wie der Blitz. Instinktiv wollte ich ihm für seine vorlauten Sticheleien den Hals umdrehen. Aber das unverschämte, spitzbübige Lächeln, das seine Lippen umspielte und die erotische Art und Weise, wie er meinen Spitznamen betonte, hielten mich davon ab. Verwirrt drehte ich mich zurück zum Fenster und verbarg meine bebenden Hände zwischen meinen Schenkeln. Wie so zum Henker brachte mich dieser Kerl mit seinen Sticheleien dermaßen aus der Fassung. Er beleidigte mich und ich fand es anziehend. Er schimpfte mich aus und ich genoss es. Er kämpfte mit mir und ich wurde allen Ernstes feucht. Verflixt. Von allen Menschen auf der Welt. Warum gerade Landon West? Der kaltherzige Kapitalisten-Obermacho schlechthin. Dieses Kribbeln auf meinem Körper musste schleunigst aufhören. Ich rief mir ins Gedächtnis, dass der einzige Grund, aus dem ich freiwillig Zeit mit Landon West verbrachte, dem Umstand geschuldet war, dass ich Gefahr lief, meinen Lebensmittelpunkt zu verlieren. Mein Privatleben und meine sexuelle Durststrecke gehörten ganz sicher nicht zu der Rettungsmission, auf die ich mich mit Landon begab. Da wären wir, riss mich Landon aus meinen zutiefst unangebrachten Gedanken und parkte den Wagen vor der Schule. Kapitel 6 Landon Oh, hallo Landon. Da sind sie ja wieder. Und sie haben Vi mitgebracht. Aubrey ließ von der Computertastatur ab und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Wie ist es bei Stella gelaufen? Violet zeigte ihr einen nach unten gedrehten Daumen. So gut, ja? Ich sage jetzt nicht, ich habe es dir ja gleich gesagt. Ich unterdrückte ein erheitertes Grinsen und riskierte einen flüchtigen Blick auf die Frau an meiner Seite. Sie verzog gequältes Gesicht und ging zu ihrem Schreibtisch, der sich gegenüber dem von Aubrey befand. Dort zog sie die Mappe mit den Dokumenten, die sie mir bereits am Vorabend gezeigt hatte, aus einer der Schubladen. Ja, bitte. Sie können sich auf meinen Platz setzen, wenn Sie möchten. Ich habe jetzt eine wichtige Unterrichtsstunde, die ich nicht verpassen darf. Danach kann ich Ihnen gerne etwaige Fragen beantworten, falls diese sich bei der Sichtung der Dokumente auftun sollten. Allerdings muss ich gestehen, dass Bree sich in dieser Hinsicht eher als Ansprechpartnerin eignet als ich. Geh du nur. Ich kümmere mich um Landon und sorge dafür, dass es ihm an nichts fehlt. Bei mir ist er in guten Händen, flötete Aubrey erfreut und errötete dezent. Okay, gab Violet gedehnt zurück und ließ ihren Blick von Aubrey zu mir wandern. Ist noch was? Ich beugte mich über den Stapel von Dokumenten, spürte dabei jedoch Violets Blick, der nach wie vor auf mir ruhte. Das machte mich nervös. Mich nervös. Und ja, ich konnte es selbst kaum glauben. Aber unter den durchdringenden Augen dieser Frau wurde mir heiß. Sehr heiß. Das gefiel mir nicht. Ganz und gar nicht. Sie räusperte sich und umfasste die Klinke der Tür, die sie hinter sich zuzog. Lampen. Die Tür öffnete sich wieder und Violet steckte ihren Kopf erneut herein. Ihre haselnussbraunen Augen mit dem hoffnungsvollen Glanz fanden die meinen und ließen mich schlucken. Hm? Danke. Schon gut. Wiegelte ich brüsk ab und vermiete sie noch eine Sekunde länger anzusehen. Kann ich jetzt endlich in Ruhe arbeiten? Wir haben heute Weißgott schon genug wertvolle Zeit vergeudet. Das Knallen der Tür ließ mich zusammenzucken. Hm, sie mag sie, kicherte Aubrey. Das wage ich stark zu bezweifeln. Ach, was? Aubrey machte eine wegwerfende Handbewegung. Sie ist genauso ruppig, zynisch und rechthaberisch wie Seelenden und gleich und gleich gesellt sich bekanntlich gern. Danke für die Blumen, spottete ich und schüttelte belustig den Kopf. Gern geschehen. Möchten Sie einen Kaffee? Nach einer Stunde beendete ich die Sichtung der Schreiben und streckte mich in Violets Schreibtischstuhl. Wie lange dauert diese Unterrichtsstunde, erkundigte ich mich bei Aubrey. Das ist vor den Battles immer schwer vorhersehbar, kommentierte sie entschuldigend. Battles? Was denn für Battles? Tanzbattles. Tanzbattles? Was soll das sein? Verschiedene Gruppen treten im Slash, das ist ein Club in Brooklyn, in Battles gegeneinander an. Sie tanzen gegeneinander. Verstehen Sie? Die besten drei Battlegruppen erhalten ein Preisgeld. Und Violet macht bei sowas mit. Violet arbeitet ein paar Nächte die Woche im Slash und nimmt regelmäßig an den Battles dort teil, ja. Sie hat es trotz allem noch immer drauf und räumt ordentlich ab, wenn sie mittanzt. Das gewonnene Geld steckt sie in die Tanzschule. Es wird sie nicht verwundern zu hören, dass wir hier ziemlich knapp bei Kasse sind. Diese staatlich finanzierten Einrichtungen müssen eben an allen Ecken und Enden sparen. Es reicht hinten und vorn nicht. Warum sagen Sie, dass Violet es trotz allem noch immer drauf hat? Warum trotz allem? Sie sind kein Ballettliebhaber, hm? Ähm, sehe ich so aus? Orby lachte. Ein sympathisches, aufrichtiges Lachen. Ich mochte sie und ihre direkte, ehrliche Art. Sie sehen eher wie ein Jazz-Typ aus. Manchmal. Und gleichzeitig sehen sie mir wie ein Mann aus, der gern ordentlich abfeiert. Manchmal. Ich zwinkerte ihr verschwörerisch zu. Wenn Sie Violet googeln, werden Sie die Antwort auf Ihre Frage finden lernen. Bevor ich etwas auf Aubreys Bemerkung entgegnen konnte, wurde die Tür stürmisch aufgerissen und drei kleine Kids liefen freudig winkend auf Aubrey zu. Hallo, ihr Süßen, begrüßte sie Aubrey überschwänglich. Ich nutzte die Gelegenheit, um mir die Beine zu vertreten und mich in der Tanzschule umzusehen. Die alten Dielen knarrten im Korridor unter meinem Gewicht und machten mich erneut auf den in die Jahre gekommenen Zustand der Schule aufmerksam. Ich folgte der rhythmischen Hip-Hop-Musik und entdeckte Violet in dem Studio am Ende des Flurs. Die weitläufige Glaswand ermöglichte es mir, den gesamten Raum zu überblicken. Violet stand vor einer teils zersplitterten Spiegelwand. Sie trug eine enge Trainingshose, die ihr bis zu den Knöcheln reichte. Dazu ein passendes, baufreies Top. Ihre Sportkleidung, wie schon ihr lässig-eleganter Hosenanzug, den sie zu ihrem Termin bei Stella getragen hatte, war in einem hellen Lavendelton gehalten. Offenbar eine ihrer Lieblingsfarben. Ihre langen Haare hatte sie zu einem strengen Knoten hochgebunden. Einzelne Strähnen, die sich vom Tanzen gelöst hatten, umrahmten ihr erhitztes Gesicht, das ein glückliches, unbekümmertes Strahlen zierte. Das sieht schon echt gut aus, Leute. An der Drehung müssen wir noch ein wenig arbeiten. Die fünf anwesenden Jugendlichen Anfang zwanzig nickten zustimmend und sahen Violet voller Respekt und Bewunderung dabei zu, wie sie ein paar ihrer Moves für alle Anwesenden wiederholte und ihnen erläuterte, wie sie die Körperspannung dabei stets beibehielten. Ich konnte ihnen die anerkennenden Blicke nicht verdenken, weil er gab eine ziemlich geile Tanzprinzessin ab. Ihr Körper gehorchte ihr aufs Wort und bewegte sich so erprobt im Takt der Melodie, als wären ihr Körper und die Musik eins. Sie klatschte in die Hände und wirbelte herum. Also gut, spielen wir es nochmal durch. Alle auf ihre Position. Die Musik, ein beliebtes Hip-Hop-Stück eines bekannten amerikanischen Rappers, setzte ein und Violet hob ihre Hand mit drei gespreizten Fingern. Auf drei, drei, zwei, eins. Die Gruppe begann mit einer schnellen Abfolge von Bewegungen, wie ich sie nur aus Musikvideos kannte. Ich erwischte mich dabei, wie ich rhythmisch mit der Fußspitze auftippte und ziemlich viel Lust auf einen spontanen Clubbesuch bekam. Wann hatte ich das letzte Mal so richtig abgefeiert und es krachen lassen? Das lag gut und gern schon ein paar Wochen zurück. Eindeutig viel zu lange. Die Musik verstummte und Violet applaudierte zufrieden. Gut, das war's. Ich denke, dass wir für heute Abend ausreichend vorbereitet sind. Wir sehen uns um Mitternacht im Slash. Die umstehenden Männer und Frauen Anfang zwanzig, die in Statur, Hautfarbe, Frisur und Style nicht unterschiedlicher sein konnten, klatschten einander fröhlich schwatzend ab und verließen nach und nach das Studio. Allerdings nicht, ohne mich dabei kritisch zu beäugen. Ich ignorierte die Maßmännchenblicke und gesellte mich zu Violet, die sich gerade mit einem Handtuch durch das Gesicht wischte. Als sie mich unmittelbar vor sich stehend bemerkte, zuckte sie ertappt zusammen. »Dafür, dass Sie in der Bronx leben, sind Sie extrem schreckhaft, Lady«, kommentierte ich trocken und bemühte mich, ihr nicht auf die verführerischen Brüste zu starren, die in diesem Sportbüstje einladend hervorquollen und nur darauf warteten, dass man sein Gesicht in ihnen vergrub und hingebungsvoll an ihnen saugte. »Haben Sie sich die Unterlagen alle angesehen?« überging sie meine Neckerei und griff nach ihrer Wasserflasche, wobei sie den Blick auf ihren wundervollen runden Po freigab. »Scheiße! Zeit zu gehen und mich nach einem heißen One-Night-Stimt umzusehen, mit dem ich mir das aufgestaute Testosteron schleunigst aus dem System ficken konnte. Die rassige Tanzbraut kam dafür nämlich eindeutig nicht in Frage. Sie machte bloß Ärger, wann immer sich ihr die Gelegenheit dazu bot. Ich brauchte es im Gegensatz dazu unkompliziert, schnell und unverbindlich. »Landon?« »Ja?« »Ich habe gefragt, ob Sie sich alle Unterlagen angesehen haben.« »Habe ich, ja«, hüstelte ich ertappt. »Aubrey kopiert mir alles. Ich nehme die Papiere mit ins Büro und überlege mir dort, wie wir weiterverfahren.« »Hat sich an Ihrer Einschätzung etwas geändert? Sehen Sie eine Chance für die Schule?« »Ich werde mein Bestes geben, Violet. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen.« »Verstehe«, murmelte sie und zerknüllte. Sie füllte das Handtuch in ihren Händen. »Ich wünsche Ihnen viel Glück bei dem Battle heute Abend. Sah recht ansehnlich aus, was Sie und Ihre Crew da vorhin getanzt haben.« »Sie haben uns zugesehen?« »Nur kurz.« »Also dann, wir hören uns.« Ich wandte mich zum Gehen, doch Violets Stimme ließ mich innehalten. »Es ist Freitagabend.« »Wenn Sie noch nichts vorhaben, sollten Sie später im Slash vorbeikommen und sich die Battles ansehen. Wir bieten den Zuschauern dort eine wirklich coole Show.« Ich drehte mich zu Violet um und zog amüsiert einen Mundwinkel in die Höhe. »Ist das etwa eine Einladung?« Violet öffnete den Knoten in ihrem Haar, sodass es ihr in wilden, feuchten Wellen über die Schulter und die vollen Brüste fiel. Ich stöhnte innerlich auf und verfluchte mich zugleich für meine dreckige Fantasie, in der ich Violet gegen den Spiegel drängte und mich selbstsüchtig an ihrem Körper bediente. Ich will Ihnen lediglich vor Augen führen, für was Sie hier kämpfen, für wen und was Sie Ihre Zeit opfern. »Das sehe ich«, raunte ich heiser. »Und es gefällt mir leider Gottes verdammt gut.« »Wie bitte?« Ich räusperte mich und sah auf. »Ich habe gesagt, ich sehe mal, ob ich es einrichten kann. Und falls ja, bin ich gespannt, ob mir der Slash gefällt. Bisher kannte ich es nämlich nicht.« Kein Wunder, es gehört nicht zu den elitären Clubs, in denen Typen wie Sie für gewöhnlich verkehren. »Vorverurteilen Sie eigentlich jeden oder nur mich?« Das ist keine Vorverurteilung, sondern eine Feststellung. So wie Sie mich vorhin bei Stella als verbissene Weltretterin abgestempelt haben. Touché für die knackige Tanzbraut in Lavendel. Ich fuhr mir durch die zerzausten Haare und erhob mich aus meinem Schreibtischstuhl, um mich ausgiebig zu strecken. Ein Blick auf mein Handy verriet mir, dass es bereits kurz nach 22 Uhr war. Jameson hatte sich vor einer Stunde verabschiedet, allerdings nicht ohne sich erneut gebührend, über meinen unfreiwilligen Pro Bono-Fall in der Bronx auszulassen. Ich schob meine Hände in die Hosentaschen und trat an die verglaste Fensterfront, die das nächtliche Manhattan mit seinen teils beleuchteten Wolkenkratzern überblickte. Am späten Abend gefühlt es mir im Büro am besten. Dann, wenn sich außer mir niemand mehr hier befand. Wenn ich in Ruhe bei einem Glas Whisky die Aussicht bewundern konnte und mir vor Augen führte, was Damien Jameson und ich in den letzten zehn Jahren gemeinsam aufgebaut hatten. Durch harte, unermüdliche Arbeit waren wir zu einer der Top-Kanzleien New York Cities aufgestiegen, verdienten viel Geld, genossen die mediale Aufmerksamkeit, verkehrten in den besten Kreisen. Mit anderen Worten, ich lebte meinen Traum und ich liebte es, kostete es in vollen Zügen aus. Meine Gedanken wanderten wieder besseres Wissen zu Violet, die ihrerseits ihren Traum lebte, wenngleich einen vollkommen anderen Traum. Wie verschieden die Menschen doch waren und dennoch so ähnlich. Jeder träumte von dem großen Glück. Nur dass die Definition von Glück für jeden von uns eine andere Bedeutung gesaß. Manche trauten sich für ihr Glück zu kämpfen, andere wiederum versuchten es erst gar nicht oder warfen bei dem ersten Hindernis das Handtuch. Wieder andere gaben auf halbem Wege auf oder unmittelbar vor dem Ziel und bei manchen blieb der Traum vom Glück stets genau das. Ein Traum. Nicht so bei mir. Ich gehörte zu den Kämpfern. Zu denen, die ihr Ziel nicht aus den Augen ließen, bis sie die Ziellinie überquerten. Egal wie lange es dauerte. Egal welche Hindernisse sich auftaten. Egal wie unerreichbar das Ziel schien. Ich kämpfte für mein Glück. Genauso wie Violet. Die Tanzschule bedeutete ihr so viel wie mir meine Kanzlei. Nur eben aus völlig anderen Gründen. Ich liebte die Kanzlei, weil ich es liebte zu gewinnen. Weil es mir gefiel, Unmengen an Geld zu verdienen. Weil es mir schmeichelte, in aller Munde zu sein. Violet liebte die Tanzschule, weil sie es liebte, anderen zu helfen. Ihnen einen Zufluchtsort und eine Perspektive zu bieten. Ihnen Hoffnung zu schenken. Violet liebte es zu geben. Ich hingegen liebte es zu nehmen. Und daraus machte ich keinen Hehl. Ich hatte in all den Jahren als Anwalt nie vorgegeben, ein herzensguter, selbstloser und hilfsbereiter Mensch zu sein. Denn das war ich nicht. Im Gegensatz zu Damien, dem edlen Ritter in weißer Rüstung. Bisher konnte ich mit diesem Wissen stets problemlos in den Spiegel schauen und guten Gewissens lächeln. Mehr noch, ich war bisher regelrecht stolz darauf gewesen, so ein harter, unbeugsamer und gewiefter Hund zu sein. Bisher, bis heute, zum allerersten Mal in meinem Berufsleben fühlte ich mich unwohl in meiner Haut. Der Besuch in der Bronx, speziell in der Tanzschule, hatte etwas in meinem Bewusstsein wachgerüttelt, von dem ich nicht einmal wusste, dass es überhaupt existierte. Und um ehrlich zu sein, verwirrte es mich, was auch immer es bedeutete. Ich konnte dieses Es, dieses Etwas beim besten Willen nicht zuordnen, rein gar nichts damit anfangen. Doch es war da. Es war da und begleitete mich seit meinem Besuch in der Tanzschule ausgesprochen hartnäckig. Seit meinem Besuch bei Violet machte sich dieses stumpfe, beharrliche Klopfen in meiner Brust bemerkbar, das mit jeder Stunde lauter wurde und sich vehement weigerte, mich loszulassen. Ich rieb mir in der Hoffnung auf Linderung über die Brust. Vergeblich. Seufzend schaltete ich die Schreibtischlampe aus und klappte die Akte, die ich für Violets Fall angelegt hatte, zu. Dann fuhr ich mit dem Fahrstuhl hinunter in die Tiefgarage und atmete tief durch, als ich kurz darauf die Schranke passierte und hinaus in die New Yorker Nacht fuhr. Doch statt nach rechts in Richtung Upper East Side zu fahren, lenkte ich den Wagen nach links, in Richtung Brooklyn. Ich brauchte dringend ein Bier und ein wenig Ablenkung. Warum ich mir dafür ausgerechnet das Slash aussuchte, das war eine Frage, über die ich lieber nicht genauer nachdachte. Kapitel 7 Violet Ein kühles Lager, bitte. Ich hielt inne und ließ das Abdrucktuch sinken. Ich kannte diese neckische, maskuline Stimme. Langsam hob ich den Kopf und begegnete den herausfordernd blitzenden Augen von Landon, die mich fest in ihrem Blick gefangen hielten. Sieh an, welch Glanz in unserer bescheidenen Hütte! scherzte ich, um meine Überraschung über sein unverhofftes Auftauchen zu überspielen und reichte ihm ein kühles Bier über die Theke. Geht aufs Haus! Danke! Du wirkst überrascht, mich hier zu sehen. Dabei hast du mich doch selbst eingeladen! grinste Landon frech und ging völlig selbstverständlich zum Du über. Um ehrlich zu sein, wirkte das Sie in diesem Club auch ziemlich fehl am Platz. Trotzdem sollte ich schleunigst an meinem Pokerface arbeiten, denn dass Landon die Gedanken von meinem Gesicht ablesen konnte, durfte ich auf keinen Fall zulassen, wenn ich in unseren Reibereien die Oberhand behalten wollte. Ich bin bloß überrascht zu sehen, dass du noch immer die Klamotten von heute Nachmittag trägst, flunkerte ich und bemühte mich dabei um einen gleichgültigen Tonfall. Du scheinst ja ganz schön genau hinzuschauen, wenn dir meine Kleidung im Gedächtnis geblieben ist, konterte er. Stimmt, ich hatte genau hingeschaut. Warum? Weil Landon West in seinem maßgeschneiderten Snobanzug eine ziemlich heiße Figur abgab. Aber das würde er niemals erfahren. Selbstverständlich habe ich bemerkt, was du trägst. Schließlich bist du damit in der Tanzschule aufgefallen wie ein Einhorn zwischen lauter Eseln, gab ich stattdessen zurück. Also, ich bin ein Einhorn und du ein Esel? Erwiderte er augenzwinkernd und führte lässig die Bierflasche an seine Lippen. Dieser Vergleich gefällt mir, sehr treffend formuliert. Allerdings bestehe ich darauf, ein Hengst zu sein. Ein schwarzes Hengsteinhorn. Was auch sonst, schnaubte ich kopfschüttelnd und nahm die Bestellungen einiger wartender Clubbesucher entgegen. Landon drehte sich auf seinem Barhocker von der Bar weg und widmete seine Aufmerksamkeit der Tanzfläche unter ihm. Als er sich mir nach einiger Zeit wieder zuwandte, schwang Neugier in seiner Stimme. Erzähl mal, wann gehen diese Battles los? Ich warf einen raschen Blick auf meine Armbanduhr. Um Mitternacht, also in einer halben Stunde. Gleich kommt meine Ablöse, informierte ich ihn. So wie ich nach Severna Ausschau hielt, bahnte diese sich auch schon einen Weg durch die Menschenmassen. Ich wusch mir die Hände und machte mich zum Aufbruch bereit. Landon beobachtete mich schweigend und trank einen weiteren Schluck aus seiner Bierflasche. Viel Glück, wünschte er mir, als ich hinter dem Tresen hervorkam und mich von ihm verabschiedete. Danke, von hier hast du eine gute Sicht auf die Show. Wir sehen uns danach. Danach? Ich dachte, deine Schicht sei jetzt beendet, antwortete er stirnrunzelnd. Meine Schicht ist erst vorbei, wenn der Club zumacht. Severna springt lediglich während der Battles für mich ein, erklärte ich ihm mit einem knappen Kopfnicken in Richtung meiner Kollegin. Verstehe, murmelte Landon. Jedoch hörte es sich viel mehr so an, als wäre das genaue Gegenteil der Fall. Meine Crew wartete bereits neben der Tanzfläche auf mich und tanzte sich gemeinsam mit mir warm. Obwohl wir nahezu wöchentlich an den Battles teilnahmen, lag jedes Mal von neuem Nervosität in der Luft, die sich mit aufgeregter Vorfreude in einem aufputschenden Adrenalinschub entlud. Vergesst nicht, wir sind in erster Linie hier, um Spaß zu haben, okay? rief ich ihnen in Erinnerung. Natürlich waren meine Kids nicht dumm. Sie wussten, dass mir das Wasser bis zum Hals stand und es in der Tanzschule an allen Ecken und Enden fehlte. Aber die Wahrheit kannten sie nicht. Und dabei sollte es auch bleiben. Denn ich vertraute darauf, dass Landon eine Lösung fand, mit der wir das drohende Unheil noch irgendwie abwenden konnten. Wir holen uns das Preisgeld für die Schule, weil, dann haben wir fast genug Kohle beisammen, um den Spiegel im Studio auszutauschen, versicherte mir Malcolm, ein begabter Tänzer Anfang 20. Das wäre schön, aber setzt euch deswegen bitte nicht unter Druck. Genießt euren Auftritt und habt Spaß. Mehr verlange ich nicht von euch. Das Ersterben der Musik, die aufflackernden Lichter und die damit einhergehende Ankündigung der Battles beendete unser informelles Team-Meeting. Wir klatschten einander ab und lauschten der Auslosung der Gruppen, die in den folgenden Minuten gegeneinander antreten würden. In jedem Battle traten jeweils zwei Gruppen gegeneinander an, wobei eine der beiden Gruppen basierend auf der Lautstärke des Applauses gewann und in die nächste Runde einzog. Zum Schluss machten die beiden Finalistengruppen den Sieg unter sich aus. Bring it on! jubelten die umstehenden Clubbesucher und heizten die sowieso schon aufgeladene Atmosphäre mit ihren begeisterten Rufen und Pfiffen noch weiter an. Mein Herzschlag beschleunigte sich. In meinem Mund machte sich ein säuerlicher Geschmack breit. Ein flaues Gefühl rumorte in meinem Magen. Adrenalin. Es schoss berauschend wie Heroin durch meine Venen und sorgte für den mir so bekannten Kick. Ich blendete alles um mich herum aus und konzentrierte mich allein auf die Musik. Im ersten Battle tanzte jede Gruppe die eigens dafür einstudierte Choreografie zu einem von ihr ausgewählten Song. So weit, so einfach. Die eigentliche Herausforderung folgte jedoch unmittelbar darauf, denn nach dem ersten Battle mussten die Gruppen improvisieren und sich blitzschnell binnen weniger Sekunden coole Tanzschritte ausdenken, die zu der Musik, die der DJ zum Besten gab, passten und die Moves der Gegner an Können und Raffinesse übertrafen. Als nächstes tanzen die Wildcats gegen die Bronx Beasts, kündigte der MC unseren Auftritt an. Let the show begin, pushte ich mich gedanklich und marschierte mit meiner Gruppe erhobenen Hauptes auf die Tanzfläche. Kapitel 8 Landon Sie hier? Ich riss meinen Blick von dem Geschehen auf der Tanzfläche unter mir los und schaute in das verwunderte Gesicht von Aubrey. Hi, begrüßte ich sie, ohne näher auf ihre Frage einzugehen und schenkte ihr ein angedeutetes Lächeln. Komme ich zu spät? Wollte sie wissen und zog einen der Barhocker neben mich an das Geländer unweit der Bar, von dem aus sich uns ein vollumfänglicher Blick auf die Tanzfläche brunt. Gerade rechtzeitig, antwortete ich und deutete mit einem Kopfnicken auf die Tanzfläche unter uns, wo Violets Gruppe sich in diesem Augenblick positionierte. Die ersten Takte der Melodie, zu der sie am Nachmittag in der Schule trainiert hatten, setzte ein und die Gruppe begann unter dem stetig lauter werdenden Applaus der Clubgäste mit ihrer eindrucksvollen Darbietung. Yes, sie sind weiter! Sie sind in der nächsten Runde! Jubelte Aubrey lauthals bei der Verkündung des ersten Battlesiegs und trommelte überschwänglich mit den Händen auf das Geländer. Gebannt verfolgten wir das Geschehen und die Battles unter uns, die mit jeder Runde an Intensität zunahmen. Der Club pulsierte, vibrierte, ja, jubilierte förmlich. Es war der Wahnsinn! Ich ließ mich von Aubrey und den anderen Gästen anstecken, klatschte und pfiff überschwänglich nach jedem Auftritt von Violets Truppe. Ziemlich cool, oder? grinste Aubrey und musterte mich von der Seite. Ich muss gestehen, dass es verdammt abgefahren ist, ja, pflichtete ich ihr bei und erwiderte ihr Grinsen. Ich denke, wir haben gute Chancen, ganz vorn mitzumischen. Vi ist heute irgendwie besonders gut drauf. Woran das wohl liegen könnte? Oder sollte ich fragen, an wem? Aubrey wackelte vielsagend mit den Augenbrauen und deutete mit dem Finger auf mich. Wie bitte? Mit mir hat das bestimmt nichts zu tun, gluckste ich ungläubig. Da wäre ich mir nicht so sicher, kicherte Aubrey und fuhr sich durch ihren dunkelblonden Wuschelkopf. Sie hüpfte von ihrem Barhocker und kam kurz darauf mit zwei Flaschen Bier für uns zurück. Danke. Ich prostete ihr zu und widmete mich wieder der Tanzfläche. Mittlerweile waren die gegeneinander antretenden Gruppen merklich geschrumpft. Ein klares Zeichen dafür, dass wir uns dem Finale näherten. Mit Genugtuung stellte ich fest, dass Violets Gruppe noch immer vorn mitmischte. Dabei konnte es mir wirklich egal sein, ob sie weiterkamen oder ausschieden. Doch zu meinem Leidwesen ertappte ich mich dabei, wie ich angespannt mitfieberte und der verbissenen Weltretterin fest die Daumen drückte. Besagte Weltretterin trug heute Abend hautenge schwarze Lederleggins, ein feuerrotes, bauchfreies Top und darüber eine weite Collegejacke. Lässige Sneaker und ein hoher Pferdeschwanz rundeten ihr überaus gelungenes Badass-Image ab. Die selbstbewusste Violet, die dort unten auf der Tanzfläche heftig abfeierte, stand im krassen Kontrast zu der kontrollierten, anmutigen Tänzerin vom Nachmittag. Fasziniert von dieser Verwandlung schüttelte ich den Kopf, was Aubrey nicht entging. Kaum zu glauben, dass sie mal eine gefeierte prima Ballerina war, oder? Sie wirkte unten eher wie eine krasse Gangsterbraut. Ich wandte mich Aubrey zu und knipp verwirrt die Augen zusammen. Wer war mal eine gefeierte prima Ballerina? Na why? Haben Sie sie denn nicht gegoogelt? Ich erinnerte mich dunkel an die Aufforderung von Aubrey, nach Violets im Internet zu recherchieren, um Antworten auf meine Fragen vom Nachmittag zu finden. Bei all dem Trubel hatte ich das jedoch vollkommen vergessen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, gestand ich wahrheitsgemäß. Aber anscheinend sollte ich das schleunigst nachholen. Aubrey leerte ihre Flasche und hielt sie mir auffordernd hin. Vorschlag! Wir lassen das alberne Sie und du holst uns noch zwei Bier. Möglicherweise lockert sich dann meine Zunge und ich gewähre dir einen intimen Einblick hinter die Kulissen. Klingt nach einem überaus verlockenden Deal, schmunzelte ich belustigt über ihr zweideutiges Angebot und tauschte die zwei leeren Bierflaschen an der Bar gegen zwei Voller aus. Gemeinsam durchlebten Brie und ich die letzten Battles des Abends und klatschten uns euphorisch ab, als Violets Gruppe es schließlich bis ins Finale schaffte. Bei der letzten finalen Performance ertappte ich mich dabei, wie ich gespannt den Atem anhielt und meine Bierflasche fest umklammerte. Aubreys und meine Augen klebten geradezu an der sechsköpfigen Gruppe, die sich im Zehn-Sekunden-Takt mit der gegnerischen Gruppe battelte. Immer wieder tanzten die beiden Gruppen abwechselnd gegeneinander und forderten sich heraus, duellierten sich. Mit jedem Battle stieg der Jubel der Zuschauer und heizte die Tänzer in ihrer Darbietung weiter an. Keine Gruppe war bereit aufzugeben. Sie kämpften hart um den Sieg und lagen meiner Meinung nach fast gleich auf. Doch dann geschah es. Die gegnerische Gruppe verpasste ihren Einsatz, weil ihnen auf Anhieb kein passender Einstieg zu dem neuen Song einfiel. Damit kickten sie sich automatisch ins Aus. Die Menge tobte und der MC verkündete Violets Gruppe als verdienten Sieger des Abends. Was für eine Hammershow! japste Aubrey heiser vom Schrein und stellte sich auf ihren Barhocker, der unter ihren überschwänglichen Jubelrufen bedrohlich schwankte. Ich beugte mich zu ihr herüber und hielt ihren Hocker fest, um Aubrey davor zu bewahren, in ihrem angeheiterten Zustand fünf Meter in die Tiefe zu stürzen. Okay, Aubrey, jetzt beruhigen wir uns mal wieder und du erfüllst deinen Teil des Deals, rief ich gegen den Bass an und umfasste ihren nackten Knöchel, um ihr zusätzlichen Halt zu geben. Hm, das gefällt mir. Lass deine Hand ruhig weiter nach oben wandern, giggelte sie und ließ sich zurück auf den Hocker sinken. Ich schnaubte amüsiert über ihre direkte, unverblümte Art. Aubrey war wirklich ein verrückter Zeitgenosse. Was ist jetzt mit der prima Ballerina? steuerte ich das Gespräch in die Richtung, die mich interessierte. Violet würde jeden Moment zurückkehren und in ihrer Gegenwart konnten wir uns schlecht über sie unterhalten. Na schön, lenkte Aubrey ein und näherte sich mir, um nicht gegen den Lärm im Club anschreien zu müssen. Ich gebe dir die Kurzversion. Zu mehr reicht meine Stimme heute Abend nicht mehr aus. Ich nickte zustimmend und machte eine ungeduldige Handbewegung. Schieß los. Aubrey seufzte theatralisch und verzog melancholisch das Gesicht, so als würde ihr die Erinnerungen an das Geschehene physisch wehtun. Doch dann erhellten sich ihre Augen unverhofft und ihre angespannten Gesichtszüge nahmen einen verzückten Ausdruck an. Vi gehörte seinerzeit zu den besten Balletttänzerinnen des Landes. Man feierte sie, vergötterte sie regelrecht. Sie war ein geschliffener Rohdiamant, der so hell leuchtete, dass es einen nahezu blendete. Aubrey machte eine beinahe dramatische Pause und holte tief Luft, so als müsse sie sich auf das, was jetzt folgte, mental vorbereiten. Vi war mit Abstand die Beste. Bis zu ihrem Unfall. Unfall? Was für ein Unfall? Vi ist an einem kalten Wintermorgen auf der vereisten Straße ausgerutscht und ungeknickt. Es folgte eine Odyssee an OPs, die zwar allesamt gut verliefen, aber Weißfuß blieb für die enormen körperlichen Belastungen des Balletts unbrauchbar. Mit ihrer Karriere war es von einem auf den anderen Tag vorbei. Aubrey presste verbittert die Lippen aufeinander. Das tut mir leid, beteuerte ich aufrichtig und blickte zu Violet auf die Tanzfläche, die sich lächelnd mit ihrer Gruppe unterhielt. Nichts deutete auf das ihr widerfahrende Unglück hin. Sie ist damals in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen, weil das Leben für sie nur aus einem bestand, dem Tanzen. Vi kannte nichts anderes und sie konnte auch nichts anderes. Verstehe, murmelte ich. Woher kennt ihr beiden euch? Ich habe damals nach der Uni als Mädchen für alles am Broadway gearbeitet. Zu der Zeit gehörte Vi zu den vielversprechendsten, aufstrebenden Ballerinen. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und über die Jahre eine enge Freundschaft entwickelt. Und wie kamt ihr vom Broadway im Herzen Manhattans an eine Schule für perspektivlose Kids und Jugendliche in der Bronx? Das erscheint mir doch ein krasser Berufswechsel. Ein Jahr vor Vi's Unfall habe ich den Broadway verlassen, weil ich mich beruflich weiterentwickeln wollte. Durch eine ehemalige Dozentin bekam ich die Chance, das Büro eines staatlich geförderten Tanzprojektes in der Bronx zu leiten. Es gefiel mir dort von Anfang an richtig gut, sodass es mir nicht weiter schwer fiel, vom Broadway Abschied zu nehmen. Und Vi? Worte ich nach. Ich hielt weiterhin eng Kontakt zu Vi. Nachdem ihre professionelle Tanzkarriere ein jähes Ende nahm, habe ich ihr monatelang dabei zusehen müssen, wie sie sich verkriecht und in Trauer versinkt. Irgendwann wurde es mir zu bunt und ich habe sie in einer Hauruck-Aktion mit mir in die Bronx geschleppt, um mir zu zeigen, dass sie nicht die einzige Person auf der Welt ist, der es schlecht geht. Das kann ich mir bei dir bildlich vorstellen, kommentierte ich trocken. Hm, ich werte das mal als Kompliment, konntete sie achselzuckend. Auf jeden Fall hat Vi dieser Ausflug zu denken gegeben. Eine Woche später stand sie auf einmal vor meiner Tür und fragte mich, ob wir zufällig auf der Suche nach einer neuen Tanzlehrerin seien. Aubrey hielt inne und lächelte verschmitzt. Der Rest ist Geschichte. Sie hat die Tanzschule zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein Ort der Hoffnung. Ein Ort der freien Entfaltung. Ein Ort der Zuversicht. Der Rettung, wenn du so willst. Als die Pächterin der Tanzschule vor zwei Jahren in Rente gegangen ist, hat Vi ohne zu zögern ihren Posten und ihre Aufgaben übernommen. Hm, brummte ich nachdenklich. Hey, ihr beiden! Na, wie waren wir? Violets fröhliche Stimme riss mich erprobt aus meinen Gedanken. Ich sah auf und zwang mich zu einem unverbindlichen Grinsen. Ganz passabel. Na, besten Dank auch, lachte Violet und umarmte ihre Freundin, die ihr herzlich zu ihrem Sieg gratulierte. Bleibst du noch, Brie? Nein, ich muss morgen auf die Kinder meiner Schwester aufpassen und da die mit allen Wassern gewaschen sind, sollte ich dafür besser ausgeschlafen sein, entgegnete Aubrey mit einer gequälten Grimasse. Schade. Violet machte ein enttäuschtes Gesicht. Wie steht's mit dir, Landon? Bleibst du noch? warnte sich Aubrey an mich. Ich fürchte, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, offenbarte ich mit einem Blick auf mein mittlerweile drittes Bier. Ich bin mit dem Auto hier. Bevor ich mich hinter Steuer setze, muss ich meinen Alkoholpegel ein wenig herunterschrauben. Na, das passt doch ganz wunderbar. Dann kannst du Violet nämlich nach Hause fahren, wenn ihre Schicht endet, flötete Aubrey, wobei ein berechnendes Glitzern in ihren Augen funkelte. Aubrey, zischte Violet. Lass das. Was soll ich lassen? zwitscherte diese unschuldig. Du wohnst in Queens. Wenn Landon zurück nach Manhattan fährt, muss er sowieso an Queens vorbei. Es bietet sich also an. Was doch nicht unnötig kompliziert war. Violet warf Aubrey einen vernichtenden Blick zu und sah mich entschuldigend an. Das ist wirklich nicht nötig. Ich zuckte unbedarf die Achseln und bemühte mich, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich diesem Vorschlag nicht gänzlich abgeneigt war. Eine Tatsache, die mich offenkundig ziemlich irritierte. Aubrey hat recht. Queens liegt auf dem Weg. Überleg es dir. Wenn du willst, nimm ich dich nachher mit. Vorausgesetzt natürlich, du kannst dich überwinden, in einer angeberischen Kapitalistenkarte mitzufahren, unterbreitete ich ihr mein unverbindliches Angebot, wobei ich mir den kleinen Seitenhieb in Richtung ihrer kommunistischen Weltanschauung nicht verkneifen konnte. Na, dann ist ja alles Paletti. Aubrey strahlte zufrieden und gab ihrer Freundin einen Kuss auf die Wange. Bis Montag ihr zwei. Und viel Spaß noch. Drei Stunden später endete Violets Schicht. Wir verließen gemeinsam das Slash und gingen zu meinem Wagen, der eine Querstraße weiterparkte. Violet schwieg und ich tat es ihr gleich. Seit Aubreys Aufbruch hatten wir kaum ein Wort miteinander gewechselt. Das lag vor allem daran, dass die Bestellungen der Clubgäste Violet auf Trab hielten. Dennoch beschlich mich das leise Gefühl, dass Violets mich aus irgendeinem Grund absichtlich mied. Ein Umstand, der mir recht gelegen kam. Denn er bot mir die Gelegenheit, über das nachzudenken, was Aubrey mir zuvor berichtet hatte. Hast du was dagegen, wenn wir einen kurzen Zwischenstopp einlegen und uns was zu essen holen? brach ich das angestrengte Schweigen zwischen uns. Nein, gar nicht. Das verräterische Knurren ihres Magens untermalte Violets Antwort. Sieht so aus, als wären wir beide hungrig. Hast du auf irgendwas Bestimmtes Lust? Violet stieß ein verhaltenes Schnauben aus, was ihr einen flüchtigen Seitenblick von mir einbrachte. Was ist? Nichts, lachte sie unbeschwert. Ich vermute nur, dass du diese Worte bei Frauen für gewöhnlich in einem anderen Zusammenhang verwendest. Haha, was bist du doch für ein Spaßvogel, antwortete ich mit einem sarkastischen Unterton und stieß ihr spielerisch mit dem Ellenbogen in die Rippen. Wer hätte gedacht, dass die verbissene Weltretterin eine dermaßen schmutzige Fantasie besitzt? Violet funkelte mich schelmisch an. Wenn du das allen Ernstes für schmutzig hältst, hast du absolut keine Ahnung von Frauen und ihren schmutzigen Träumen. Landon West. Nun war es an ihr, mich spielerisch in die Rippen zu boxen. Ich stand wie vom Donner gerührt vor meinem Wagen und schaute Violet dabei zu, wie sie sich grazil auf dem Beifahrersitz niederließ und die Tür hinter sich zuzog. Kopfschüttelnd ging ich um den Wagen herum und ließ mich auf den Fahrersitz gleiten. Ich habe also absolut keine Ahnung von schmutzigen Frauenträumen, hm? Tja, was soll ich sagen? Die meisten Männer überschätzen sich und ihre Fähigkeiten. Du bist also nicht allein damit. Ich lachte laut auf und beugte mich verspürerisch zu ihr herüber. Wenn das so ist, warum erzählst du mir nicht etwas über schmutzige Frauenträume, während ich uns was zu essen besorge? Ich bin durchaus lernfähig und ich möchte ungern dumm sterben. Violet lächelte frech. Ich will nicht riskieren, dass du gegen den nächsten Laternenmast fährst, weil meine sexuellen Ausführungen deine heile Welt ins Wanken bringen. Von wegen, grinste ich. Da hat wohl jemand den Mund zuvor genommen. Zuerst große Töne spucken und wenn es darum geht, Farbe zu bekennen, einen Rückzieher machen. Warum überrascht mich das nicht? Violet zog provokativ eine Augenbraue in die Höhe, erwiderte jedoch nichts. 1 zu 0 für den Kapitalisten, Macho, zwinkerte ich und startete den Porsche. Siegessicher lenkte ich das Auto durch die ruhigen Straßen, während ich zufrieden zu der gemütlichen Jazzmusik im Radio pfiff, die in diesen frühen Morgenstunden gespielt wurde. Ich umklammerte den Türgriff so fest, dass meine Fingerknöchel weiß hervortraten. Das lag jedoch nicht etwa an Landons Fahrstil, denn der lenkte den schnittigen Porsche entspannt und sicher durch die frühmorgendlichen Straßen New Yorks. Nein, der Auslöser für meinen Würgeschlangen-Klammergriff war niemand anderes als ich selbst. Warum flirtete ich mit dem arroganten, herzlosen, Besserwisser-Kapitalisten? Warum ließ ich mich an seiner Gegenwart zu expliziten Sticheleien hinreißen? Warum bildete sich bei unseren ständigen Stänkereien eine prickelnde Gänsehaut auf meinen Armen? Und warum verursachte der Anblick von Landon, der die Ärmel seines maßgeschneiderten Hemdes leger bis zu den Ellenbogen hochgekrempelt hatte und gerade Gedanken verloren mit seinen Händen das Lenkrad entlangstrich ein verräterisches Ziehen in meiner Mitte? Shit! Nein! Totaler Obershit! Ja, okay. Aubrey predigte mir andauernd, ich solle endlich mein tief begrabenes Liebesleben ausbuddeln und es wiederbeleben. Und das wollte ich ja auch. Aber doch nicht mit Landon! Auf keinen Fall mit Landon! Der Mann stand für alles, was ich vor ein paar Jahren auf Nimmerwiedersehen hinter mir gelassen hatte. Und mit dieser Entscheidung war ich stets gut gefahren. Ich hatte sie keinen Tag bereut. Bis jetzt. Bis dieser abgebrühte, machtgeile Promi-Anwalt daherkam und mich nach Strich und Faden beleidigte und bekriegte. Mich provozierte und schikanierte, wann immer sich ihm die Gelegenheit dazu bot. Und der mein sexuelles Verlangen mit diesem unziemlichen Verhalten, aus mir völlig unerklärlichen Gründen, rettungslos entflammen ließ. Na toll! Wie steht's mit deinem Burger? Isst du sowas oder tun dir die Tiere, die dafür ihr Leben lassen mussten, zu leid? Fragte er in seiner für ihn so typischen, unbedarften Art. Passt schon, in dem Burger sind sowieso keine Tiere drin, sagte ich leicht hin. Irritiert drehte sich Landon zu mir. Wieso sind da keine Tiere drin? Da ist alles Mögliche drin, nur eben kein Tierfleisch. Manche behaupten, die Patties würden aus gentechnisch veränderter Baumwolle bestehen. Andere schwören Stein und Bein, sie seien mit Plastik oder gar Menschenfleisch gestreckt. Bitte? Sag bloß, das wundert dich. In den Ländern, aus denen das Zeug importiert wird, zählen Menschenleben nichts. Das weißt du so gut wie ich. Natürlich übertrieb ich schamlos, aber Landons fassungsloser Blick war die kleine Flunkerei allemal wert. Gentechnisch veränderte Baumwolle, was für einen Scheiß du erzählst? gluckste er. Vergiss nicht das Menschenfleisch. Bullshit, why? lachte er, doch die Unsicherheit in seiner Stimme entging mir nicht. Ich zuckte unbeirrt mit den Schultern. Wie du meinst, ich nehme eine Portion Pommes bitte. Bestehen die denn wenigstens aus echten Kartoffeln? Wohl eher nicht, gab ich gleichgültig zurück und unterdrückte ein belustigtes Grinsen. Zwei Pommes und zwei Cola, gab Landon die Bestellung auf. Vorausgesetzt, die Cola wurde nicht aus dem Abwasser der städtischen Kläranlage gewonnen oder mit Rattenblut gestreckt. Die Bedienung, die durch das geöffnete Fenster des Drive-Thru unsere Bestellung aufnahm, sah Landon vollkommen verstört an. Ihr Blick war goldwert. Ich schaffte es nicht, länger an mich zu halten und prustete los. Dicke Tränen liefen mir über die Wangen und mein Bauch vibrierte so sehr unter meinem ausgelassenen Lachen, dass es mich nicht wundern würde, wenn sich dort in Kürze ein ordentlicher Muskelkater bemerkbar machte. Beachten Sie sie nicht, sie ist zwangsgestört, flüsterte Landon der Bedienung verschwörerisch hinter vorgehaltener Hand zu und nahm Duncan die Tüte mit den Pommes und den Getränken entgegen. Besagte Bedienung schloss eilig das Fenster, was mich nur noch lauter lachen ließ. Wahrscheinlich dachte sie, wir seien aus der Psychiatrie ausgebrochen und hätten auf unserer Flucht den Porsche geknackt. Lass uns besser fahren, bevor sie noch die Polizei ruft, japste ich heftig nach Atem ringend. Bei deinem Anblick würde mich das nicht weiter wundern, Wei. Du hast dir ordentlich Angst eingejagt, entgegnete Landon tadelnd, doch seine zuckenden Mundwinkel verrieten ihn. Ganz bestimmt bin ich der Ursprung ihrer Panik und nicht etwa die mit Rattenblut gestreckte Cola, kicherte ich. Du hast eben diese seltsame Wirkung auf die Menschen in deinem Umfeld, Wei. Murmelte Landon, ließ jedoch offen, was genau er damit meinte. Auf einem nahegelegenen Parkplatz an der Hauptstraße Hield Landon stellte den Motor ab und reichte mir meine Pommes samt Cola. Hätte nicht gedacht, dass du der Typ für Fast Food bist, stellte ich mampfend fest und trank einen Schluck von dem koffeinhaltigen Getränk. Sondern? erwiderte Landon mit hochgezogener Augenbraue. Kaviar, Hummer und Filetsteaks. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Bloß, weil ich an einem Tag eine rothaarige Studentin Anfang 20 vernasche, muss ich noch lange nicht auf die blonde mormen ihren Vierzigern verzichten. Beide verschaffen mir auf ihre Art Hochgenuss. Es hängt einzig davon ab, auf wen, beziehungsweise auf was ich gerade Lust habe. Rums. Dieser Seitenhieb saß. Dagegendlich ein Faustschlag ins Gesicht beinahe schon einer sanften Streicheleinheit. Was ist mit dir, Wei? Mit mir? Landons Augen ruhten wachsam auf mir und schimmerten verärgert. Ja, mit dir. Ich will dir nämlich nicht unterstellen, dass du der Typ Frau für nachhaltigen Salat aus dem eigenen Anbau bist. Deshalb frage ich dich lieber, statt dich vorschnell in eine Schublade zu stecken. Ich wollte dich nicht beleidigen, verteidigte ich mich, weil die Empörung, die in seiner Stimme schwang, nicht zu überhören war. Warum tust du es dann trotzdem andauernd? Weil ich Menschen wie dich kenne. Menschen wie mich? Was soll das denn heißen? Nichts. Vergiss es. Du hast ja recht. Er nahm mir wortlos meinen Cola-Becher aus der Hand und stieg aus, um ihn zusammen mit seinem Becher und den leeren Pommes-Tüten in den Müll zu werfen. Als er wieder einstieg, atmete er tief durch und wandte sich mir zu. Ich habe grundsätzlich immer recht, aber danke, dass du es noch einmal für alle Anwesenden hervorgehoben hast. Jetzt, wo wir das geklärt haben, darf ich dich zur Abwechslung mal was fragen? Ich seufzte und rieb mir durch die müden Augen. Was willst du wissen? Warum liegt dir so schrecklich viel daran, diese Kids zu retten? Die Frage überraschte mich. Nicht unbedingt der Inhalt der Frage, sondern vielmehr sie ausgerechnet aus Landons Mund zu hören. Warum interessierten ihn meine Beweggründe? Bisher war ich stets davon ausgegangen, das Schicksal der Schule kümmere ihn nicht die Bohne und er könne es kaum erwarten, den Fall endlich zu den Akten zu legen. Weil die Kids mich gerettet haben, beantwortete ich seine Frage mit einem wehmütigen Lächeln. Wie meinst du das? Es gab da mal eine Zeit in meinem Leben, in der es mir sehr schlecht ging. Dazu musst du wissen, dass ich damals eine gefeierte Ballerina am Broadway mit einer florierenden Karriere war. Ich hatte tolle Freunde, das dachte ich zumindest. Dazu Ruhm, Geld, Glanz und Glamour im Überfluss. Kurzum, ich lebte den Traum einer jeden Tänzerin. Eines Tages sorgte jedoch ein dummer Unfall dafür, dass ich meine Karriere an den Nagel hängen musste und ehe ich mich versah, lösten sich besagte Freunde, Ruhm, Geld, Glanz und Glamour in Luft auf. Ich verbrachte fortan viel Zeit damit, mich und mein Schicksal zu bemitleiden und ertappte mich sogar bei dem Gedanken, dem Ganzen ein Ende zu setzen, mir ein Ende zu setzen. Bree bemerkte meinen kippenden Gemütszustand und schleppte mich kurzerhand in die Tanzschule, in der sie damals schon arbeitete. Dort bin ich den Kids begegnet. Eine Begegnung, die alles veränderte. Inwiefern? Nun ja, das Leben der Kids ist geprägt von Gewalt, Drogen, Perspektivlosigkeit und Existenzängsten. Dem zum Trotz bringen sie dem Leben so viel Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude entgegen, dass ich mich für mein selbstmitleidiges Verhalten abgrundtief schämte. Diese Kids besitzen mehr Träume, als die Realität jemals zerstören kann. Nicht zuletzt dank der Tanzschule, die sie mit offenen Armen auffängt, egal wie beschissen ihr Tag gelaufen ist. Ich räusperte mich, wenn meine Stimme mit jedem Satz dünner wurde. Laut auszusprechen, wie viel mir dieser Ort und dessen Menschen bedeuteten, wühlte mich weit mehr auf, als ich bereit war, zuzugeben. Sie haben mich vom Boden aufgekratzt und mir dabei geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Sie haben mich ohne Vorbehalte akzeptiert und aufgenommen. Mit anderen Worten, sie haben meinem Leben wieder einen Sinn verliehen, als ich es selbst nicht mehr konnte. Und genau dieses Gefühl der Geborgenheit, diesen sicheren Rückhalt, möchte ich all den Kids ermöglichen, die in unserer Schule Halt suchen, weil sie sich vom Leben überrollt und im Stich gelassen fühlen. Komisch, räusperte sich Lenden und schaute stirnrunzelnd aus dem Fenster. Was? Was ist komisch? Nichts weiter. Hätte nur nicht für möglich gehalten, dass eine so verbissene Weltretterin wie dich irgendwas auf diesem Planeten zu Boden reißen könnte. Ich schwieg, weil ich nicht wusste, was ich auf Landons Aussage antworten sollte. Lenden tat es mir gleich. Er startete den Wagen und fuhr schweigend durch das verlassene Brooklyn in Richtung Queens. Wo wohnst du? Erkundigte er sich in einem für ihn untypischen ernsten Ton. Er noch drei Querstraßen, dann rechts, verkündete ich und vermied es ihn dabei anzusehen. Vielleicht war es nicht ratsam gewesen, mein Seelenleben bis ins letzte Detail vor ihm auszubreiten. Eine zensierte Kurzversion davon hätte wahrscheinlich vollkommen ausgereicht. Jedenfalls deutete seine abwesende, nachdenkliche Reaktion darauf hin, dass ihn meine Erzählung bestenfalls ermüdet und schlimmstenfalls gelangweilt hatte. Vermutlich von beidem etwas. Wir sind da, informierte ich ihn und griff nach dem Türöffner. Violet, völlig unverhofft, spürte ich Landons warme, kraftvolle Hand auf meinem Knie. Mein Herz machte einen gewaltigen Salto in Richtung Windschutzscheibe und mir blieb für einen kurzen Moment die Luft weg. Unter seiner besitzergreifenden Hand bildete sich eine schier unerträgliche Hitze, die sich rasend schnell bis zu meiner pochenden Mitte vorarbeitete. Ja, flüsterte ich heiser und ließ den Türgriff los. Ich traute mich kaum aufzusehen, doch da Landon nicht weitersprach, tat ich es dennoch. Sein Blick ließ mich erschaudern. Wie konnte jemand gleichzeitig kühle Stränge und warme Sanftmut ausstrahlen? Landons bernsteinfarbene Augen taten genau das und brachten mich so dazu, eine halbe Ewigkeit hoffnungslos in ihnen zu versinken. Erst Landons Hüsteln brachte mich dazu, aus meiner Trance aufzuwachen und zu ihm ins Diesseits zurückzukehren. Am Montag rufe ich bei den Eigentümern des Gebäudes an und mache einen Termin mit ihnen aus. Ich will persönlich mit ihnen über deinen Fall sprechen. Wenn ich mehr weiß, melde ich mich bei dir. Er entzog mir seine Hand und fuhr sich mit einer fahrigen Bewegung durch seine blonden Haare, die ihm vereinzelt in die Stirn fielen. Zu mehr als einem gehauchten, leisen Danke fehlte meiner Stimme momentan die Kraft. So tastete ich ein zweites Mal nach dem Türgriff und stieg eilig aus. Bevor ich die Tür zuschlug, rief Landon ein weiteres Mal nach mir. Taghaft steckte ich den Kopf durch die Autotür. Ja? Was ich dir noch sagen wollte. War gar nicht mal so übel, was du da heute Abend getanzt hast. Er zwinkerte mir in alter Landon-Manier zu und hob lässig die Hand zum Abschied. Ich fasse das mal als Kompliment auf. Nun, übertreib mal nicht, weil, so gut war es dann auch wieder nicht. Ich widerstand dem Drang, ihm für seine freche Bemerkung den Mittelfinger zu zeigen und schlug stattdessen mit einem breiten Grinsen die Autotür zu. Was für ein Idiot! Als ich am Montagmorgen das Gebäude der Tanzschule betrat, wartete bereits einer der Tanzlehrer von meinem Büro auf mich. Hi, wei, hast du kurz Zeit für mich? Na klar, ist alles okay. Ich musterte Drew sorgenvoll und schloss die Tür zu meinem Büro auf. Komm rein, setz dich, bot ich ihm an. Er trat nervös von einem Fuß auf den anderen und blieb vor meinem Schreibtisch stehen. Drew, was ist los? Stimmt etwas nicht? Wei, begann er, also, es ist so. Ja? Du weißt, dass ich total gerne hier arbeite und mir die Arbeit mit dir und den Kids super viel Spaß macht. Das ist schön zu hören, danke, Drew. Es ist nur so. Ja? ermutigte ich ihn, nicht andauernd abzubrechen. Lara und ich wollen in absehbarer Zeit eine Familie gründen. Dafür brauchen wir eine größere Wohnung und einen sicheren Job, der nicht von einer jährlich neu verteilten staatlichen Förderung abhängt. Drews Worte halten dumpf in meinen Ohren wieder. Ich sank in meinen Stuhl und vergrub das Gesicht in meinen Händen. Du verlässt uns? Es tut mir furchtbar leid, aber ich habe ein Angebot erhalten, das ich nicht ablehnen kann, erklärte er bedauernd. Das verstehe ich natürlich, aber einen so vielseitigen und engagierten Lehrer wie dich findet man selten. Die Kids hängen sehr an dir. Und ich hänge an ihnen, deshalb fällt es mir ja auch so schwer zu gehen, Wei. Dann geh nicht, lass mich durchrechnen, ob ich dir eine Gehaltserhöhung geben kann. Viel wird es nicht sein, da wir extrem knapp bei Kasse sind, aber ich tue, was ich kann. Das ist lieb von dir, aber der Job, der mir angeboten wurde, ist an einer Privatuni hier in New York. Die zahlen überirdisch gut. Verstehe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid, Wei. Ja, mir auch. Wie lange habe ich dich noch? Um ehrlich zu sein, wollen die mich dort sofort. Sofort? Meine Stimme klang schrill. In ihr schwang ein Anflug von Panik. Wo soll ich denn von jetzt auf sofort einen Ersatz für dich herbekommen? Es tut mir leid, Wei, wiederholte Drew zum gefühlt hundertsten Mal. Na schön, seufzte ich verdrossen. Ich will dir nicht im Wege stehen und dafür verantwortlich sein, dass du diese Chance verpasst, Drew. Du hast all die Jahre hervorragende Arbeit geleistet. Also einigen wir uns darauf, dass ich dich zum Ende der Woche freistelle? Einverstanden? Auf Drews bedrücktem Gesicht bildete sich ein erleichtertes Lächeln. Danke, Wei, du bist die Beste. Schon gut. Falls du jemanden kennst, der deine Stelle übernehmen könnte, immer her damit. Leider nein, aber wenn ich etwas höre, gebe ich dir sofort Bescheid. Ich nickte verzagt und sah Drew hinterher, der mit einem letzten Winken mein Büro verließ. Diese Woche fing ja herrlich beschissen an. Doch das hieß im Umkehrschluss, dass sie nur noch besser werden konnte. Wie falsch ich mit meiner Vermutung lag, sollte sich alsbald zeigen. Kapitel 10 Landon Mr. West? Mrs. Green, unsere Empfangsdame, klopfte an die Tür zu meinem Büro und trat ein. Was gibt es? Ich sah von den Akten auf, die ich gerade bearbeitete und brauchte einen Moment, um gedanklich in die Gegenwart zurückzukehren. Ich wollte gerade gehen, als mich der Portier anrief, um mir mitzuteilen, dass Miss Simonelli hier ist. Wo? Hier? Sie wartet unten in der Lobby und möchte sie sprechen. Soll ich sie heraufbitten? Violets ungeplanter Besuch ließ mich stutzen. Ich hatte ihr am Nachmittag eine Nachricht hinterlassen, in der ich ihr mitteilte, dass ich mich morgen mit den Besitzern des Gebäudes, in dem sich ihre Tanzschule befand, treffen würde. Demzufolge konnte ich ihr erst morgen, nach besagtem Meeting, mit neuen Informationen dienen. Warum sie mich trotz dieses Wissens heute Abend aufsuchte, war mir schleierhaft. Bitten Sie sie herauf, ließ ich Mrs. Green an, und danach können sie Feierabend machen. Was tun sie überhaupt noch hier? Ihr Feierabend ist längst überfällig, mahnte ich sie mit einem Blick auf meine Armbanduhr. Ich wollte sicher gehen, dass sie mich nicht mehr brauchen, Mr. West. Ich schenkte ihr ein verbundenes Lächeln und schüttelte den Kopf. Ich habe alles, was ich brauche. Gehen Sie nur, und vielen Dank für Ihre Umsicht. In Ordnung, erwiderte sie mein Lächeln. Bis morgen. Bis morgen. Ich wartete, bis Mrs. Green im Aufzug verschwand. Dann stand ich auf und streckte mich ausgiebig. Bisweilen versank ich so tief in meinen Fällen, dass ich mich stundenlang über meine Akten beugte, ohne zu bemerken, wie sich mein Nacken und meine Arme dabei zusehends verspannten. Ich klappte die Akte auf meinem Tisch zu und begab mich zu den Fahrstühlen, um Violet dort in Empfang zu nehmen. Da sich außer mir um diese Uhrzeit niemand mehr im Büro befand, fiel die Aufgabe des Empfangskomitees gezwungenermaßen mir zu. Wenige Sekunden später öffneten sich die Fahrstuhltüren und Violet stand in einem luftigen Sommerkleid mit betretenem Gesicht und hängenden Schultern vor mir. Was ist passiert? kam ich unumwunden zum Punkt und zog sie besorgt aus dem Aufzug. Stella Constructions stiehlt mir meine Angestellten, zischte sie gepresst und ballte die Hände zu Fäusten. Bedeutet im Klartext? Sie werben meine Lehrer ab, bieten ihnen sichere hochdotierte Stellen an einer New Yorker Privatakademie an. Allein heute haben bereits drei meiner Lehrer gekündigt, mit sofortiger Wirkung. Wie kommst du in diesem Zusammenhang auf Stella? Ich legte meine Hand auf Violets erhitzten Rücken und schob sie behutsam in mein Büro. Nachdem gleich drei Leute auf einmal gekündigt haben und allesamt das Angebot von dieser New Yorker Privatakademie als Grund dafür nannten, kam mir das komisch vor. Deshalb habe ich nachgeforscht und siehe da, Stella Constructions hat diese Privateinrichtung gebaut und finanziert. Das kann ja wohl kein Zufall sein. Hm, stimmt dich hierzu, klingt nicht nach einem Zufall, nein. Violet ging an mir vorbei zu der weiten verglasten Fensterfront und sah hinaus in die dunkle Nacht. Ihr Blick wirkte verloren und entmutigt. Ich gieße ungern Öl ins Feuer, aber dir muss klar sein, dass das erst der Anfang war, Violet. Als du Stella aufgesucht hast, um ihnen den Kampf zu erklären, hast du ihnen deutlich zu verstehen gegeben, dass du deine Schule unter keinen Umständen aufgibst und sie sich ihr Angebot sonst wohinstecken können. Deshalb sollte es dich nicht wundern, dass sie jetzt schärfere Geschütze auffahren, anstatt friedlich Freundschaftsarmbänder mit dir zu flechten. Violet warf mir aus ihren haselnussbraunen Augen einen schneidenden Blick zu, dessen brennende Intensität mich schlucken ließ. Du glaubst also, dass das heute erst der Anfang war? vergewisserte sie sich. Ich bin mir sogar sicher. Als nächstes wenden sie sich an die Firmen, die in deiner Schule die Reparaturen vornehmen und bieten ihnen große Aufträge an, wenn sie dafür im Gegenzug von einer Zusammenarbeit mit dir absehen. Wie kommst du darauf? Ich vertrete für gewöhnlich Firmen wie Stella und nicht deren Gegenseite. Untergreifst du zu solch dreckigen Mitteln, um die Kleinen fertig zu machen? rief Violet entrüstet. Das habe ich zum Glück nicht nötig. Mein unwiderstehlicher Charme sorgt nämlich in der Regel dafür, dass die Kleinen, wie du sie so niedlich nennst, auf meine Deals eingehen, bevor ich zu drastischeren Mitteln greifen muss. Das zieht doch alles ins Lächerliche, oder? spottete sie. Nein, ich meine das total ernst. Sieh mich an, Violet, wer könnte mir schon widerstehen? zwinkerte ich und freute mich insgeheim, dass ich ihre Niedergeschlagenheit durch meine Neckereien in Belustigung wandelte. Violet lächelte, doch dann verflüchtigte sich ihr lächeln und sie kam mit angespannter Miene auf mich zu. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Kids reagieren, wenn ich die Schule tatsächlich verlieren sollte. Dann lass es. Stell es dir nicht vor. Noch ist nichts entschieden. Mach dich nicht verrückt, Violet. Ich tue, was ich kann. Wenn das Schluss endlich nicht ausreicht, überlegen wir uns eine Lösung, die für alle annehmbar ist, mir stehen und schaute Fragen zu mir auf. Die Intensität, mit der sie mich aus halbgesenkten Augenlidern betrachtete, ließ meinen Hals trocken werden. Weil ich dein Anwalt bin und als solcher dein Mandat übernommen habe. Gezwungenermaßen, fügte sie hinzu. Ihre Zungenspitze streichelte dabei ihre Lippen und befeuchtete sie scheinbar beiläufig. Mir wurde heiß und kalt. Farg. Ich räusperte mich und schalt mich für meine aufkeimenden unanständigen Fantasien. Mag sein, aber langsam finde ich gefallen an deinem Fall, flüsterte ich mit rauer Stimme. Ich konnte die Hitze, die von ihrem Körper ausging und durch den dünnen Stoff ihres Sommerkleides auf mich überging, formlich mit den Händen greifen. Vorsichtig ließ ich einen Finger über ihre heiße Wange gleiten. Das Flackern in ihren Augen entging mir dabei nicht. Es war, als hätte meine zarte Berührung ein Feuer in ihr entfacht und weiß Gott nicht nur bei ihr. Du meinst den Fall der verbissenen Weltretterin? Der gefällt dir, wisperte sie. Ja, ja, das tut er. Mein Finger glitt von Weile Zwange zu ihren glänzenden Lippen, die sie leicht für mich öffnete und dies mir so ermöglichten, in ihren verheißungsvollen, feuchten Mund einzutauchen. Ich schloss die Augen und genoss Weile sanfte Zunge, die meinen Zeigefinger umkreiste und an ihm saugte. Fuck war das geil. Leise stöhnend gab ich mich meiner verbotenen Fantasie hin und ließ mich direkt ins offene Meer treiben. Weile süßes Seufzen ließ mich jedoch abrupt die Augen öffnen in ihrem seidigen Mund einen kräftigen Dämpfer. Was zur Hölle tat ich ihr? Weile etwa meine Klientin verdammt. Eine unverbesserliche, starrsinnige und anstrengende Klientin noch dazu. Ich entzog ihr meine Hand und änderte meine Haltung, um meinen ausgebeulten Schritt vor ihr zu verbergen. Tut mir leid, beteuerten wir beide unisono und gingen auf übertrieben große Distanz zueinander. Anscheinend ist einer deiner geheimen Träume, von denen ich angeblich keine Ahnung habe, im Büro deines Anwalts über ihn herzufallen. Versuchte ich, die aufgeladene Stimmung zwischen uns aufzulockern. Damit machte ich es jedoch nur noch schlimmer. Denn Weilets Blick wanderte bei meiner Aussage von mir zu meinem Schreibtisch und wieder zurück zu mir. Oh mein Gott! Ich befand mich im Paradies, geradewegs vor dem verbotenen Apfelbaum, und zwar mit der Teufelin höchst persönlich, die mich dazu animierte, in den verbotenen Apfel zu beißen. Weil ich glaube wirklich, begann ich, doch die Worte blieben mir im Halse stecken, als Weilet sich mit der Hüfte gegen meinen Schreibtisch lehnte und entschlossen nach meiner Krawatte griff, um die Distanz zwischen uns zu schließen. Das hier ist falsch, absolut falsch, flüsterte ich. Sie nickte atemlos. Ich weiß, machen wir es trotzdem? Hör zu, Weil, du schuldest mir nichts, brachte ich hervor und vermiete es unter dem Aufwand all meiner Kräfte, sie zu berühren. Was meinst du damit? Ich meine, dass du dich nicht dazu verpflichtet fühlen sollst, mich für meine anwaltliche Arbeit mit deinem Körper zu entlohen. Du schuldest mir nämlich nichts, raunte ich und rang um die innere Stärke, die es brauchte, um dieser betürenden Verlockung zu widerstehen. Was wäre, wenn ich dich mit meinem Körper bezahlen will? Ich schluckte. Dann würde ich diese Bezahlung entgegen besseren Wissens annehmen. Meine Stimme war teufig, aber eben auch verflucht heiß. Dass sie sich verführerisch an meinem Schreibtisch räkelte und mich zwischen ihre straffen Schenkel einlud, ließ mich geradewegs in mein Verderben rennen. Hilf mir dabei, meine Sorgen für ein paar Minuten zu vergessen, Landen. Bring mich zum Fliegen, bat sie. Scheiße, why? Ich stöhnte bei ihrem eindeutigen Angebot gequält auf. Du bringst uns in schuldigend und löste meine Krawatte, bevor sie sie achtlos zur Seite barf. Dann widmete sie sich meinem Hemd und öffnete es mit zitternden Fingern. Ihre zarten Hände gingen auf meiner nackten Haut auf Wanderschaft und erkundeten, begleitet von verheißungsvollen feuchten Küssen meinen Körper. Ich keuchte ergeben auf, als sie an meiner linken Brustwarze saugte und gleichzeitig mit ihren Fingernägeln über meine rechte Brustwarze kratzte. Instinktiv machte ich einen Schritt auf sie zu und hielt sie so zwischen mir und meinem Schreibtisch gefangen. Meine stahlharte Erektion rieb sich an ihrem Bauch und schrie ungeduldig danach, befreit zu werden. Ich umfasste Violets Taille und hob sie mit einem Ruck auf meinen Schreibtisch. Begierig schob ich ihre Schenkel auseinander und platzierte mich zwischen ihren Beinen. Ich legte meine Hände behutsam um ihr Gesicht und beugte mich zu ihr hinab. Zögernd legte ich meine Lippen auf die ihren und schloss die Augen. Ich erwartete, dass es sich falsch anfühlen würde, aber das tat es nicht. Das tat es ganz und gar nicht. Seufzte sie genussvoll und schlang ihre Arme um meinen Hals, um mich näher an sich zu ziehen. Sie erwiderte meinen Kuss sehnsüchtig und widersetzte sich mir nicht, als meine Zunge ihre Lippen spalt und in sie glitt, um ihren süßen Mund zu erkunden. Ihr Kuss berauschte mich, provozierte mich und steigerte mein Verlangen nach mehr. Willst du es immer noch? keuchte ich an ihren Lippen. Willst du von mir genommen werden? Ja, hauchte sie erstickt und spreizte ihre Beine einladend für mich. Ich tastete nach meinem Portemonnaie, das auf meinem Schreibtisch lag und fischte eilig ein Kondom daraus hervor. Lass mich das machen, flüsterte sie und nahm es mir ab. Ich sah ihr mit angehaltenem Atem dabei zu, wie sie langsam meinen Reißverschluss öffnete und meine Boxershorts nach unten schob. Meine Erektion sprang Violet aufgeregt wippend entgegen und zuckte voller Vorfreude, als sie sich aufreizend über die Lippen leckte. Violet riss die Kondom Verpackung auf und rollte das Kondom bedächtig über meinen aufgerichteten Schwanz. Letzte Chance, Violet. Wenn du es nicht willst, sag es jetzt. Als Antwort auf meine Frage umfasste sie meinen Schwanz und führte ihn zielstrebig zwischen ihre Schenkel. Mach es mir, deutlicher konnte sie es wohl kaum formulieren, wie ich mit Genugtuung feststellte. Meine Finger bahnten sich einen Weg unter ihr Kleid, schoben es achtlos hoch und rieben prüfend über ihr durchnäßtes Höschen. Zufrieden zog ich ihren Slip beiseite und teilte ihre Scham, um ihre feuchte kleine Perle zu reiben. Violet warf den Kopf in den Nacken und belohnte meine Mühen mit einem genießerischen Aufschrei. Meine Finger streichelten gemächlich ihre sündige Perle. Der heiße Saft, der sich unter meiner Zuwendung in ihrem Lustzentrum bildete und sich erschreckend schnell vermehrte, erfüllte mich mit verruchter Befriedigung. Anscheinend verstand ich doch mehr von schmutzigen Frauenträumen, als die Weltretterin mir zugestand. Violet zog sich ihr Kleid über den Kopf und enthakte mit einer geschickten der sich kurz darauf zu ihrem Kleid auf den Boden gesellte. Sie bog den Rücken durch und regte mir einladend ihre perfekten Apfeltitten entgegen, die sich förmlich nach meiner Zuwendung verzehrten. Ich zwang mich, den phänomenalen Anblick ihrer vollen Brüste mit den harten roten Spitzen zu genießen, bevor meine Begierde schließlich die Oberhand gewann und es mir nicht mehr länger genügte, sie bloß und meine Lippen um ihre rechte Knospe legte, um mit einem primitiven Brummen daran zu saugen, während meine Finger ihre triefende Perle weiter verwöhnten. Ihre Knospen schmeckten wie der Apfel im Paradies und weckten ein unbändiges Verlangen nach dem gesamten Apfelbaum. Ich ließ von ihrer harten Knospe ab, um mich an ihren geilen weichen Apfeltitten entlang zu küssen, zu knabbern und zu beißen. Mein Verstand schaltete komplett ab und überließ meinem Schwanz das Denken, und der rastete bei diesen schönen Paradiesbrüsten völlig aus. Violet, die ausgelassen unter der Zuwendung meines Mundes und der meiner Finger stöhnte, trug dazu bei, dass mein Schwanz immer weiter anschwoll. Da war jemand ganz offensichtlich hölless scharf darauf, gefickt zu werden. Das traf sich gut, denn ich war höllesscharf darauf zu ficken. Ich packte all meine Vernunft, Zurückhaltung und Vorbehalte samt meiner guten Erziehung in die unterste Schublade meines Schreibtischs und ergab mich dem versauten ursprünglichen Verlangen, dass ich nach hartem schnellen Sex mit Violet sehnte. Meine Finger ließen von Violets Perle ab, wohl wissend, dass sie kurz vor dem Orgasmus stand, was ihr protestierender, frustrierter tief in dir steckt und nicht davor, sonst hat deine kleine Pussy nämlich nichts zum Auspressen, zischte ich und platzierte meine hungrige Latte an ihrer Pforte. Es brauchte nur drei Stöße, um mich bis zum Anschlag in ihr zu versenken. Ihre Pussy war herrlich eng, aber mindestens genauso feucht und gierig. Sie verschluckte meinen Schwanz so schnell wie ein tödlicher Strudel die Schiffe im Bermuda-Dreieck. Ihre Beine spannten sich fester um meine Hüften, signalisierten mir, mich schneller in ihr zu bewegen. Ihre Heels, deren Absätze sich in meinen Rücken bohrten, fühlten sich an wie scharfe Sporen, mit denen die Reiterin ihrem Hengst signalisierte, das Tempo zu steigern. Ich tat ihr den Gefallen nur zu gern. Und da ich meine Hände dank ihres Klammergriffs nicht benötigte, um ihre Hüften während meiner Stöße zu packen, nutzte ich diesen willkommenen Umstand, um ihre Parade-Titten ausgiebig durchzukneten. Der Anblick, wie sie unter meinen harten Stößen auf- und abwippten, raubte mir den Atem, und Violets himmlisches Seufzen gab mir den Rest. Wenn ich ihr noch eine Sekunde länger in das vor Verzückung glühende Gesicht starrte, würde ich hart abspritzen. Und zwar bevor Violet ihren Höhepunkt erreichte. Das konnte mir zwar herzlich egal sein, solange ich dabei zum Zug kam, aber sie hatte mich gebeten, sie zum Fliegen zu bringen, sie ihre Probleme vergessen zu lassen. Und genau das würde ich tun. Nicht etwa, weil ihr Wohlbefinden das meine beeinflusste und weil es mir in der Seele wehtat, sie traurig zu sehen. Das tat es nämlich nicht. Weder noch. Nein, ich sah es in diesem speziellen Fall als meine anwaltliche Pflicht an, meiner Mandantin auch über das Gesetz hinaus zu helfen, wenn sie danach verlangte. Nicht mehr und nicht weniger. Zufrieden mit meiner Schlussfolgerung umfasste ich Violets Hüften, hob sie hoch und stellte sie auf ihre Füße. Dreh dich um, leg deinen Oberkörper auf der Wo, bei dem sich ihre geschmeidige Haut in einem hellen Rotton färbte. Ihre Knie zitterten leicht, als sie sich umdrehte und meinem Befehl ohne zu widersprechen Folge leistete. Ich beobachtete, wie sie ihren nackten Bauch auf meinem Schreibtisch ablegte und mit ihren Händen die Tischkante umfasste. Beine auseinander, es sei denn, du hast genug und willst nicht weiter gefickt werden. Meine rohen Schenkel und gab den Blick auf ihre benetzten Oberschenkel Innenseiten frei. Ein zufriedenes Lächeln stahl sich auf mein Gesicht. Sie war heiß, heiß und bereit für mich. Ich ließ meinen Zeigefinger zwischen ihren Pobacken verschwinden, um ihre nasse Pforte zu umkreisen und zu necken. Violet belohnte mich mit einem langgezogenen Stöhnen. Mein feuchter Finger glitt von Worte zu ihrem hinteren, verbotenen, deutlich engeren Eingang. Ich drang vorsichtig mit einem Finger in sie ein und lauschte dabei aufmerksam Violets Reaktion. Ihr abgehackter Atem verriet mir, dass sie sichtlich mit ihren Gefühlen zu kämpfen hatte. Gut so. Während mein Zeigefinger weiter in verbotene Gefilde eindrang und Violet so ablenkte, versenkte ich zum Anschlag in ihrer weichen Mitte. Violet schrie auf und umklammerte die Tischkante so fest, dass ich mich nicht wundern würde, wenn ein Stück der Tischplatte unter ihrem Klammergriff abbrach. Meine zweite Hand, die bisher an ihrer Hüfte verweilt hatte, wanderte zu ihrer Klitt und begann, ihre geteilten, erhitzten Schamlippen zu lipkosen. Meine andere Hand kümmerte sich weiterhin um ihren Anus und stimulierte ihn zärtlich, während ich meinen Schwanz mit entschlossenen, kräftigen Stößen in sie trieb. Ich glaubte fest daran, dass man sich die Probleme aus dem System ficken konnte, wenn man nur eindringlich genug dabei vorging. Man musste so hart vögeln, dass man nichts anderes mehr dachte, dass man nichts anderes mehr tat, außer zu fühlen. Zu fühlen, wie man mit Überschallgeschwindigkeit auf den erlösenden Orgasmus zuraste, denn das war das Einzige, was in diesem Moment zählte. Die Gier und die Geilheit überstiegen in diesen wertvollen Minuten schier alles. Es existierte in diesem vergänglichen Moment der Ekstase nur die körperliche und geistige Befriedigung, der man mit rasendem Herzen und rasselndem Atem nachjagte. Ich positionierte Violet, deren gequälte Stöhnen, die Wände in meinem Büro beinahe zum Einstürzen brachte, so, dass ihre feuchte Scham unmittelbar an der Tischkante rieb. Dann löste ich meine Hände von ihrer Klitt und ihrem Anus, um ihre Taille zu packen. Ich ging leicht in die Knie und begann sie genauso zu ficken wie ein wilder Deckhengst die willige Stute auf der Weide. Primitiv, roh, Zielorientiert. Ihr sowieso schon unüberhörbares Stöhnen wurde noch lauter und rauschte aufheizend in meinen Ohren, spaunte mich an, es hier richtig zu besorgen. Ich schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken und stieß zu. Immer und immer wieder. So lang, bis ich spürte, wie sich ihre süße Pussy um meinen Schwanz zusammenkrampfte und Violet mit einem Spitzenschrei explodierte. Als sie meinen Namen rief und mich im gleichen Atemzug darum anbettelte, nicht aufzuhören, steigerte ich mein Tempo auf das absolute Maximum und hob gemeinsam mit Violet ab, um zu fliegen. Kapitel 11 Lenden Mein Oberkörper fiel kraftlos nach vorn und fand in Violets erhitztem Rücken die perfekte Ablage. Ich schmiegte mich an sie und schloss sie in meine Arme, wobei sich meine Hände zu ihren Brüsten vorarbeiteten und noch ein letztes Mal mit ihnen auf Tuch Fühlung gingen. Danke, dass Sie heute mit uns geflogen sind. Wir hoffen, Sie haben Ihre Zeit an Bord von Land West Airlines genossen, flüsterte ich in ihr Ohr, um ihr die Rückkehr auf den Boden der Realität zu erleichtern. Vorsichtig glitt ich aus Violet heraus und entsorgte mein prall gefülltes Kondome Mülleimer neben dem Schreibtisch. Dann verstaute ich meinen noch immer voll erigierten Schwanz in der Hose und zog den Reißverschluss zu. Die Knöpfe meines Hemdes folgten zuletzt. Mein Blick fiel auf Violets Kleid und BH. Beide Kleidungsstücke lagen zerknüllt auf den Boden. Ich bückte mich danach und legte die Sachen neben mir auf den Schreibtisch. Möchtest du, dass ich rausgehe, während du dich anziehst? bot ich ihr an und erlag der Versuchung, ihr einen flüchtigen Kuss auf die nackte Schulter zu hauchen. Nach dem, was wir beide hier gerade getrieben haben, ist das wohl nicht mehr von Nöten, murmelte Violet und verzog ihr hübsches Gesicht zu einer den BH und sperrte ihre wundervollen Brüste darin ein, sehr zu meinem Leidwesen. Ich verabschiedete mich gedanklich von ihnen und hoffte auf ein baldiges Wiedersehen, auch wenn es das wahrscheinlich nicht geben würde. Auf den BH folgte ihr Kleid und bevor ich mich versah, stand Violet wieder vollkommen bekleidet vor mir und strich sich verlegen die zerzausten Haarsträhnen aus dem Gesicht. Alles okay? fragte ich sie leise und hob forschend ihr Kinn Geht es dir gut? Mehr als das wisperte sie und schenkte mir ein aufrichtiges Lächeln. Ich hatte fast vergessen, wie viel Spaß das Fliegen macht. Vor allem mit mir zwinkerte ich. Du bist definitiv keine billig Airline Landon West. So viel steht fest, konterte sie und ging an mir vorbei zu ihrer Handtasche. Es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Ich habe dich lange genug aufgehalten. Tut mir leid. Dir muss nichts leid tun, Violet. Das eben ändert nichts zwischen uns, okay? Sie nickte stumm und bewegte sich langsam in Richtung Tür. Ich gehe dann mal. Soll ich dich fahren? Nein, danke. Ihr Nicken wandelte sich in energisches Kopfschütteln. Ich habe dir schon genug Umstände bereitet. Was denn für Umstände? Du opferst ziemlich viel von deiner Zeit für meine Tanzschule und Zeit ist in deinem Metier bares Geld. Mach dir deswegen mal keinen Kopf. Du hast mich heute Abend fürstlich entlohnt bei. Ich hatte viel Spaß. Sie presste die Lippen aufeinander und bog die Mundwinkel nach oben. Ich auch. Na also, dann ist doch alles gut. Ich verirrten Haarsträhnen über die Schulter. Bei meinen Worten flackerte ein Leuchten in ihren Augen auf. Du rufst mich an? Morgen, ja, sobald ich Neuigkeiten habe, was die Schule betrifft. Das Leuchten erlosch genauso schnell, wie es gekommen war. An seine Stelle trat nun ein dunkler Schatten, bei dessen Anblick sich eine steile Sorgenfalte auf meiner Stirn bildete. Bist du sicher, dass alles okay ist, Violet? Vergewisserte ich mich. Ja, bin ich. Ich tue sowas nur normalerweise nicht, im Gegensatz zu dir. Deshalb ist das danach für mich etwas ungewohnt. Du meinst, dass du normalerweise keinen Sex auf dem Tisch deines Anwalts hast? Stell dir vor, ich schlafe für gewöhnlich auch nicht mit meinen Mandantinnen, schon gar nicht in meinem Büro und auf meinem Schreibtisch. Für mich ist das also ebenfalls Neuland. Violets angespannte Schultern entspannten sich unter meinen ehrlichen Worten. Zögernd lockerte sie den Klammergriff um ihre Handtaschenhenkel. Verreust du es? Ganz und gar nicht. Du? Nein, gestand sie. Ganz und gar nicht. Das freut mich. Sehr. Und du bist sicher, dass ich dich nicht nach Hause fahren soll? Sie verneinte, ließ allerdings zu, dass ich sie zum Aufzug begleitete, wo wir uns mit einer etwas unbeholfenen Umarmung voneinander verabschiedeten. Als sich die Aufzugtüren schlossen, lehnte ich mich erschöpft mit dem Rücken gegen die kühle Betonwand und ließ den Kopf in den Nacken sinken. Was für ein geiler und zugleich vollkommen irritierender Ritt war das denn bitte gewesen? Ich hatte mich allen Ernstes auf die Weltretterin eingelassen und den Ausritt mit ihr beziehungsweise in ihr in vollen Zügen genossen. Dabei nervte sie mich in der Regel dermaßen, dass ich in ihrer Gegenwart vor lauter Ärger überhaupt keinen hochkriegen sollte. Eigentlich. In Wahrheit jedoch schienen mich ihr Starrsinn und ihr Eigenwille förmlich anzuziehen und aufzuheizen. Na du Stier, das war ja mal eine steile Leistung. Der Süßen hast du so richtig besorgt. Ich zuckte zusammen und schlug erschrocken die Augen auf. Direkt vor mir stand Jameson mit vor der Brust überkreuzten Armen und grinste dreckig von einem Ohr zum anderen. Bei eurem lustvollen Gestöhne war ich kurz davor mir in meinem Büro einen runter zu holen. Seit wann bringst du deine Zikas mit ins Büro Lenden? Ich dachte, die Arbeit wäre tabu. Was in Gottes Namen machst du denn hier? Knurrte ich und stieß mich von der Wand ab. Sieh an, sieh an, du hast dir eben tatsächlich das Gehirn weggefögelt. Sonst wüsstest du nämlich, dass das hier rein zufällig auch meine Kanzlei ist und ich jedes Recht habe, hier zu sein. Ich brummte etwas Unverständliches und kniff die Augen zusammen. Bist du nicht schon vor zwei Stunden nach Hause gegangen? Jameson zuckte mit den Achseln. Habe was vergessen und musste noch mal zurückkommen. Perfektes Timing, wie ich feststellen durfte. Wann bist du gekommen? Als du es der kleinen krass hart von hinten besorgt hast. Du hast uns zugesehen? Echt jetzt? Was heißt hier Türstand auf? Wie hätte ich euch da übersehen? Gesweige denn überhören sollen? Eigentlich wollte ich dich fragen, ob ich mitmachen darf. Aber so wie du die kleine gefögelt hast, nahm ich an, dass du sie nicht teilen willst. So wie ich sie gefögelt habe? Ja, du weißt schon. So mit voller Inbrunst und Feuereifer. So als wolltest du ihr um jeden Preis den besten Orgasmus ihres Lebens bescheren. Aha, wie lange sagtest du, hast du uns beim Sex zugesehen, du Freak? Jameson lachte auf und klopfte mir mit einem zufriedenen Schmunzeln auf die Schulter. Lange genug, um stolz auf dich und deine Leistung zu sein, Kumpel. Du hast deinen Mann da drin echt gestanden und dir deinen Orgasmus redlich verdient. Muss ein ziemlich abgefahrener Orgasmus gewesen sein, so dreckig, wie ihr beide gestöhnt habt. Ich schnaubte empört. Du bist ein Vollidiot, Jameson, aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Thema Wechsel, hast du schon was gegessen oder holen wir uns was? Dass du Kohldampf hast, kann ich mir gut vorstellen. Bei den Kalorien, die du eben verbrannt hast, musst du schließlich bei Kräften bleiben. Und ein kühles Bier hast du dir auch redlich erfögelt. So viel steht fest. Alter, stöhnte ich genervt. Wie lange willst du noch darauf herumreiten? Reiten ist gut, gluckste Jameson. Du bist ein geiler Hengst Lenden West. So wie du sie bestiegen hast, es reicht, unterbrach ich ihn lauter als beabsichtigt. Ist ja gut, wehrte er sich und sah mich verdutzt an. Seit wann bist du bei deinen Frauengeschichten denn so empfindlich? Ich dachte, Damien ist der Verklemmte von uns drein. Ich stieß resigniert die Luft aus und schaute an die Decke. Warte mal, du willst mir doch nicht etwa weiß machen, dass du dich in die kurvige Puppe verknallt hast? rief Jameson triumphierend. Selbstverständlich nicht, du Spinner! So, so. Bist sie überhaupt? Ich biss mir ertappt auf die Unterlippe und Wer isst sie? Ist doch egal. Können wir jetzt was essen gehen oder bin ich hier unwissentlich im Gerichtssaal auf der Anklagebank gelandet? Ich wüsste nicht, wofür man dich anklagen sollte. Du verdienst vielmehr eine Auszeichnung für deine der Frauenwelt erbrachten Dienste und die bahnbrechenden Orgasmen, die du ihnen bescherst. Wie du meinst, grummelte ich und hielt auf mein Büro Lennon. Was? entgegnete ich ungehalten. War das eben eine einmalige Sache oder siehst du die Dame schon seit längerem? Was interessiert dich das? Wenn du kein Interesse mehr an ihr hast, hätte ich gern ihre Nummer. Sie ist extrem heiß und die Lustschreie, die sie beim Sex von sich gibt, machen mich ziemlich an. Allein bei der Vorstellung, wie sie meinen Namen stöhnt, wenn ich es ihr besorge, bekomme ich einen Steifen. Ich ballte die Hände zu Fäusten und baute mich bedrohlich vor Jameson auf. Finger weg! Du lässt Violet gefälligst in Ruhe! Hast du mich verstanden? Violet? Jameson zog ungläubig eine Augenbraue in die Höhe. Violet wie Violet Simonelli? Die Tanzmaus, deren Fall dir Damien aufgezwungen hat? Ich gab einen unterdrückten Schrei von mir. Ah! Jameson, dieser gewiefte Mistkerl, hatte mich ausgetrickst. Er wusste, wie ich tickte, da wir uns seit einer halben Ewigkeit kannten. Demnach zielte seine Provokation geschickt darauf ab, mich hinsichtlich Violet aus der Reserve zu locken. Ich saß in der Falle. Verdammt! Du fickst eine Pro Bono Klientin Lenden? Dein Ernst? Ich habe sie nicht dazu gezwungen, wenn du das meinst, gab ich energisch zurück. Bist du bescheuert? Natürlich meine ich das nicht. So klingt doch keine Frau, die zum Sex gezwungen wird. Ach nein? Wie klang sie dann für dich? Jameson zwinkerte mir verschwörerisch zu. Willig ausgehungert und endlos geil auf dich. Ich nickte kaum merklich und verspürte eine enorme Erleichterung darüber, dass Jameson offenkundig meinen Eindruck teilte. Nämlich, dass Violet sich mir nicht aus Schuldgefühlen heraus hingegeben hatte. Ich dachte, du findest sie total nervig. Wieso steckst du dann deinen Schwanz in sie? Sie ist nicht so übel, wie ich zunächst dachte. Außerdem muss ich sie ja nicht mögen, um Sex mit ihr zu haben. Aber du magst sie. Weiß nicht. Das war keine Frage, Landon West, sondern die Schilderung einer Tatsache. Erzähl keinen Müll, Jameson. Woran machst du das bitte fest? An der Art und Weise, wie du sie gefögelt hast. Herr im Himmel, bitte hilf mir, flitte ich. Ich bin von hoffnungslosen Spinnern umgeben und laufe Gefahr, eine Todsünde zu begehen, um sie zum Schweigen zu bringen. Du hast mich doch gefragt. Wenn du erste gute Idee, dein erster sinnvoller Satz, seitdem du hier aufgetaucht bist. Lass uns schweigen. Wie du meinst? Ich kann es kaum erwarten, Damien und Grace von deinem Office Sex mit Violet zu erzählen. Die werden vielleicht Augen machen. Jameson kackerte vergnügt. Kein Wort wirst du ihnen sagen, wenn dir dein Leben lieb bist, zischte ich einbringlich. Hey, Lendenkumpel, du bist doch Anwalt, oder? Dann weißt du ihr sicher, wie viele Jahre auf Bedrohung und Einschüchterung von Zeugen stehen. Und auf Mord erst recht. Wenn du deinen Schwanz noch ein weiteres Mal in die Tanzmaus stecken willst, bevor du zu alt bist, um einen hoch zu kriegen, solltest du deine Drohungen ein wenig zurückschrauben. Und jetzt lass uns endlich was futtern gehen. Ich hab nach der krassen Porno Vorstellung ordentlich Appetit. Und das, obwohl ich nur zugesehen und zugehört habe, witzelte er und spazierte fröhlich pfeifend zurück zu den Aufzügen. Kommst du? Oder kommt die Kleine für eine zweite Runde zurück? In dem Fall lass ich mir nämlich was ins Büro liefern. Ich knurrte verärgert und schloss zu ihm auf. Alter, halt einfach deine Klappe und lass das Thema fallen. Auf keinen Fall, grinste Jameson. Jetzt, wo ich nicht mehr auf Damien und dessen hoffnungsloser Liebe zu Grace herumhacken kann, brauche ich ein neues Opfer, dem ich auf den Geist gehen kann. Kapitel 12 Violet Hallo, die Damen. Ich hob den Kopf und zog überrascht die Augenbrauen zusammen. Landon stand in der Tür und lächelte Bree und mich freundlich an. Bei seinem Anblick ging mein Magen auf Tauchstation. Gleichzeitig kroch eine verräterische Röte meinen Hals hinauf. Hi, wolltest du nicht anrufen? Begrüßte ich ihn. Warum in aller Welt klang meine Stimme auf einmal wie die von Daisy Duck? Himmel. Landon trat ein und ging zu meinem Schreibtisch, wo er aufreizend über die Tischplatte strich und sich zu mir vorbeugte. Eigentlich schon, aber solche spontanen Bürobesuche können bisweilen ziemlich aufregend sein, findest du nicht auch? Ich errötete ertappt und sah auf meine Hände. Landon lachte leise. Ihm schien diese Situation nicht mal ansatzweise so peinlich zu sein wie mir. Im Gegenteil, er genoss es sichtlich, mich so verlegen zu sehen. Wie ist das gelaufen? meldete sich Aubrey aus dem Hintergrund. Hattest du Erfolg? Landon drehte sich zu ihr um und ich atmete erleichtert auf. Jein, gab er zurück und schob die Hände in die Hosentaschen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Alles andere wäre ja auch zu einfach, seufzte Bree uns bitte, forderte ich ihn auf und knetete nervös meine Hände im Schoß. Dieses Mal allerdings nicht wegen Landons Scham Offensive, sondern wegen der unsicheren Zukunft der Schule. Ich habe mich gewundert, wie dieser Verkauf von Statten gehen soll, da ihr einen gültigen und laufenden Pachtvertrag mit der Firma habt, der das Gebäude aktuell gehört. Und den kann man nicht so schnell und einfach auflösen, vor allem nicht bei staatlich geförderten Sozialprojekten. Weiter, sprich weiter, drängte Aubrey Landon, als dieser verstummte, um einen Blick auf sein klingelndes Handy zu werfen. Entschuldige, wo war ich? erkundigte er sich. Ach ja, der Vertrag. Es verhält sich folgendermaßen. Im Pachtvertrag steht, dass ihr das Gebäude pflegen und den Stand halten müsst, innen. Die Außenfassade fällt nicht in euren Verantwortungsbereich. Stimmt, pflichtete ihm Aubrey bei, das wissen wir. Die Firma, der das Gebäude gehört, hat das Recht, das Gebäude zu inspizieren, um sich zu vergewissern, dass es sich in einem guten Zustand befindet und ihr euren Verpflichtungen gebührend nachkommt. Stimmt auch, die letzte Kontrolle fand erst vor ein oder zwei Monaten statt, nickte Aubrey. Und die Briefe, dass ihr das gewonnen, nicht wahr? Aubrey nagte nachdenklich an ihrem Fingernagel. Hm, du hast Recht, komisch. Landon schüttelte den Kopf. Daran ist nichts komisch, denn bei der Kontrolle wurden zahlreiche Mängel festgestellt und aufgelistet. Diese Mängel sorgen dafür, dass eine Klausel im Pachtvertrag greift, die es der Firma erlaubt, vorzeitig von dem Vertrag zurückzutreten. Und das wiederum ermöglicht den Verkauf. Mängel? Was denn für Mängel? rief Aubrey aufgebracht. Hat man euch denn keine Kopie des Berichts zugeschickt? Aubrey stand auf und blätterte in einem der Ordner, die im Regal hinter ihr standen. Dann ging sie zu Landon und hielt ihm ein Dokument unter die Nase. Das hier? Landon nahm es ihr ab und legte die Stirnen in Falten. Genau, das ist es, brummte er, während seine Augen die Zeilen des Dokumentes überflogen. Aber da ist doch überhaupt nichts gravierendes dabei, beschwerte sich Aubrey. Eine Toilette, die nicht funktioniert, lose Dielen, eine zersplitterte Spiegelwand, bröckelnder Putz, ein beschädigtes Türschloss, zählte Landon auf. Ja, ja, ich kenne die Liste, aber das war bisher nie ein Problem. Das sind doch alles bloß Lappalien, sie stellen für niemanden eine Gefahr dar, auch nicht für das Gebäude. Es ist ja nicht so, als ob die Wände nass wären oder sich irgendwo Schimmel bildet. Es ist ausreichend, Aubrey, ausreichend, um nachzuweisen, dass ihr euren vertraglichen Verpflichtungen nicht gebührend nachkommt und den Wert der Immobilie gefährdet. Was? Das ist doch Schwachsinn. Aubrey, mahnte ich sie. Ich glaube, Landon weiß, wovon er redet. Es bringt nichts, das anzuzweifeln. Bitte? Hast du was genommen, Vai, oder warum schlägst du dich neuerdings auf seine Seite? Aubrey linste skeptisch zwischen Landon und mir hin und her. Oh, mein Gott! Sie presste sich die Hand vor den Mund, um ihren Aufschrei zu unterdrücken. Ihr zwei, treibt es miteinander? Nein, schrie ich alarmiert, doch Landons überlegenes Grinsen verriet uns. Wie lange geht das schon? Habt ihr zwei nach dem Tanzbattle im Slash nackt in Landons Bett weiter gebettelt? Brie, Schluss jetzt, zischte ich warnend, aber Landon bog sich vor Lachen und gab ihr damit unnötig Aufwind. Willst du mich jetzt im Dunkeln lassen oder was? Brie zog eine beleidigte Schnute. Was ich will, ist eine Möglichkeit zu finden, wie wir die Tanzschule noch retten können. Erwiderte ich wütend und sah auffordernd zu Landon. Es gibt da tatsächlich eine Möglichkeit, begann dieser. Welche denn? Unterbrach ihn Brie hoffnungsvoll. Nach einer Kontrolle habt ihr drei Monate Zeit, um die Mängel zu beseitigen und eine erneute Kontrolle zu beantragen. Besteht ihr die, kann die Firma nicht von dem Vertrag zurücktreten und der Vertrag läuft regulär weiter. Zumindest bis zur nächsten Kontrolle. So eine Kontrolle darf laut Vertrag einmal pro Jahr stattfinden. Solange ihr jede Kontrolle spätestens im zweiten Anlauf besteht, läuft der Pacht Vertrag weiter. Allerdings will ich ehrlich sein, sie werden euch das Leben nicht einfach machen und aktiv nach Dingen suchen, die sie euch ankreiden können. Das ist nicht mal das, was mir am meisten Sorgen bereitet, offenbarte ich mutlos. Das Geld weitem, erriet Landon meine Gedanken. Genau, die letzte Kontrolle liegt bereits einige Wochen zurück. Um die Frist einzuhalten, müssten wir quasi sofort reagieren. So schnell bekomme ich das aber nicht alles repariert und außerdem fehlt mir die nötige Liquidität dazu. Wo soll ich denn das Geld für all diese Reparaturen von jetzt auf sofort hernehmen? Ich würde dir ja anbieten, es dir zu leihen, setzte Landon an. Vergiss es, nein, du tust schon genug für uns, mehr als ich dir je zurückzahlen kann. Landon legte den Kopf schief und zog einen Mundwinkel in die Höhe. Da bin ich mir nicht so sicher. Deine Währung ist heiß begehrt, im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist denn das für eine Währung? schaltete sich Bree erneut aus dem Hintergrund ein. Das soll dir Vi besser selbst erzählen, zwinkerte ihr Landon zu. Sieh an, sieh an, du nennst sie Vi. Anscheinend habe ich in den letzten Tagen so einiges verpasst. Diese Wissenslücke sollte ich schleunigst schließen. Bree warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu und mir schwarnte, dass sie über mich herfallen würde wie ein Schwarm Heuschrecken, sobald Landon das Büro verließ. Lass mich das nochmal für alle zusammenfassen. Die einzig legale Möglichkeit, den Verkauf abzuwenden, ist es also, die festgestellten Mängel binnen drei Monaten nach der ersten Kontrolle zu beheben. Richtig, bestätigte Landon. Ich habe einen Antrag eingereicht, der besagt, dass wir uns dieses Recht vorbehalten. Eventuell schaffe ich es auch, einen zusätzlichen Monat auszuhandeln, aber mehr kann selbst der beste Anwalt der Welt nicht rausschlagen. Die Gesetzeslage ist in diesem Fall einfach zu eindeutig. Okay, nickte ich. Danke, dass du es dir angesehen hast. Was hast du jetzt vor? Ich lasse mir Kostenvoranschläge zuschicken und überlege, wie ich rechtzeitig an genug Geld komme, um die Reparaturen zu finanzieren. Wie du rechtzeitig an genug Geld kommst? Landon musterte mich sorgenvoll. Banküberfälle sind illegal, das weißt du, oder? Ich rang mir ein zuversichtliches Lächeln ab, obwohl es in mir drin alles andere als zuversichtlich aussah. Falls ich dabei erwischt werde, kenne ich einen guten Anwalt, den ich aus dem Gefängnis anrufen kann. Jederzeit, schmunzelte er, wobei ich die Bronx dem Gefängnis vorziehe und das will was heißen. Wusste ich doch, dass du früher oder später Gefallen an der Bronx findest, stichelte ich und erntete dafür ein spöttisches Schnauben von Landon. Aber dann wurde er plötzlich ernst. Der Moment des Abschieds stand unmittelbar bevor und wir spürten es beide. Landons Job fand hier und jetzt ein Ende und damit auch unsere gemeinsame Zeit. Wenn du dich doch noch für einen Deal entscheiden solltest, weil, melde dich bei mir, damit ich ihn für dich aushandeln kann. Je länger du dir mit deiner Entscheidung Zeit lässt, desto weniger Verhandlungsspielraum bleibt mir. Danke für das Angebot, aber wir werden bis zum letzten Tag für diese Schule kämpfen. Das dachte ich mir, seufzte er, und ich weiß nicht, ob ich es bewundernswert oder starrsinnig finde, womöglich ein bisschen von beidem. Ich erhob mich und ging mit einem entschuldigenden Lächeln auf Landon zu. Vor dir steht eben eine uneinsichtige Weltretterin, das sollte dich mittlerweile eigentlich nicht mehr überraschen. Und trotzdem überrascht du mich immer wieder, entgegnete er und warf mir einen vielsagenden Blick zu. der mehr ausdrückte, als Worte es jemals könnten. Danke für alles, Landon, brachte ich mühsam hervor, da mir Landons intensiver Blick das Atmen sichtlich erschwerte. Ich umarmte ihn und erlaubte mir, diese innige Berührung ein paar Sekunden lang auszukosten. Wehmütig spürte ich seine starken Arme, die mich um Schlangen und mir Halt gaben, mir Hoffnung spendeten, mich erschaudern ließen. Bye, flüsterte ich, als ich mich aus unserer Umarmung löste. Bye, murmelte Landon leise und strich mir mit den Fingerknöcheln über die Wange. Pass auf dich auf, Weltretterin. Was in aller Welt habe ich verpasst? Was läuft da zwischen dir und dem scharfen Kapitalisten Anwalt? Nichts, beteuerte ich. Da läuft nichts. Nach nichts sah das aber nicht aus. Erzähl mir keinen Unsinn, Wei. Ihr zwei habt es getan. Da sieht ein Blinder aus zehn Kilometern Entfernung. Ich verdrehte innerlich die Augen, weil ich Aubrey kannte und wusste, dass sie so lange unermüdlich nachbohren würde, bis ich ihr reinen Wein einschenkte. Deshalb konnte ich auch Direktfarbe bekennen und mir ihre leidigen Verhöre so ersparen. Okay, ja, eröffnete ich ihr. Wir waren miteinander im Bett, obwohl, das stimmt nicht. Wir haben es auf dem Schreibtisch getan, nicht im Bett. Bist du jetzt zufrieden? Auf dem Schreibtisch? Aubrey kullerten beinahe die Augen aus dem Kopf, auf welchem Schreibtisch? Auf deinem? Auf dem hier? Sie wies mit einer Mischung aus Entsetzen und Ehrfurcht auf meinen alten Holztisch. Nein, bei ihm, in seinem Büro, gestern Abend. Was? Ist das denn zu fassen? Aubrey sprang von ihrem Stuhl auf und hüpfte aufgeregt zu mir herüber. Wie hat er dich dann rumgekriegt? Ich dachte, du kannst ihn nicht ausstehen. Na ja, also ich, weißt du, ich schluckte. Wenn ich Aubrey jetzt beichtete, dass nicht er mich rumbekommen hatte, sondern ich ihn, würde sie das gesamte Gebäude mit ihrem aufgeregten Gekreische zum Einstürzen bringen. Eins kam zum anderen und da ist es eben irgendwie passiert, bemühte ich mich um eine gezielt vage Aussage. Und wie war es? Aubrey stützte das Kinn auf ihrer Handfläche ab und schaute mich aus ungeduldig glänzenden Augen an. Nun sag schon, wei, wie war der Sex mit dem Sahneschnittchen? Ich erschauderte bei der Erinnerung an die Gefühle, die Landen in mir ausgelöst hatte. Sein Schwanz, seine Hände, seine Küsse, sein Atem, seine Worte. Wei, hallo, wie war der Sex? Meine beste Freundin schnippte mich mit ihren Fingern zurück in die Gegenwart. Schweren Herzens löste ich mich von den Gedanken an letzte Nacht und bemühte mich, mir meine aufgewühlten Emotionen nicht anmerken zu lassen. Das Letzte, was Brie und ich in der momentanen Lage gebrauchen konnten, waren noch mehr Probleme, als wir sowieso schon lösen mussten. Gut, er war gut, verriet ich und untertrieb damit maßlos. Gut? Fassungslosigkeit spiegelte sich in Aubrey's Stimme und Mine wieder. Bloß gut? Das glaube ich dir nicht. Warst du in letzter Zeit mal beim Gynäkologen? Ist da unten alles fit oder flunkerst du mich gerade an, damit ich dir das Schnittchen nicht vor deiner hübschen Nase wegschnappe und es selbst vernasche? Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und funkelte Aubrey amüsiert an. Also schön, es war ungewöhnlich außergewöhnlich, okay? Ungewöhnlich außergewöhnlich? Ja, sagen wir mal so, der Mann versteht sein Handwerk und sein Schwanzwerk. Er weiß, wie man eine Frau zum Abheben bringt. Hat er dich fliegen lassen, Süße? hauchte Aubrey verträumt. Hat er. Und wie? Bis zu den Sternen. Das freut mich für dich, lächelte sie aufrichtig. Wie geht es jetzt weiter mit euch? Diese mehr als berechtigte Frage ließ mich schlagartig von den leuchtenden Sternen auf die dunkle Erde zurückkehren und der kalten Wahrheit ins Auge blicken. Gar nicht, erklärte ich nachdrücklich, begleitet von einem bedauernden Schnauben. Das gestern war eine einmalige Sache. Bist du sicher? Das sei mir nämlich eben nicht nach einer einmaligen Sache aus. Aubrey legte zweifelnd die Stirnenfalten. Red kein Unsinn. Was auch immer du zu sehen geglaubt hast, da ist nichts. Der Kerl wechselt seine Frauen wie wir unsere Unterwäsche. Davon mal abgesehen haben wir weiß Gott andere Probleme. Lass uns lieber überlegen, wo wir auf die Schnelle genug Geld auftreiben können, um die nötigen Reparaturen vorzunehmen. Zu meiner Erleichterung ließ Aubrey Vorschlag Ich arbeite die Liste ab und kümmere mich um die Kosten Voranschläge und du überlegst dir derweil, welche Einnahmequellen in Frage kommen, die wir bisher noch nicht ausgeschöpft haben. Okay, stimmte ich ihr zu. Legen wir los. Kapitel 13 Lenden Na, wie ist es in Italien? Begrüßte ich Grace und Damien, die mich aus Europa per Videokonferenz Zeitung anriefen. Wunderschön, schwärmte Grace und warf ihrem Ehemann einen verträumten Blick zu, den dieser mit so viel Liebe erwiderte, dass mir vor lauter Kitsch und Romantik der Kopf schwirrte. Was haben wir verpasst? Wie läuft es mit Violet Simonelli? erkundigte sich Grace neugierig. Scheinbar hatte ihnen Jameson noch nichts von meinem schmutzigen Büroabenteuer mit besagter Violet Simonelli erzählt. Sonst wäre die Unterhaltung mit Grace nämlich von einer völlig anderen Dynamik geprägt. Sie kann den Pachtvertrag vorerst aufrechterhalten, wenn sie die bei der letzten Kontrolle festgestellten Mängel im Gebäude Inneren innerhalb der vertraglich festgelegten Frist behebt. Das klingt doch vielversprechend, freute sich Grace. Leider nicht wirklich, widersprach ich. Es gibt in dem Gebäude einiges zu sanieren, nichts allzu gravierendes, aber es hat sich eben in den letzten Jahren ziemlich viel angehäuft. Von wie viel Geld reden wir? wollte Damien wissen. Einen genauen Preis kann ich dir nicht sagen, da Violet noch keine Kosten Voranschläge eingeholt hat. Aber es geht ja nicht nur darum, die aktuellen Schäden zu beheben, sondern auch darum, zukünftigen Schäden vorzubeugen. Dafür braucht man nun mal Geld, und zwar kontinuierlich. Und das hat sie nicht. Du weißt doch selbst, wie knapp bemessen die staatlichen Budgets ausfallen. Heißt das, sie verliert die Schule? Grace machte ein bestürztes Gesicht und weckte damit sofort Damiens Beschützerinstinkt. Hast du auch wirklich alles versucht? knurrte Damien und warf mir einen finsteren Blick zu. Ja, habe ich. Aber hierbei handelt es sich nun mal nicht um einen großen, komplexen Fall, bei dem das Gesetz Interpretationsspülraum lässt und man sich mit Zeugenaussagen und Beweisen in eine gute Ausgangsposition manövrieren kann. Der Fall besteht aus einem legal einwandfreien Vertrag zwischen zwei Parteien, wovon eine Partei ihren Vertragsverpflichtungen nicht ausreichend nachgekommen ist. Wir könnten ihr das Geld leihen, überlegte Grace. Vergiss es. Ich machte eine wegwerfende Handbewegung. Das habe ich ihr bereits angeboten und sie hat es rigoros abgelehnt. Ihr beiden seid euch in dieser Hinsicht ziemlich ähnlich, Gracie. Du, hast ihr angeboten, ihr das Geld zu leihen? stutzte Damien verblüfft. Warum sagst du das so, als ob ich dir gerade gestanden hätte, dass ich meinen Porsche gegen einen Fiat Multiple eintauschen will? Weil beide Szenarien gleichermaßen surreal sind, Kumpel. Magst du sie? flötete Grace zuckersüß und schenkte mir ihr Sonnenscheinstrahlen, das jeden Mann sofort in die Knie zwang. Sie ist total nervig und stur. So wie alle Frauen, wenn man euch Männern glauben schenkt. Aber du magst sie trotzdem nicht, wahr? grinste Gracie gesicher. Wenn sie mich ausnahmsweise mal nicht nervt und aufregt, ist sie ganz okay, ja, untertrieb ich schamlos und hoffte, damit das Thema beenden zu können. Es reichte vollkommen aus, dass ich bei jedem Anruf, der mein Büro erreichte, insgeheim hoffte, dass es sich bei dem Anrufer um Violet handelte, die mir eine Chance bot, sie wiederzusehen. Aber seit meinem letzten Besuch herrschte zwischen uns beiden Funkstille. Dabei halten die Fragen in meinem Kopf unaufhörlich und dermaßen laut wieder, dass sie einem gigantischen Megafon Konkurrenz machen konnten. Warum hatte sie an jenem Abend ausgerechnet mich ausgewählt, um sich von ihren Sorgen abzulenken? Wann genau hatte sie entschieden, dass sie mich zwischen ihren Schenkeln spüren wollte? verfolgte sie mit ihrem überraschenden Besuch an jenem Abend exakt dieses Ziel. Ich wippte ungeduldig mit meinem Fuß. Die nervtötende Endlosschleife in meinem Kopf machte mich ganz kirre. Seit wann kümmerte es mich, warum Frauen mit mir schlafen wollten? Wichtig war doch wohl allein, dass sie mit mir schliefen, dass sie meinen Schwanz verwöhnten und ihn zum entspannen brachten. Und Schlange, um mit mir ins Bett zu steigen. Bisher war es mir herzlich egal gewesen, ob das an meinem durchtrainierten Körper lag, den sie anziehen fanden, an meinem hungrigen Schwanz, der ihnen Höhenflüge verschaffte, an meinem Geld, das ihnen bisweilen luxuriöse Annehmlichkeiten bescherte, oder an meinem Charme, der ihnen schmeichelte. Einzig bei Violet interessierte und beschäftigte mich das Warum. Und das nervte gewaltig. So gewaltig, dass ich mich vor heute Abend mit einer meiner Bekannten verabredet hatte, von der ich mit Sicherheit wusste, dass ihre ausgefallene sexuelle Fantasie mich auf andere Gedanken bringen würde. Landon, hallo, riss mich Grace mit ihrer Engelsstimme aus meinen Gedanken. Hm? Entschuldige, hast du was gesagt? Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Ist alles okay? Nein, nichts war okay. Aber das würde ich weder Grace noch Damien auf die Nase binden. Alles super, Gracie. Ich habe heute Abend bloß ein heißes Date und war mit den Gedanken schon bei der Nachspeise, die mich dort erwartet. Log ich in dem Wissen, dass Grace es mir definitiv abkaufen würde. Wird dir das gefühllose Rumgefögele eigentlich nie zu blöd? Grace rollte missbilligend die Augen. Nö, es reicht vollkommen, dass einer von uns dreien sich zur Monogamie bekannt hat. Seitdem Damiens Schwanz allein dir gehört, müssen Jameson und ich nämlich doppelt so hart schuften, um die Bedürfnisse der New Yorker Frauen zu befriedigen. Du Ärmster, lachte sie, da bekommt man fast Mitleid mit dir. Aber eben nur fast. Was hältst du jetzt von meinem Vorschlag? Was für ein Vorschlag? Hat der von Coltons Talentshow? Coltons Talentshow? echote ich verständnislos. Ja, hast du mir den vorhin nicht zugehört? Landon hört grundsätzlich nur die Dinge, die mit Geld, Sex oder beidem zu tun haben, Schatz, stichelte Damien und küsste seine Frau auf die Schulter. Was habe ich gehört, du Blödmann? brummte ich. Dann ist ja gut, antwortete Damien und zwinkerte Grace zu, die ihm dieses allein für ihn reservierte, verliebte Lächeln schenkte, bei dem das Herz meines Kumpels in zehnfachem Tempo weiterschlug. Was für eine Talentshow, unterbrach ich die beiden Turteltäubchen bei ihrem sich Der Sänger von The Out Gang, in dessen Musikvideos ich manchmal mitwirke, veranstaltet doch ab nächstem Monat diese Castingshow für Nachwuchstalente im Tanzbereich, in der er eine Crew castet, die ihn bei seinen Auftritten in den USA und weltweit als Tänzer begleiten soll. Und das erzählst du mir, weil die einzelnen Folgen der Show werden live im TV übertragen, vor einem Millionenpublikum. Und das Siegerteam erhält nicht nur einen Vertrag bei The Out Gang, sondern auch ein nicht zu verachtendes Preisgeld und jede Menge mediale Aufmerksamkeit. Klingt super, aber ich dachte, dass du mit deinem Showprogramm bis zum Jahresende komplett ausgebucht bist, Gracie. Bin ich auch, kicherte Grace und warf Damien einen mahnenden Blick zu. Du kapierst auch echt gar nichts, Lenden. Ich sollte mich mal mit Jameson über deine anwaltliche Zukunft unterhalten. Vielleicht ist es an der Zeit, getrennte Wege woraufhin dieser bloß dumm lachte. Der Kerl war mein bester Freund, aber bisweilen konnte er mir ziemlich auf den Zeiger gehen. Ich erzähle dir nicht davon, weil ich daran teilnehmen will, sondern weil es eine tolle Chance für Violet sein könnte. Für Violet? Ja, für Violet. Wenn sie eine Gruppe zusammenstellen kann, die sie für gut genug erachtet, an einem solchen Casting teilzunehmen, kann ich mit Colton sprechen und versuchen, ihr ein Vortanzen für die Show zu organisieren. Da Violet bereits ein oder zweimal für Colton getanzt hat, wird er sich bestimmt an sie erinnern und ihr möglicherweise eine Chance einräumen. Violet soll bei einer TV-Show mitmachen? Erst einmal müsste ich ihr einen Castingplatz organisieren und dann liegt es an ihr und ihrer Gruppe die Jury von sich zu überzeugen. Schafft sie das? Ist sie bei der Show dabei? Ja. Das gäbe ihr und der Schule eine landesweite Sichtbarkeit, die Chance auf einen gut bezahlten Vertrag und ein Preisgeld, das ihre Probleme fürs erste lösen tut. Das klingt total abgefahren, Gracie, sprach ich laut aus, was ich dachte. Wenn du alle legalen Möglichkeiten ausgeschöpft hast und sie sich nicht finanziell von uns aushelfen lassen will, ist das in meinen Augen so ziemlich die einzig verbleibende Chance, die Zukunft der Schule zu sichern, entgegnete Grace Stirnrunzelnd. So kann sie sich selbst helfen und ist niemandem etwas schuldig, pflichtete ihr Damien bei. Wir geben ihr lediglich einen kleinen Schubs, den Rest muss sie selbst schaffen. Sie behält ihre Unabhängigkeit und kann sich beweisen. Glaub mir, Kumpel, ich weiß, wie wichtig sowas für Frauen wie Violet ist, denn rein zufällig habe ich eines dieser erlesenen Exemplare geheiratet. Er strich Grace liebevoll über die Wange und hauchte einen Kuss auf die Lippen. Kaum zu fassen, wie verliebt die beiden nach wie vor waren. Ich gönnte es ihnen aus vollster Seele, aber es ließ sich nicht leugnen, dass ich bei ihrem überglücklichen Anblick ein Stich der Eifersucht in meiner Brust bemerkbar machte. Dabei bezog sich die Eifersucht nicht mal auf Grace und Damien, sondern generell auf den Umstand, dass die beiden das verkörperten, wozu ich nicht im Stande war. Wahre Liebe. Zu mehr als losen Beziehungen und unkomplizierten One-Night-Stands reichte mein Durchhaltevermögen einfach nicht aus. Für gewöhnlich störte mich das nicht. Aber jedes Mal, wenn ich Grace und Damien zusammen erlebte, bohrte sich dieser Eisbickel in meine Brust und führte mir schmerzlich vor Augen, dass eine zwischenmenschliche Verbindung weit über belanglosen Sex hinausreichen konnte. Dass es schön sein musste, seinen Seelenverwandten zu finden, mit dem er nicht nur schlafen, sondern auch reden, scherzen und kuscheln konnte. Kuscheln? Himmel! Ich kuschelte nicht! Nie! Irgendetwas stimmte ganz eindeutig nicht mit mir. Höchste Zeit, sich die lächerlichen Teddy-Ware-Fantasien aus dem Kopf zu vögeln. Ich schüttelte die irrsinnigen Monogamie-Gedanken von mir ab und konzentrierte mich auf unseren Gesprächsinhalt. Violet hat eine Gruppe, mit der sie regelmäßig in einem Club namens Slash in Brooklyn auftritt. Ich habe mir einen ihrer Auftritte angesehen. Sie haben es drauf, Grace. Gut genug für eine TV-Show? Ich zuckte mit den Schultern. Was weiß ich? Sehe ich so aus, als ob ich mir Castingshows im Fernsehen anschaue? Damien beugte sich näher zu der Laptop-Kamera vor und hob provokant eine Augenbraue. Nein, aber du schaust dir regelmäßig Musikvideos mit halbnackten Mädels an, die vor der Kamera mit ihren Titten und Ärschen wackeln. War das, was du im Slash gesehen hast, besser oder schlechter? Ich kluckste belustigt. Das kann man wohl kaum vergleichen, aber Violet hat unbestreitbar Talent, viel Talent und ihre Gruppe auch. Bist du also damit einverstanden, dass ich Colton frage, ob er sie vortanzen lässt? ereiferte sich Grace. Sollte ich darüber nicht zuerst mit Violet sprechen? Ich will nicht, dass sie enttäuscht ist, wenn es nicht funktioniert. Lass mich mit Colton reden und wenn er einverstanden ist, kannst du immer noch mit Violet sprechen, okay? Hättest du das Ganze wirklich für eine gute Idee, Grace? Ich blickte skeptisch in das hübsche, entschlossene Gesicht von Damiens Ehefrau. Das tue ich, ja. Okay, dann lass es uns versuchen, willigte ich ein. Juhu, jubelte Grace und strahlte abwechselnd mich und Damien an. Ich setze mich mit Colton in Verbindung und gebe dir Bescheid, sobald ich mehr weiß. Kapitel 14 Violet Ich zupfte unauffällig mein Kleid zurecht und bemühte mich, mir mein Unbehagen nicht anmerken zu lassen. Mit jeder Minute, die ich in diesem noblen Restaurant verbrachte und den langweiligen Gesprächen meiner Tischpartner lauschte, bereute ich meinen Entschluss, mich auf den Vorschlag von meiner alten Freundin Trisha einzulassen mehr. Trisha arbeitete als Escort für eine renommierte New Yorker Agentur. Als solche begleitete sie gut situierte Geschäftsmänner zu ihren Geschäftstreffen, um sie zu Bauchpinseln und sie als hübsches Anhängsel in einem guten Licht dastehen zu lassen. Alles rein platonisch und ohne Körperkontakt hatte sie mir versichert. Ihre Worte halten in meinem Gedächtnis nach. Du musst einfach nur nett lächeln, hier und da etwas Schlaues sagen und dich von deiner besten Seite zeigen. Das würde ich ja gern Trisha, dachte ich verärgert, nur leider erschwerte mir die Hand meiner Begleitung, die immer wieder ungebeten meinen Oberschenkel hinaufwanderte meine Arbeit. Ich war so sehr damit beschäftigt, seine grapschende Hand sanft, aber bestimmt mit einem charmanten Lächeln von meinem Oberschenkel zu schieben, ohne dabei seinen männlichen Stolz zu kränken, dass ich kaum dazu kam, der Unterredung zu folgen. Endlich schien der Typ kapiert zu haben, dass ich nicht zu der Menükarte des Sternerestaurants gehörte und ließ von mir ab. Ich atmete erleichtert auf und klinkte mich in die Gesprächsrunde der elitären Gesellschaft ein. Dem Mann, den ich heute Abend zu einem Geschäftsessen begleitete, gehörte eine große Gebäudereinigungsfirma, die landesweit agierte. Dementsprechend drehte sich das Tischgespräch um Themen, die mich zu Tode langweilten. Mein Blick schweifte durch das elegante Restaurant, das sich in einem angenehmen Dämmerlicht präsentierte und blieb jäh an einem Pärchen hängen, das soeben das Restaurant betreten hatte und nun im Begriff war, an einem Tisch unweit von uns Platz zu nehmen. Landen. Unfähig, den Blick abzuwenden, beobachtete ich, wie er seiner umwerfend schönen Begleitung aus deren dünnen Trenchcoat half und sie dabei gewinnend anlächelte. Die hochgewachsene Blondine trug ein hautenges schwarzes Kleid, das ihr bis zur Mitte der Oberschenkel reichte. Durch ihre ebenfalls schwarzen mörderisch hohen Highheels begegnete sie Landen auf Augenhöhe und das nutzte sie schamlos aus. Sie klimperte verführerisch mit ihren langen Wimpern und beugte sich zu ihm vor, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern, woraufhin er über ihren Arm strich und ihr einen Kuss auf die Wange hauchte. Sie nahmen dicht nebeneinander Platz und die Blondine ließ es sich nicht nehmen, ihre Brüste aufreizend in Landons Sichtfeld zu schieben. Wie sehr Landons schöne Brüste faszinierten, war mir keineswegs entgangen und der Blondine offensichtlich auch nicht. Ich ballte meine Hände zu Fäusten und miteinander lachten. Offenbar handelte es sich heute nicht um ihr erstes Date. Das bedeutete wohl zwangsläufig, dass diese Frau bereits in den Genuss von Landons überaus befriedigenden sexuellen Künsten gekommen war und heute Abend mehr davon wollte. Wer konnte es ihr verdenken? Von Landon gefögelt zu werden, kam einer Ganzkörpermassage samt Maniküre, Pediküre und Rosenbart mit Milch und Honig gleich. Obwohl unser kleines Abenteuer nun schon einige Tage zurück lag, erschauderte ich noch immer jedes Mal, wenn ich mich an die Hochgefühle erinnerte, die er in mir ausgelöst hatte. Als ob Landon spüren würde, dass ich gerade an ihn dachte, hob er in diesem Moment den Blick und schaute mir direkt ins Gesicht. Scheiße. Ich sah ertappt weg, um die Röte, die mir ins Gesicht schoss, vor Landon zu verbergen. Stalking nicht schon peinlich genug, legte mir mein Kunde in diesem Augenblick erneut seine Hand auf den Oberschenkel und begann mich ungebeten zu tätscheln. Ich presste meine Schenkel zusammen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, mit seiner Hand zu meinem nackten Knie zu fahren und zu versuchen, seine Hand dort zwischen meine Schenkel zu drängen. Ich räusperte mich entschuldigend und umfasste seine Hand, hielt sie fest, um sie davon abzuhalten, mich weiter zu betatschen. Zu meinem Leidwesen interpretierte mein Kunde das als Geste der Zuneigung und lächelte mich wissend an. Nach dem Essen gehöre ich ganz dir, Süße, wesperte er und drückte mir einen nassen Kuss auf die Schulter, bei dem sich mir mein Magen vor Ekel umdrehte. Ich versteifte mich und Widerstand dem Drang augenblicklich aufzustehen und davon zu rennen. Ich brauchte diesen Job. Die Agentur zahlte extrem gut. Wenn ich in den nächsten Wochen neben meinem Job im Slash jeden Abend einen Kunden begleitete, konnte ich es vielleicht schaffen, die Reparaturen rechtzeitig in Auftrag zu geben und die Rechnungen zügig zu begleichen. Aubrey wusste von diesem Nebenverdienst selbstverständlich nichts. Sie würde es bloß verurteilen oder darauf bestehen mitzumachen. Doch es reichte, wenn sich eine von uns verkaufte. Zwar verkaufte ich nicht meinen Körper, zumindest nicht direkt, aber trotzdem fühlte ich mich wie eine billige Prostituierte, die von den schlüpfrigen Kunden auf ihr Äußeres reduziert wurde. Eine hübsche Hülle, die als Eye-Candy herhalten musste, um die Männer-Fantasien anzuheizen und ihrem Ego zu schmeicheln. Trisha hatte kein Geheimnis daraus gemacht, dass einzelne Kunden ihr ein hübsches Sümmchen dafür boten, dass sie ihnen im Anschluss an die geschäftlichen Termine einen blies oder sich von ihnen durchvögeln ließ. Und auch die Agentur duldete diese privaten Zusatzaufträge, wie Trisha sie nannte. Aber ich schloss diese Art von Service für mich vehement aus. So sehr ich die Schule und meine Kids auch liebte, meinen Körper würde ich nicht verkaufen, an niemanden. Als die Kellner die Teller abräumten, entschuldigte ich mich bei den Anwesenden unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen. Ich warf einen flüchtigen Blick in Landons Richtung. Er hatte seinen Stuhl so gedreht, dass unser Tisch direkt in seinem Sichtfeld stand. Im Gegensatz zu vorhin wirkte seine Körperhaltung nun angespannt. Ein grimmiger Ausdruck lag auf seinem Gesicht, den selbst die großen Brüste seiner Begleitung, die unmittelbar und einladend vor seiner Nase schwebten, nicht vertreiben konnten. Als er meinen Blick auffing, beugte er sich zu der Blondine vor und strich ihr die Haare hinter die Schulter. Sie reckte ihm ihren nackten Hals entgegen und schloss in Vorfreude auf den leidenschaftlichen Kuss mit dem Lenden ihren Hals gleich bedecken würde die Augen. Ich riss mich los und rannte förmlich in Richtung Toiletten, weil mich bei diesem schmerzlichen Anblick an Würgereiz überfiel. In einem abgedunkelten Bereich des Restaurants hielt ich inne und blinzelte, um mich in dem schummrigen Dämmerlicht zu orientieren. Hatte ich mich verlaufen? Laut dem Schild an der Garderobe befanden sich die Toiletten in diesem Teil des Restaurants. Doch auf mich wirkte dies hier vielmehr wie ein Lagerraum, der das Restaurant mit dem Lieferanteneingang verbannt. Ich machte Kehrt, um in die Richtung zurück zu gehen, aus der ich gekommen war, und zuckte überrascht zusammen, als mein Kunde unmittelbar vor mir auftauchte und mir mit seinem völligen Körper den Weg versperrte. Hallo, meine Schöne, gurte er und schloss die Lücke zwischen uns. Hier bin ich. Deine Ausrede klang sehr glaubhaft. Du bist eine ausgezeichnete Schauspielerin. Hi, Nathan. Ersuchen sie ebenfalls die Toiletten? Ich versuchte, die aufkeimende Angst herunter zu schlucken und überlegte fieberhaft, wie ich den Typ los wurde, ohne ihn zu beleidigen oder zu verärgern. Ich suche dich, Süße. Viel Zeit bleibt uns nicht, aber genug Zeit für ein kleines Appetithäppchen. Er griff nach meinem Handgelenk und zog mich in eine der Ecken des dunklen Raumes. Hol ihn raus, wies er mich an und leckte sich vorfreudig über die mit Schweißperlen bedeckten Lippen. Nathan, es tut mir leid, wenn ich ihnen unwissentlich das Gefühl gegeben habe, mehr von ihnen zu wollen als ein Geschäftsessen. Aber ich suche tatsächlich bloß die Toilette, erklärte ich ihm mit einem freundlichen Lächeln, wobei meine Mundwinkel nervös zuckten. Du bist also eine von den schüchternen Mäusen, die es nicht in der Öffentlichkeit machen wollen, gackerte er. Kein Problem, Süße, du kannst mir gern auf dem Klo einen Blasen, komm. Seine Hand umfasste Eisern meinen Arm und er zerrte mich ungeduldig hinter sich her in den Gang, der unweit hinter uns lag und ganz eindeutig zu den Toiletten führte. In meiner Hast musste ich ihn eben übersehen haben. Nathan, lassen Sie mich bitte los. Ich habe nicht vor, etwas zu tun, was über die rein professionelle Vereinbarung hinausgeht. Professionelles Gut, lachte der untersetzte Mann Ende 50 hämisch. Du bist doch eine professionelle Süße, oder? Also zähl dich nicht so und schenk meinem Schwanz ein bisschen Zuwendung. Er ist schon den ganzen Abend scharf auf dich. Nathan drängte mich gegen die Wand und rieb sich an mir. Spürst du, wie bereit er für dich ist? Nun hol ihn raus und mach den Mund auf. Ich zahle auch extra keine Angst. Nathan, bitte! So langsam gingen mir die Optionen aus. Als Frau, die Tag ein, Tag aus in der rauen Bronx verkehrte, war es mir ein leichtes, diesen aufdringlichen Kerl abzuwehren. Aber wenn ich das tat, würde er sich bei der Agentur über mich beschweren und mich rauswerfen lassen. Damit wäre dann auch die allerletzte Chance, schnell an Geld zu kommen, futsch. Danach blieb mir wirklich nur noch ein Bankraub. Es macht mich so an, wie du dich zierst, Süße, raunte er und begrabschte meine linke Brust durch den dünnen Stoff meines Kleides. Mit seiner anderen Hand langte er an meinen Po. Nathan, ich sage es ihnen noch einmal ganz deutlich. Ich habe kein Interesse daran, ihnen einen zu blasen oder mit ihnen zu schlafen und jetzt lassen sie mich sofort los. Du willst doch nicht, dass ich bei der Agentur anrufe und mich über deine Dienste beschwere, oder? Also sei ein braves Mädchen und tu, was ich dir sage, flüsterte er an meinem Ohr und presste seinen Mund auf meinen Hals. Ich setzte dazu an, ihn mit einem Kick zwischen die Beine von mir zu stoßen, so wie ich es in meinem bereits von mir gerissen und mit voller Wucht gegen die geschlossene Toilettentür geschmettert. Hände weg, Arschloch! brüllte eine eisige Stimme, die ich als die von Landon identifizierte. Mein Kopf schnellte zur Seite und erblickte Landon, der Fuchsteufelswild mit hochrotem Kopf neben mir stand und Nathan mit seinen Augen erdolchte. Was mischen Sie sich ein? Das hier ist eine private Unterhaltung zwischen meiner Begleitung und mir, empörte sich Nathan. Diese private Unterhaltung ist mit sofortiger Wirkung beendet, Arschloch! zischte Landon und baute sich bedrohlich von Nathan auf. Hauen Sie ab, bevor ich mich vergesse und Ihnen jeden Zahn einzeln ausschlage. Was bilden Sie sich ein? schnaubte Nathan wütend. Die Dame ist mit mir hier, aus freien Stücken. Die Dame hat ihnen soeben mitgeteilt, dass sie kein Interesse daran hat, ihren Schwanz zu lutschen oder mit ihnen zu ficken. Daraufhin haben sie sie unter Druck gesetzt und versucht, sie zu erpressen. Das ist illegal, sagt wer. Das sage ich, und rein zufällig verdiene ich mit dem Gesetz mein Geld. Wenn sie also nicht wollen, dass ich sie höchst persönlich hinter Gitter bringe, verpissen sie sich auf der Hohen kommen, finde ich sie und mache sie fertig. Verlassen sie sich darauf, Arschloch, und jetzt Abflug, bevor ich es mir anders überlege und sie vor ihren Geschäftsfreunden wegen sexueller Nötigung festnehmen lasse. Ich verfolgte das hasserfüllte Wortgefecht mit offenem Mund und unfähig, mich zu rühren. Mein Gehirn brauchte eindeutig zu lange, um zu verstehen und zu verarbeiten, was sie gerade vor sich ging. Erst als Nathan sich mit eingezogenem Kopf verzog, erreichten die Nervenstränge mein Gehirn und ließen mich aus meiner Starre erwachen. Landon, du kannst doch nicht, du hast, bist du wahnsinnig? stammelte ich und richtete mit fahrigen Handgriffen meine derangierte Kleidung. Ob ich wahnsinnig bin, weil, brüllte er mich aufgebracht an. Ich? Wer von uns beiden hier wahnsinnig ist, klar. Was soll das denn bitteschön heißen? brüllte ich zurück. Bist du noch ganz bei Trost, dich zu prostituieren? Landon trat mit voller Wucht gegen die Wand und stieß eine Reihe von zornigen Flüchen aus. Ich prostituiere mich nicht, ich arbeite als Escort, ich begleite Geschäftsmänner zu Geschäftsterminen und leiste ihnen dort Gesellschaft. Ja, genau, lachte Landon sarkastisch. Bei meinen Geschäftsterminen dränge ich meine Begleiterinnen auch immer gegen die Wand und zwinge sie gegen ihren Willen dazu, mir einen zu blasen, während ich sie unsittlich betatsche. Du buchst dir Escorts? Hätte nicht gedacht, dass du das nötig hast, provozierte ich ihn, angestachelt von seiner unterirdischen Laune. Natürlich buche ich keine Escorts, zwei, hör auf vom Thema abzulenken. Was denn für ein Thema und warum hast du dich überhaupt eingemischt? Ich hatte alles unter Kontrolle, bis du aufgetaucht bist. Der Typ hat dich beinahe vergewaltigt, das nennst du es im Griff haben? Haben sie dir ins Gehirn geschissen oder was zur Hölle ist los mit dir? Ich stieß Sabos die Luft aus. Wie redest du eigentlich mit mir Landon? So wie man mit einer Nutte eben redet, schleuderte er mir mit blitzenden Augen entgegen. Wie viel muss ich dir zahlen, damit du meinen Schwanz lutscht? Er zog sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche und begann eine Reihe an 100 Dollar scheinen daraus hervorzuziehen. Sag es mir Wie viel kostet ein Blowjob bei dir? Gibst du mir Mängeln Rabatt, wenn ich dich anschließend noch ficke? Hör auf Landon! Heiße Tränen schossen mir habe, wie viele Schwänze kannst du abarbeiten? Lass das! krächzte ich tränen erstickt. Warum tust du das? Warum ich das tue? Ich? Landons Augen fixierten mich mit einer Kälte, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Seine Hände zitterten vor Wut, seine Brust vibrierte unter seinem bebenden Atem. Warum prostituierst du dich, Violet? Warum? Ich prostituiere mich nicht verdammt und selbst wenn, was interessiert dich das? Es geht dich nichts an, was ich tue und mit wem ich es tue. Sei doch froh, dass du die verbissene Weltretterin los bist und kümmere dich lieber um die Blondine, bei deren gemachten Titten du anfängst zu sabbern. Sie wartet bestimmt schon sehnlich auf dich. Mit diesen Worten stieß ich der nächtliche Sommerluft trat, tropften die ersten verräterischen Tränen auf meine Wange und weckten in mir den Wunsch, so schnell wie möglich von hier zu flüchten. Weg von diesem Restaurant. Weg von Landon. Kapitel 15 Landon Außer mir vor Wut sah ich weilet hinterher, die fluchtartig das Lokal verließ. Aber so einfach würde sie mir nicht davon kommen. Nicht nach dieser gefährlichen leichtsinnigen Schwachsinnsaktion. Ich stapfte ihr hinterher und bemühte mich nach Kräften, dabei nicht das halbe Restaurant auseinander zu nehmen. Meine aufgestaute Wut suchte ein Ventil. Sie wollte raus. Und bei Gott war ich wütend. So verflucht wütend. Mein Körper und mein Verstand wurden regelrecht von dieser heißkalten Wut beherrscht und dominiert. Ich stieß die Tür auf und entdeckte Violet auf der Straße, wie sie nach einem Taxi aushau hielt. Wo willst du hin? Ist deine Schicht schon zu Ende? Hast du genug Geld eingenommen? Wut entbrannt schloss ich zu ihr auf. Was willst du von mir lernen? Sie drehte sich mit Tränen überströmtem Gesicht zu mir um. Ihre vollen Lippen wirkten geschwollen. Die Wimperntusche um ihre Augen war verwischt. Ihre Wangen bedeckte ein heller Rotton. Sie umklammerte ihre kleine Tasche und sah beschämt auf ihre Fußspitzen. Ich drehte mich von ihr weg, weil ich den traurigen Anblick der sonst so starken unabhängigen Frau nicht ertrug. In meine eiskalte Wut mischten sich blanke Angst und pures Entsetzen. Dieser toxische Gefühlscocktail überforderte mich restlos. Ich verstand nicht, was mit kommen durcheinander. Lenden, Schatz, ist alles in Ordnung? Brittany kam aus dem Lokal auf uns zustolziert und schaute fragend von mir zu Violet. Wer ist das? Das ist Violet, eine Klientin. Und nein, nichts ist in Ordnung. Ich werde Violet nach Hause fahren. Wie du siehst, geht es ihr nicht gut. Das ist nicht nötig, widersprach Violet. Mir geht es ganz ausgezeichnet. Tja, klar, schnaubte ich. So siehst du auch aus, ganz ausgezeichnet. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihren Abend gestört habe, wandte sie sich nun an Brittany und ignorierte mich. Ich bin schon weg. Violet, jetzt warte gefälligst, ich fahre dich, rief ich ihr hinterher. Doch Violet drehte sich nicht einmal mehr zu mir um, sondern schüttelte lediglich den Kopf, während sie nicht will. Lass uns wieder reingehen, Baby, sagte Brittany und schmiegte sich lockend an mich. Ich kann sie in dem Zustand nicht alleine lassen. Was ist denn überhaupt passiert? Lange Geschichte, wiegelte ich ab. Hör zu, Brittany, ich muss das klären. Ich kann sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Tust du nicht. Sie doch, sie steigt in ein Taxi. Brittany wies in die Richtung, in die Violet davongegangen war. Und tatsächlich stieg Violet in diesem Moment in ein wartendes Taxi und fuhr wenige Sekunden später davon. Wie du siehst, ist alles in Ordnung. Können wir jetzt wieder reingehen und da weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben? Eigentlich sollte mich der Abend mit Brittany von den ständigen Gedanken an Violet ablenken. Dass sich der antikapitalistischen Violet ausgerechnet in einem der teuersten Sterne Lokale Manhattans über den Weg lief, konnte ich er nun wirklich nicht ahnen. Der entspannte Abend, den ich mir mit Brittany erhofft hatte, verpuffte nach dem Zusammenstoß mit Violet wie heiße Luft. Brittany bemühte sich nach Kräften um meine Aufmerksamkeit, aber ich war nicht mehr in der Stimmung, mich von ihr heiß machen zu lassen und sie anschließend ausgiebig durchzufögeln. Und das, obwohl ich wusste, wie viel Spaß man mit Brittany haben konnte. Denn Brittany verstand es, Männer auf ihre Kosten kommen zu lassen, sodass keine Wünsche offen blieben. Statt an den wilden, versauten Sex mit Brittany dachte ich pausenlos an Violet. An die schreckliche Situation, in der ich sie vorgefunden hatte. Hilflos, bedrängt, belästigt, bedroht. Bei der Erinnerung an Typ, der sich an ihr vergehen wollte, stellten sich mir meine Nackenhaare immer noch auf. Zum Glück war der Typ, kurz nachdem ich in das Lokal zurückkehrte, mit eingezogenem Schwanz abgerauscht. Sein Glück, denn in meiner aktuellen Stimmung hielt ich es für durchaus möglich, dass ich ihn vor allen Restaurantgästen bindel weichgeschlagen hätte. Allein sein Anblick reichte aus, um mich rasend vor Wut zu machen. Der blanke Hass, der mich in dem Augenblick erfasste, in dem ich ihn mit Violet entdeckt hatte, verwandelte mich zu einer Person, die ich nicht kannte. Es fühlte sich so an, als stünde ich vollkommen neben mir, als würde ich aus der Haut fahren und dem Lenden, der restlos die Beherrschung verlor, von der Seitenlinie aus dabei zusehen, wie er Violet zur Rede stellte und sie im Anschluss daran gründlich bestrafte. Mir waren schlichtweg sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Violet in dem Restaurant mit dem alten Sack zu sehen, der sie ständig befingerte, hatte mich rasend vor Eifersucht gemacht. Als ich dann noch mit ansehen musste, wie er ihr mit triumphierendem Blick zu den Toiletten folgte und sich unauffällig über den geschwollenen Schritt rieb, drehte ich endgültig durch. Aus Angst, aus Wut, aus Verzweiflung. Ich hatte Angst um Violet und ihre Sicherheit. Diese Angst wurde von unbändiger Wut überschattet. Wut auf den Typen, der es wagte, sich an ihr zu vergreifen. Wut auf sie, weil sie sich dermaßen erniedrigte und sich leichtsinnig in Gefahr brachte. Wut auf mich, dass ich es nicht hatte kommen sehen, dass ich unterschätzt hatte, wie weit Violet gehen würde, um die Schule zu retten. Und als wäre das nicht längst genug Gefühlschaos, tobte dort zwischen all den wilden Emotionen die pure Verzweiflung in mir. Verzweiflung darüber, dass sie sich von mir nicht helfen lassen wollte, dass sie mich nicht an sich ran ließ, dass sie mich von sich stieß, dass sie mich ausschloss. Verdammt nochmal, diese Frau raubte mir den letzten Funken Verstand. Fahren wir zu dir oder zu mir? Wenn du willst, können wir auch in ein Hotel gehen oder wir machen es im Auto, gurrte Brittany an meinem Ohr und legte unter dem Tisch ihre Hand auf meinen Schoß. Sie begann aufreizend meinen Schwanz zu reiben und flüsterte mir ihre eindeutigen Vorschläge für die nächsten Stunden ins Ohr. Ich schloss die Augen und atmete tief durch Hör zu Brittany Es tut mir furchtbar leid, aber ich bin heute Abend nicht in der Stimmung. Ich rufe deren Taxi, okay? Brittany's Hand hielt in meinem Schoß inne. Habe ich was falsch gemacht? Gott nein, seufzte ich und schob ihre Hand von meinem Schritt. Mit dir hat das rein gar nichts zu tun. Geht es um diese Klientin von dir? Die, die verheult ins Taxi gestiegen ist? Ja, ich wollte Brittany nicht anlügen. Wir waren kein Paar. Wir schliefen lediglich ab und an miteinander. Deshalb erhob sie auch keine Besitzansprüche auf mich. Brittany war herrlich unkompliziert, genau so, wie ich es liebte. Und doch brauchte ich heute Abend etwas anderes. Jemand anderes. Ich brauchte Violet, die hochgradig komplizierte, nervtötende Eigenschaften. wundersinnige Violet. Ich musste wissen, dass es ihr gut ging, dass sie sich in Sicherheit befand. Und ganz nebenbei wollte ich ihr bei dieser Gelegenheit gehörig die Meinung geigen. Wirst du zu ihr fahren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht, was zwischen euch beiden vorgefallen ist, aber so abwesend, wie du seit dem Streit mit dir bist, bedeutet sie dir offensichtlich etwas lernen. Deshalb solltest du zu ihr fahren und klären, was auch immer der Ursprung eurer Auseinandersetzung ist. Danke, Britt. Ich weiß dein Rat zu schätzen, lächelte ich und küsste ihre Hand. Du kannst dich das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dafür revanchieren, zwingerte sie. Du weißt ja, wie. Ich beglechte die Rechnung und rief Brittany ein Taxi. Dann ging ich zu meinem Wagen und blieb regungslos darin sitzen. In mir kämpften so viele Emotionen miteinander, dass ich das Gefühl hatte, gleichzeitig zu implodieren und zu explodieren. Diese innere Unruhe und Rastlosigkeit trieben mich schier in den Wahnsinn. Und die Schulter rand trug allein Violet. Ich startete den Wagen, fest entschlossen mir Violet vorzuknöpfen. Die Straßen Manhattans und Queens flogen an mir vorbei, ohne dass ich davon Notiz nahm. Ich dachte bloß an Violet, an das Chaos, das sie ständig stiftete und an die unberechenbaren Vulkaneruptionen, die sie in mir auslöste. Vor dem in die Jahre gekommenen Backsteingebäude, in dem sie wohnte, sprang ich aus dem Wagen und suchte die Klingelschilder nach ihrem Namen ab. Wie Simonelli stand er in schnörkeliger Schrift auf einem der Schilder. Daneben Intimität. Aber warum regte ich mich überhaupt noch darüber auf? Ich sollte es mittlerweile doch wirklich besser wissen. Ich drückte auf ein paar der zahlreichen Klingelschilder und binnen Sekunden ertönte der Summa, der die Eingangstür öffnete und mir den Zugang in das Gebäude gewährte. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend sprintete ich in den dritten Stock und blieb atemlos vor Weilets Wohnungstür stehen. Ich erwarte knurrte ich in Gedanken. In einem zweiten Versuch sie dazu zu bewegen mir die Tür zu öffnen betätigte ich ihre Türklingel. Doch auch diese Aufforderung ließ sie unbeantwortet. Also hielt ich die Klingel permanent gedrückt, so dass man das penetrante Geräusch bis in den Hausflur hören konnte. Was ist denn das für ein Krach? tönte es aus dem zweiten Stock soll denn das? schrie indes jemand aus dem Stockwerk über mir. Ich schenkte ihm keinerlei Beachtung, sondern hielt die Klingel weiter gedrückt. Was willst du? ertönte nun endlich Weilets Stimme durch den Türspion. Ich ließ von der Klingel ab und trat einen Schritt zurück. Lass mich rein, Weil! Warum sollte ich? Weil ich sonst weiter klingle, bis du mir aufmachst. ging zur Tür zurück und machte dort weiter, wo ich vorhin aufgehört hatte. Immer mehr Türen wurden aufgerissen und das wütende Geschrei der aufgescheuchten Nachbarn drang von allen Seiten den Weilets Stockwerk. Wahrscheinlich weckte ich zu dieser späten Stunde das halbe Gebäude auf, aber das interessierte mich gerade herzlich wenig. Ich zuckte die Achseln und klingelte unbeeindruckt weiter. So stur kam, würde sie mich in Handschellen abführen müssen, wenn sie wollte, dass ich die Klingel losließ. Hör auf damit Lenden und geh weg, schrie mich Weilets von der anderen Seite der Tür an. Ich kann dich leider nicht hören, Süße, dafür ist die Klingel zu laut, schrie ich zurück. Aber du weißt ja, wie du das ändern kannst. Nach scheinbar endlos langen Sekunden des Schweigens hörte ich, wie Violet auf der anderen Seite der Tür das Schloss entriegelte. Na also, es wurde auch Zeit. Kapitel 16 Violet Willst du mich in den Wahnsinn treiben oder was soll dieser Aufstand mitten in der Nacht? zischte ich erbost, als sich das Schloss entriegelte und Landon mit wutschnaubendem Gesicht im Türrahmen erschien. Komisch, zischte er nicht minder erbost und schob mich rückwärts in meine Wohnung. Dasselbe wollte ich dich auch gerade fragen. Kannst du Gedanken lesen? Damit ließe sich sicher gutes Geld verdienen. Sehr witzig. Komm doch bitte herein und nimm Platz. Mach es dir bequem, sagte ich mit vor Sarkasmus triefender Stimme, da er sich einfach selbst eingeladen hatte und nun breitbeinig und mit verschränkten Armen an meinem Küchentisch saß. Setzen, befahl er in gebieterischem Ton. Sehe ich aus wie ein Hund? giftete ich und warf die Tür mit einem lauten Knall ins Schloss. Landon musterte mich von Kopf bis Fuß, was mir sichtlich unangenehm war, denn über seine aufdringlichen Klingelattacke hatte ich vollkommen vergessen, mich umzuziehen. So stand ich nun barfuß und in einem ausgewaschenen übergroßen T-Shirt, das mir bis zu den Oberschenkeln reichte vor ihm. Überaus sexy. Nicht. Doch was kümmerte es mich überhaupt, was Landon von meinem Aufzug dachte? Es konnte mir piepegal sein. Mehr noch, es sollte mir piepegal sein. Nein, du siehst nicht aus wie ein Hund, beendete Landon seine Musterung. Aber das will nichts heißen, denn wie eine Nutte siehst du ebenfalls nicht aus. Trotzdem bist du offenbar eine Ich bin keine Nutte, wiederholte ich überdeutlich für den arroganten Bastard, der mich übertrieben abschätzend taxierte. Ach nein, was sollte dann dieser Auftritt heute Abend wei? Wie lange machst du diesen Scheiß schon? Dieser Scheiß nennt sich Escort. Es ist ein professioneller Begleitservice für erfolgreiche Geschäftsleute und wird sehr gut bezahlt. Bist du dir sicher, dass du das Wort professionell in diesem Zusammenhang richtig interpretiert hast? Ja, verdammt! Es hieß, dass ich den Kunden zu einem Geschäftsessen begleite und ihn dabei gut dastehen lasse. Das war's. Offensichtlich war's das nicht, sonst hätte er dich wohl kaum in eine dunkle Ecke gezehrt und versucht, dich zu ficken bei. Ich zuckte erschrocken zusammen, weil Landon bei diesen Worten so fest mit der Faust auf den Küchentisch schlug, dass die umstehenden Stühle unter der Vibration seines Schlages wackelten. Erstens, ich hatte die Situation im Griff und wäre auch ohne deine ungebetene Hilfe mit ihm fertig geworden. Zweitens, nicht alle Kunden sind solche Perverslinge. Anscheinend habe ich heute Abend einfach den Falschen erwischt. Und drittens, was geht dich das Ganze überhaupt an? Was mich das angeht? Ernsthaft? Eine ganze Menge. Ich habe dir angeboten, dir das Geld zu leihen. Und ich habe dankend abgelehnt, schnitt ich ihm das Wort ab, und prostituierst dich stattdessen. Er begann bitter zu lachen und rieb sich mit den Händen durch das Gesicht. Du und deine beschissenen Schnellschussaktionen, das geht mir so auf den Zeiger. Du gehst mir auf den Zeiger, Wei. Herzlichen Dank auch. Warum bist du dann hier und nicht in deinem schicken Penthouse in Manhattan mit deiner blonden Modelbraut? Weil du mir mit deiner neuesten, bescheuerten Weltrettungsmission mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hast. Deswegen. Soll ich mich jetzt bei dir dafür entschuldigen, dass ich versuche, die Zukunft der Schule zu retten, oder was? Nein, es würde schon genügen, wenn du dabei ab und an mal deinen Verstand einschaltest. Ich ging in die Hocke und vergrub das Gesicht in meinen Händen. Dieser Kerl machte mich fertig. Seine unerträglich arrogante, dominante, rechthaberische Art raubte mir den letzten Nerv. Landon seufzte resigniert. Hör zu, Wei. Wenn du dich schon prostituieren willst, dann prostituiere dich für mich. Ich sah zu Lenden auf und zog irritiert die Stirn raus. Ich habe dir jetzt bereits hundertmal gesagt, dass ich mich nicht prostituiere, Lenden. Auch nicht für mich? Besonders nicht für dich. Schade. Sein verruchtes Angebot verwirrte mich so sehr, dass mir der Kopf schwirrte. Was heißt hier? Schade. Ich dachte, ich nerve dich und rege dich permanent auf. Tust du ja auch. Und wie. Aber vielleicht macht mich der Gedanke von einer eigenen Hure ja an. Eine eigene Hure, die ich ficken kann, wann ich will, wie ich will, wo ich will und wie hart ich will. Ich kniff die Augen zusammen und bemühte mich, ruhig weiter zu atmen. Lenden legte es darauf an, einen Streit zu provozieren, und zwar indem er mich erniedrigte. Er wusste, dass mich seine derben Worte direkt ins Herz trafen, und er wollte, dass sie es taten. Irgendetwas an dieser prekären Situation im Restaurant hatte ihn offenbar furchtbar aufgewühlt. Ich sah es ihm an, obwohl er sich alle Mühe gab, es vor mir zu verbergen. Seine zu Fäusten geballten Hände zitterten kaum merklich. Seine Stimme klang gefährlich ruhig und schneidend. Seine Pupillen waren unnatürlich geweitet. Sein Atem ging stoßweise. Sein ganzer Körper wirkte angespannt wie ein Flitzebogen. Lenden stand extrem unter Strom. Er bebte geradezu. Aber warum? Du willst mich also ficken, ja? Bist du deswegen hier? Lenden griff über den Tisch nach dem offenen Eisbehälter, aus dem ich bis zu seiner Ankunft noch emsig Schoko-Eiscreme Frust gelöffelt hatte, um meine blank liegenden Nerven zu beruhigen. Ich bin nicht hier, weil ich dich ficken will, Wei. Nein, flüsterte er verärgert und stocherte mit eisiger Miene in dem Eisbecher. Lass das Schoko-Eis in Ruhe. Es gehört mir. Lenden überging meine Mahnung mit einem spöttischen Blick und schob sich einen randvoll beladenen Löffel Schoko-Eis in den Mund. Ich meine das ernst. Du kannst hier nicht einfach auftauchen, mich beleidigen und mir meine Nervennahrung klauen, Lenden. Du siehst doch, dass ich es kann, entgegnete er unbeeindruckt. Wenn dir das nicht gefällt, versuch doch, mich davon abzuhalten. Mal sehen, ob du dabei erfolgreicher bist als bei dem Grabscher, der kurz davor stand, dich zu vergewaltigen. Lenden schob sich provokant einen zweiten Löffel von meiner Eiscreme in den Mund. Echt lecker, lobte er mit vollem Mund. Okay, das reicht jetzt. Ich erhob mich und ging auf ihn zu. Gib mir den Becher und den Löffel, forderte ich ihn mit ausgestreckter Hand auf. Ich denke ja gar nicht daran, erwiderte Lenden mampfend und tauchte den Löffel ein drittes Mal in den Becher. Ich schnaubte erzürnt und funkelte ihn böse an. Lenden quittierte meine Reaktion mit einem höhnischen Grinsen. Wenn du dich bei dem Drecksack genauso effektiv gewehrt hast, gleicht es einem Wunder, dass sein Schwanz nicht schon längst in dir drin gesteckt hat, als ich euch beide entdeckt habe. Was bildest du dir eigentlich ein, du selbstgefälliger Mistkerl? rief ich empört und griff entschieden nach dem Eisbecher in seiner Hand. Gib ihn sofort her! fauchte ich und versuchte, ihn Lenden zu entreißen. Doch Lenden reagierte blitzschnell. Er sprang auf, sodass sein Stuhl polternd zu Boden fiel und zog mich an meinem Handgelenk ungestüm zu sich. Bevor ich mich versah, befand ich mich eingekesselt zwischen ihm und meinem Küchentisch. »Na los, Wei, werd ich!«, verlangte er und zog an meinem Pferdeschwanz, zwang mich so, den Kopf in den Nacken zu legen. Sein heißer Atem streifte meinen Hals und ließ mich erschaudern. »Was wird das, Lenden?«, brachte ich mit zittriger Stimme hervor. »Ich bediene mich an deinem Körper.« »Dazu sind Nutten doch da, oder?« Er griff mit seiner freien Hand in seine Hosentasche und zog sein Portemonnaie heraus, warf es achtlos auf den Tisch hinter uns. »Kannst du alles haben, und jetzt mach die Beine breit oder fang endlich an, dich zu wehren!« Ich presste die Lippen aufeinander und drängte zum zweiten Mal an diesem Abend die aufsteigenden Tränen zurück, die unter Landons ruppiger Behandlung in mir aufstiegen. Ich schrie erstickt auf, als seine kalten Worte unverhofft durch heiße Küsse ersetzt wurden, die sich im nächsten Moment wie feurige Glut in meinen Hals brannten. Landon ging nicht sanft vor. Seine Küsse auf meiner Haut fühlten sich an wie barbarische Peitschenhebe und wurden mit zornigen, schmerzvollen Bissen untermauert. Grob und rücksichtslos grob lehnten seine Zähne in meine dünne, sensible Haut und umfasste meine Handgelenke mit stählernem Griff, stellte sicher, dass ich mich ihm nicht entwinden konnte. »Was ist jetzt weih? Wer dich? Worauf wartest du?« keuchte er und schob seine freie Hand unter den Saum meines langen T-Shirts, direkt zwischen meine Schenkel, wo er meinen Slip mit einem kraftvollen Ruck herunter riss und mir schamlos zwischen die Beine griff. Ich wehrte mich nicht und ließ es geschehen. Sehr zu Landons Verärgerung. Denn bei meiner ausbleibenden Gegenwehr funkelte er mich zornig an. »Sag mir, dass ich aufhören soll, Weih. Komm schon, sag es verdammt nochmal.« Ich schüttelte kaum merklich den Kopf und blinzelte eine salzige Träne weg. »Nein? Also bist du doch eine Hure. Wusste ich's doch.« Seine Stimme triefte vor Sarkasmus und Triumph. »Warum tust du das?«, flüsterte ich und zwang mich unter seinen Fingern, die sich hungrig an meiner Mitte bedienten und mich alles andere als sanft fingerten, nicht laut und gierig aufzustöhnen. »Ich habe dir doch gesagt, dass es mich anmacht, meine eigene Hure zu haben, mit der ich machen kann, was ich will. Und du? Warum tust du das, Weih? Warum prostituierst du dich? Warum erniedrigst du dich? Warum bringst du dich leichtfertig in Gefahr?« In seinen Augen tobte ein unberechenbarer, zerstörerischer Hurricane, der mir mein Herz bis zum Hals schlagen ließ. Wut, Verzweiflung, Zorn, Trauer, Furcht, Erregung, Leidenschaft, Hass. All diese aufbrausenden, unkontrollierbaren Emotionen wirbelten wild umher und sammelten sich in Landons bernsteinfarbener Iris zu dem einschüchternden Auge des Sturms, der alles vernichtete, was ich ihm in den Weg stellte. Und da verstand ich es auf einmal. Ich verstand, was hier vor sich ging. Ich verstand, warum Landon so dermaßen aus der Haut fuhr und vollkommen ausrastete. Angst. Die Situation im Restaurant hatte ihn schockiert, geängstigt, in Panik versetzt. Ich hatte ihn in Panik versetzt. »Es tut mir leid«, beteuerte ich atemlos und strich Land behutsam über die Wange. »Es tut mir so leid, dass ich die Angst eingejagt habe.« Er schloss seine Augen und schluckte schwer, versuchte, seine Gefühle vor mir zu verbergen. Aber er schaffte es nicht. Mir war das verräterische Glitzern der aufsteigenden Tränen in seinen Augen nicht entgangen. »Dreh dich um«, befahl er gepresst und ließ von mir ab. Ich gehorchte wortlos und wehrte mich nicht, als er mir grob in den Nacken fasste und meinen Oberkörper auf den Tisch drückte. »Ich bin nicht hier, um dich zu ficken, Wei. Ich bin hier, um dich für deine beschissenen Harakiri-Aktionen zu bestrafen«, donnerte er und schob mein T-Shirt hoch, sodass ich entblößt vor ihm auf dem Tisch lag. »Dann bestraf mich«, wisperte ich und hoffte inständig, dass ich ihm so ein Ventil bieten konnte, um seine aufgestauten Emotionen zu besänftigen. »Tu es, Landon. Bestraf mich.« Ich spürte Landons Finger, die zärtlich meine Po-Backen entlang streichelten, und schloss genießerisch die Augen. Doch keine Sekunde später riss ich sie abrupt wieder auf, als Landon mir einen kräftigen Klaps auf den Po verpasste. »Das heute Abend war deine bisher mit Abstand bescheuertste Idee, Wei,« zischte Landon und ließ seine Hand ein weiteres Mal auf meinen Po schnellen, um die Wirkung seiner Worte zu unterstreichen. »Du bist eine sture, unverbesserliche und uneinsichtige Nervensäge. Warum zum Teufel willst du das nicht kapieren?« Er verpasste mir einen dritten Klaps, dieses Mal auf die andere Po-Backe. Ich spreizte leicht die Beine, um den süßen Druck zu mildern, der sich zwischen meinen Beinen aufbaute. »Shit, dir gefällt das auch noch,« raunte Landon erregt, als er meine leicht gespreizten, benetzten Schenkel bemerkte. »Deine Bestrafung soll dir nicht gefallen, verflucht.« Er bedachte mich mit einem weiteren Hieb, doch dieses Mal traf seine Hand die empfindliche, weiche Zone zwischen meinen Beinen. Mir stockte der Atem, und ich rang geräuschvoll nach Luft. »Mach weiter,« stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Landon entfuhr ein unbeherrschtes Brummen. »Das entscheidest nicht du.« »Gut, dann mach halt nicht weiter,« reizte ich ihn gepresst und erntete dafür einen weiteren, schmerzvollen Klaps, der sich auf meiner Haut in heiße, prickelnde Lust verwandelte. »Halt den Mund, Violett,« polterte Landon. Ich hörte, wie er seine Gürtelschnalle öffnete und seinen Reißverschluss energisch herunterzog. Das Knistern der Kondomverpackung ließ mich erschaudern. Landons Finger glitten zwischen meine Beine und trafen auf meine nasse, triefende Mitte, die fast genauso schnell pochte wie mein Herz. »Das kann nicht dein Ernst sein, Weltretterin. Du sollst deine beschissene Bestrafung verdammt noch mal nicht genießen.« »Tue ich nicht. Ich hasse es,« log ich, woraufhin Landon ohne Vorwarnung seinen Schwanz der Länge nach in meine enge Pforte schob. »Du lütst mich an, aber etwas anderes habe ich von einer verlogenen Nutte wie dir auch nicht erwartet.« knurrte er und begann hart, in mich zu pumpen. »Gib mir einen Moment, um mich an ihn zu gewöhnen,« japste ich, verzweifelt nach Atem ringend, weil Landons Schwanz mir diesen Rest losraubte. »Wieso glaubst du, Bedingungen stellen zu dürfen, Wei? Augen auf bei der Berufswahl. Ich zahle dafür, dass ich dich benutzen darf.« Ich biss mir auf die Unterlippe und verstand, dass Landons Wut noch lange nicht verraucht war. Er ließ mich mit jedem Stoß spüren, wie sehr ich ihn enttäuscht, geängstigt und aufgewühlt hatte. Dass ich es schaffte, diesen knallharten, selbstbewussten und unfassbar attraktiven Mann derart zu verunsichern, gab mir zu denken. Wobei, das stimmte nicht ganz. Ich hätte gerne darüber nachgedacht, wieso ausgerechnet ich es schaffte, ihn derart aus der Fassung zu bringen. Aber Landon vögelte mir buchstäblich das Hirn aus dem Leib. Er trieb sich wütend in mich und kannte keine Gnade. Wer kam da bitte zum Denken? Angestachelt von seiner primitiven, rohen Erregung steigerte sich mein Verlangen mit jedem Stoß und ließ meine niederen, tief verborgenen Instinkte zum Leben erwachen. Ich verschob das Denken auf später und konzentrierte mich indes auf das Fühlen. Und verflucht fühlte sich das gut an. So unfassbar gut. Bett? Wo ist dein Bett? fragte Landon mit rasselndem Atem und zog mich hoch. Er drehte mich zu sich um, packte mich und setzte mich auf die Tischplatte. Ohne zu zögern, glitte er erneut in mich und begann mich mit schnellen, gezielten Stoßen zu penetrieren. Ich warf den Kopf in den Nacken und genoss den köstlichen Druck, ihn so tief in mir zu spüren. Landon umfasste meinen Hals und zwang mich, ihn anzusehen. Hör auf, es zu genießen und sag mir, wo dein Bett ist, möglichst noch in diesem Leben. Ich deutete mit dem Kinn auf den Raum rechts hinter ihm. Er hob mich vollkommen mühelos hoch und trug mich schnellen Schrittes in mein Schlafzimmer. Dort warf er mich auf mein Bett und kletterte über mich. Ich spreizte willig die Beine für ihn und zog mir mein T-Shirt über den Kopf, um mich ihm völlig nackt hinzugeben. Ich hasse es, dass ich dich bestrafe und es dir gefällt, fluchte er und drang in mich ein. Offensichtlich muss ich mir mehr Mühe geben und härter vorgehen, damit deine Strafe wirksam ist. Mein Bett, das mit jedem von Landons kraftvollen Stoßen rhythmisch gegen die Wand krachte, ließ seinen Worten Taten folgen. Jeder in diesem und in den benachbarten Stockwerken wurde gerade Zeuge von unserem harten, schmutzigen Sex. Meine Nachbarn würden mich spätestens nach dieser Ruhestörung endgültig lünchen, so viel stand fest. Ich krallte meine Fingernägel in Landons knackigen Po und bog meinen Rücken durch, um seinen Stößen entgegenzukommen. Ich hasse dich, Landon, stöhnte ich lustvoll. Diese Strafe ist so gemein. Er hielt inne und schaute auf mich hinab. Seine gefrorenen Gesichtszüge tauten minimal auf und fast glaubte ich, so etwas wie ein angedeutetes Grinsen auf seinen Lippen zu erhaschen. Doch da packte er bereits meine Hüften und drehte uns so, dass ich auf ihm zum Liegen kam. Wir wollen doch nicht riskieren, dass du einen Orgasmus bekommst, nicht wahr? Schließlich ist das hier eine Strafe und keine Belohnung, auch wenn das nicht in deinen unbelehrbaren Dickkopf zu gehen scheint, mahnte er mich. Er gab sich alle Mühe, dabei streng und eisig zu klingen, aber mir entging nicht, dass ihn der dominante Sex sichtlich entspannt hatte und ein Großteil des Drucks in den letzten Minuten von ihm abgefallen war. Wir näherten uns also dem Ziel, an dem wir die Ereignisse des heutigen Abends, die uns beide auf vollkommen unterschiedliche Weise schockiert hatten, hinter uns lassen konnten. Besorg's mir bei und wage es ja, nicht dabei zu kommen. Ich beugte mich zu ihm vor, sodass mein Gesicht unmittelbar über dem Seinen schwebte. Sonst was? Sonst bestrafst du mich? Wir haben ja gesehen, wie gut dir das gelungen ist. Landons Oberkörper schnellte nach oben. Er sog meine Unterlippe zwischen seine Zähne und bis zu. Gleichzeitig umfasste er mit seinen Händen meinen Po und stieß in schnellen kleinen Stößen in mich. Mir entwich ein hilfloses Wimmern, was Landon mit einem dunklen Brummen quittierte. Was ist jetzt, Wei? Brauchst du eine Extraeinladung, oder hast du's einfach nicht drauf? Er entließ mich in die Freiheit, und ich richtete mich auf, um ihn zu reiten. Wage es ja, nicht zu kommen. Hast du das verstanden? Wiederholte er ein weiteres Mal mit gebieterischer Stimme. Ich sollte es nicht wagen, zu kommen? Ich würde sowas von kommen. Und es gab nichts, was er dagegen tun konnte. Ich ritt ihn gemächlich und genoss den Anblick von dem wunderschönen, wenngleich unglaublich grimmigen Mann unter mir. Er hatte seine Hände in die Laken gekrallt und vermied es vehement, mich zu berühren. Aber dieses Spiel würde er verlieren. Wohl wissend, wie sehr ihm meine Brüste gefielen, begann ich, meine Knospen zu umkreisen und sie mit meinen Zeigefingern und Daumen zu necken. Lass das Wei, hör auf, dich anzufassen, krächzte er heiser. Ich spürte, wie er in mir noch weiter anschwoll und ignorierte seinen halbherzigen Einwand. Lass tief ließ ich meine rechte Hand zu meiner Klitt wandern, teilte meinen Schamlippen und begann, meine süße kleine Perle zu reiben, während ich Landon genussvoll weiterritt und seinen harten Schwanz in mir sehnsüchtig auskostete. Gott, fühlte sich das gut an. Ich begann zu stöhnen und steigerte mein Tempo, ritt ihn wilder. Landons Stöhnen vermischte sich mit dem meinen, als er endlich die Laken losließ und sich meinen Brüsten widmete. Er massierte sie mit lustverschleiertem Blick und beobachtete mit leicht geöffnetem Mund, wie sie unter meinem Ritt auf- und abwippten. Du bist so unglaublich, setzte er an, brach dann jedoch unvermittelt ab. Was? keuchte ich atemlos von meinem Ritt auf dem kraftvollen, wütenden Hengst, der unter mir lag. Was bin ich? Unglaublich nervig, flüsterte er und erschauderte, als ich meine nasse Klitt an seinem durchtrainierten Bauch rieb. Ach ja? Ja, raunte er und setzte sich auf. Er schlang seine Arme um meinen Rücken und zog mich fest an sich. Ich ritt ihn einfühlsam weiter und wand mich unter den neckenden Küssen und Bissen, die er auf meinem Hals verteilte. In dieser intimen Position rieb sich meine Perle bei jeder Hüftbewegung an seinem Bauch, was mich zusätzlich zu seinem Schwanz tief in mir, seinen Lippen auf meinem Hals und seinen Fingerspitzen auf meiner Wirbelsäule stimulierte. Unglaublich nervig und unglaublich anziehend, murmelte Landon an meinem Ohr. Unglaublich stur und unglaublich scharf. Unglaublich leichtsinnig und unglaublich betörend. Unglaublich eigenwillig und unglaublich geil. Er biss in meine Schulter und stöhnte laut auf, als ich meine Mitte um seinen Schwanz zusammenkrampfte und ihn tiefer in sich hineinzog. Seine zutiefst erotischen, gehauchten Worte an meinem Ohr trieben mich über die Schwelle des Abgrunds. Ich krallte meine Fingernägel in seine muskulösen Schultern und setzte mich über seinen Befehl, nicht zu kommen, hinweg. Ich kam. Und wie. Ich ritt ihn, als hinge mein Leben davon ab und kostete jeden Funken dieser gigantischen Explosion aus, zog sie in die Länge, bis ich meine Oberschenkel nicht mehr spürte. Landon folgte mir nicht minder intensiv und entlud seine Wut, seine Furcht, seine Verzweiflung, seine Erregung und seine Sehnsucht mit einem animalischen Schrei in die Dunkelheit der Nacht. Kapitel 17 Landon Mein Herz wummerte so schnell in meiner Brust, dass ich befürchtete, im nächsten Augenblick eine Herzattacke zu erleiden. Violet brach auf mir zusammen und verbarg ihren Kopf an meinem Hals. Ihr heißer, unregelmäßiger Atem streifte die Haut unterhalb meines Ohrs und jagte mir einen Schauer über meinen verschwitzten Körper. Ich lag regungslos da und starrte sprachlos an die Decke der in die Jahre gekommenen Wohnung. Wann genau hatte sich mein Plan, Violet gehörig die Meinung zu sagen, zu dem Entschluss gewandelt, Violet gehörig durchzufögeln? Woher rührte dieser furchteinflößende Drang, sie mit Haut und Haaren zu besitzen, sie zu markieren, sie für alle anderen Männer zu verderben? Auf mir lag die komplizierteste, lästigste und uneinsichtigste Frau, die mir je untergekommen war und ich hatte nichts Besseres zu tun, als meinen Schwanz in sie zu stecken und in ihr abzuspritzen? Was zur Hölle? An was denkst du? schnurrte Violet befriedigt an meinem Ohr. Daran, wie nervig du bist, krummelte ich und fuhr mit meinem Daumen vorsichtig ihre Wirbelsäule entlang. Anscheinend stehst du auf nervige Frauen, flüsterte sie und biss spielerisch in mein Ohrläppchen. Tue ich nicht. Wieso hast du dann mit mir geschlafen? Ich stieß ein verärgertes Brummen aus, weil ich über die Antwort auf diese Fragen lieber nicht nachdenken wollte. Du bist nicht nur ungeheuer nervig, du redest auch eindeutig zu viel nach dem Sex, Wai. Entgegnete ich brüsk und hoffte, sie damit vertreiben zu können. Aber natürlich ging mein schroffer Versuch, sie abzuwimmeln, nach hinten los, denn Wai schnaubte bloß belustigt und rollte sich neben mich. Ich widerstand dem Drang, sie aufzuhalten, um ihren warmen Körper weiterhin auf meiner feuchten Haut zu spüren. Was? fragte ich ungehalten, da ich ihren wissenden Blick buchstäblich auf mir spüren konnte. Nathan, mein Kunde, setzte sie an, doch ich fiel ihr scharf ins Wort. Kannst du den Namen dieses Scheißkerls bitte nie wieder erwähnen? Violet umfasste mein Kinn und zwang mich, sie anzusehen. Widerwillig wandte ich ihr mein Gesicht zu. Es wäre nicht zum Äußersten gekommen, Landen. Wenn man, wie ich, die meiste Zeit des Tages in der Bronx verbringt, ist man auf solche Situationen vorbereitet und weiß sich dagegen zu wehrzusetzen. Du hast dich aber nicht gewehrt, krächzte ich und hasste mich für meine brüchige Stimme, die Violet verriet, wie sehr mich ihr hilfloser Anblick verstört hatte. Weil ich keine Szene machen wollte. Ich habe gehofft, dass Nathan von allein zur Vernunft kommt. Leider tat er das nicht. Wenn ich euch nicht gefunden hätte! Ich brach ab, weil meine Stimme mir der Dienst versagte. Dann hätte ich ihm einen Tritt in die Eier verpasst, ihm einen Ellenbogen in den Nacken gerammt und mich befreit. Mit einem Gegner wie Nathan nehme ich es locker auf, Len. Ich schwieg in dem Versuch, die grässlichen Bilder von Violet, die bedrängt und bedroht wurde, aus meinem Kopf zu verbannen. Ich war nicht in Gefahr, Len. Nicht wirklich. Und es tut mir furchtbar leid, dass ich dir einen solchen Schrecken eingejagt habe. Ich drehte mich auf die Seite und stützte den Kopf auf meine Hand ab. Gedanken verloren musterte ich Violet, deren haselnussbraune Augen mich sanft mit ihrem Blick streichelten. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Dir muss doch bewusst gewesen sein, wie gefährlich dieser Escort-Job ist und dass es selten bei einem platonischen Dinner bleibt. Meine Freundin geht diesem Job schon seit Jahren nach und hat damit kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Wie sollte ich ahnen, dass ich direkt bei meinem ersten Job einen so aufdringlichen Kunden erwische? Warum ausgerechnet dieser Job? Weil er extrem gut bezahlt ist und ich sehr schnell sehr viel Geld brauche. Ich will nicht, dass du das machst. Dieser Nathan war dein erster und letzter Kunde. Thema beendet. Violet gab mir einen Kuss auf mein Schulterblatt und ließ ihre Fingernägel aufreizend an meiner Brust hinab zu meinem Bauch wandern. Ich schluckte und bemühte mich bei klarem Verstand zu bleiben und mich nicht der glühenden Lust hinzugeben, die von Neuem durch meine Venen schoss. Ihre Hand umschloss meine Eier und massierte sie mit genau dem richtigen Druck. Fuck, diese Frau war der personifizierte Teufel. Landon? Mhm. Bloß weil du mich in meiner Wohnung aufsuchst und dort über mich herfällst, bedeutet das noch lange nicht, dass du über mein Leben bestimmst. Ich setzte mich ruckartig auf und schüttelte energisch ihre Hand ab. Lust und Wut lagen bei dieser Frau so nah beieinander, dass ich mich nur schwer beherrschen konnte, halbwegs die Nerven zu behalten. Ich erhob mich und zog das Kondom von meinem Schwanz. Gehst du? fragte Violet hinter mir. Ja, brummte ich genervt, ins Badezimmer. Netter Hintern, kommentierte sie lachend und stieß einen anerkennenden, anzüglichen Pfiff aus, als ich aus dem Zimmer stiefelte und in die Richtung ging, in der ich das Bad vermutete. Am liebsten hätte ich auf der Stelle kehrt gemacht und sie für ihre Frechheit ein weiteres Mal übers Knie gelegt. Nur leider genoss sie diese erotische Bestrafung offenkundig in vollen Zügen. Dem Anschein nach würde ich in Zukunft also härtere Geschütze auffahren müssen. Ich warf das Kondom in den Mülleimer und wusch mir die Hände. Auf dem Rückweg fiel mir eine Anrichter auf dem alten Kamin im Wohnzimmer auf. Zahlreiche Fotorahmen tummelten sich darauf. Ich trat näher und erkannte darauf eine jüngere Version von Violet als stolze prima Ballerina. Ihr zierlicher, zerbrechlicher Körper war in rosafarbene Seide und Samt gehüllt, ihr Gesicht wirkte konzentriert und unnahbar. Ihr Haar war streng zu einem Dutt gebunden, ihre Arme hielt sie waagerecht ausgestreckt, genauso wie ihr rechtes Bein. Dabei stand sie lediglich auf ihrer linken Fußspitze. Wie konnte man in dieser akrobatischen Stellung bitte schön die Balance halten? Ich zuckte zusammen, als ich von hinten zwei Arme um meine Hüften schlang. Das ist lange her, flüsterte Violet und verbarg ihr Gesicht an meinem nackten Rücken. Wusste gar nicht, dass du mal so beweglich warst. Davon hat man beim Sex jedenfalls nichts bemerkt, stichelte ich, weil ich die Melancholie, die in ihrer Stimme schwang und das zarte Zittern ihrer Arme nicht ertragen konnte. Fuck, ich hielt es einfach nicht aus, sie traurig und verletzlich zu sehen. Tausendmal lieber würde ich mit ihr streiten und mich über sie ärgern, solange dabei ihre Augen vergnügt funkelten, als dass ich ein silberner Tränenschimmer darin bildete. Die sexy Akrobatik-Nummer hebe ich mir für die Typen auf, die mir Eis mitbringen, statt es mir zu klauen, erwiderte sie neckend und fuhr mir mit ihrer Nase zärtlich über meine Haut. Du bist ja ganz schön leicht zu haben, sprang ich auf ihre Neckerei an. Das fällt dir jetzt erst auf? Wenn ich Ansprüche an die Männerwelt hätte, würde ich wohl kaum mit dir ins Bett gehen, konterte sie gelassen. Ich presste die Lippen fest aufeinander und kämpfte das breite Grinsen, das ich in mein Gesicht stehlen wollte, nieder. Leider konnte ich nicht verhindern, dass mein Körper unter der Vibration des aufsteigenden Lachanfalls zu beben begann. Amüsiert schüttelte ich den Kopf. Du bist echt unerträglich, Wei. Du auch, Mr. Überheblicher Knackarsch, feikste sie und verpasste mir einen Klaps auf meinen Po, der in der nächtlichen Stille der Wohnung ein lautes Klatschgeräusch verursachte. Uh, sexy, kicherte sie. Gleich nochmal. Ich drehte mich zu ihr um und hielt lachend ihre Handgelenke fest. Lass das, du Quälgeist. Versprich mir lieber, dass du deinen Job als Escortgirl mit sofortiger Wirkung an den Nagel hängst. Violet atmete tief ein und ließ geräuschvoll die Luft aus ihren Lungen entweichen. Ich brauche den Job, Tut mir leid. Ich ließ ihre Handgelenke los und fuhr mir frustriert durch die Haare. Was wäre, wenn du ihn nicht bräuchtest? Wenn ich ihn nicht bräuchte? Ja, bekräftigte ich. Wenn du ihn nicht bräuchtest, weil es eine Alternative dazu gäbe. Eine sichere, gut bezahlte und angenehmere Alternative. Kapitel 18 Violet Ich schlafe nicht mit dir für Geld Lenden, falls du das mit Alternative meinst, seufzte ich und trat einen Schritt zurück. Nein, das meine ich nicht, kommentierte er trocken. Wenn hier jemand für Sex bezahlen sollte, dann bist das ja wohl du. Wie bitte? lachte ich und überkreuzte die Arme unter der Brust, wohl wissend, dass diese Körperhaltung meine vorzügige Kont in Szene setzte und Lenden so aus dem Konzept brachte. Du hast schon richtig gehört, es wäre nur fair, wenn du mich dafür bezahlst, dass du dich so schamlos auf meinem Schwanz zum Orgasmus reitest. Wusste gar nicht, dass du neben deiner Tätigkeit als Anwalt auch als Callboy unterwegs bist, witzelte ich und schlug spielerisch seine Hand weg, mit der er versuchte, nach meinen Brüsten zu greifen. Du weißt so einiges nicht, murmelte Lenden kryptisch und ging zurück in mein Schlafzimmer, wo er seine Kleidung vom Boden aufsammelte. Ich ging ihm hinterher und lehnte mich in den Türrahmen. Was ist denn nun diese sagenumwobene Alternative? Verrätst du sie mir oder kostet das extra? Das flaue Gefühl, das sich bei dem Anblick von Lenden in Aufbruchstimmung in meinem Magen ausbreitete, ignorierte ich hartnäckig. Du kennst doch Colton, den Typen von The Outgang. Ja, sicher, aber was tut der zur Sache? Er veranstaltet eine Castingshow, bei der er eine Crew sucht, die ihn auf seinen Auftritten landesweit begleitet. Eine Crew? Ich zog verblüfft die Augenbrauen zusammen. Eine Tanzcrew. Okay, antwortete ich gedehnt. Grace hat ihre Kontakte spielen lassen und dir ein Vortanzen bei Colton verschafft. Wenn du ihn und die Jury überzeugst, bist du bei der Show mit dabei. Moment mal. Ich hob kopffschüttelnd meine Hand und versuchte dem, was Landon davon sich gab, einen Sinn zu geben. Vortanzen? Show? Ich verstehe bloß Bahnhof. Du bist also nicht nur nervig, besserwisserisch und eigensinnig, sondern auch noch schwer von Begriff. Auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Stöhnte Landon und erntete dafür von mir einen spielerischen Knuff in die Seite. Jetzt bleib doch mal ernst, Landon. Und wenn ich das anmerken darf, für einen Anwalt formulierst du deine Aussagen extrem unpräzise und unstrukturiert. Vielleicht solltest du den Anwaltsjob an den Nagel hängen und dich stattdessen auf dein Callboy Business konzentrieren. Damit käme ich aber nicht sonderlich weit, wenn alle meine Kundinnen zahlungsunfähig sind, schnaubte er und deutete dabei mit dem Finger auf mich. Beziehst du dich jetzt auf deinen Job als Anwalt oder auf den als Callboy? Auf beides. Du bist als Kunde nämlich in beiden Fällen an Griff ins Klo. Ich schnitt eine Grimasse und ließ mich von Landons schelmischem Grinsen anstecken. Der Kerl war ein verdammter Bastard und ich ich stand sowas von drauf. Verflixt da Mist, so viel zum Thema unabhängige starke Feministin. Landon bedeutete mir, ihm zuzuhören. Ich nickte ihm auffordernd zu und lauschte interessiert seinen Worten. Hier uns. Die Outgang veranstaltet eine mehrteilige Castingshow, in der sie eine Crew suchen, die sie auf ihrer nächsten Tour quer durch die USA und eventuell auch darüber hinaus als Tänzer begleitet. Die einzelnen Folgen dieser Show werden im Fernsehen übertragen und der Gewinner Crew dieser Show winken ein gut bezahlter Vertrag, ein hohes Preisgeld und jede Menge Publicity. Grace hat mit Colton gesprochen und ein Vortanzen für dich und deine Crew organisiert. Ihr geht dahin, hüpft ihm die Hip-Hop Gangster Performance vor, die ihr im Slash abgezogen habt und sichert euch einen Platz in der Show. Er brach ab und sah sich suchend um. Höre ich da etwa die Rädchen in deinem Kopf rattern, die sich endlich in Bewegung setzen oder ist das die Spülmaschine. Ich bin röchelte ich und unterbrach meinen Satz unter einem erneuten Hustenanfall Du bist wie eine Kakerlake nicht tot zu kriegen wolltest du das sagen Ich rang nach Luft während ich gleichzeitig hustete und kicherte Nein du Idiot ich bin keine 40 das wollte ich sagen Ach nein gab sich Landon gespielt überrascht Nein im Gegensatz zu dir konterte ich wohl wissend dass ihn durchaus noch ein paar jährchen von der furchteinflößenden vier trennten er zwinkerte mir zu und setzte sich auf das Bett um sich seine boxershorts über zu ziehen was hältst du nun von der Idee ich finde dass du dem ganzen eine Chance geben solltest weil dich unsere Hip-Hop Gangster Performance um es in deinen Worten auszudrücken so beeindruckt hat oder was Landon sah zu mir auf und ließ mich so instinktiv zurückweichen in seinem Blick loderte ein Feuer das mich schon beim bloßen Anblick bis auf den Grund meiner Seele verbrennen ließ ich sage das jetzt genau einmal wei also hör mir besser gut zu das klingt ja furchtbar theatralisch schmunzelte ich das Lachen verging mir jedoch schlagartig als Landon sich unverhofft erhob und sich so dicht vor mir aufbaute dass ich ihn klar und deutlich spüren konnte obwohl er mich nicht einmal berührte ich erschauderte und genoss den warmen Schauer der mir über den Rücken rieselte shit warum zur Hölle löste seine Nähe diese himmlisch süßen Schoko Sahne Pudding Gefühle in mir aus nun war es ein Lenden zu schmunzeln Nanu plötzlich so schüchtern ich schwieg und schaute demonstrativ auf einen Punkt an der Wand hinter ihm sieh mich mal an Weltretterin na komm schon ich beiße auch ausnahmsweise nicht außer natürlich du bettelst darum ich hob im Zeitlupentempo den Kopf und grub die Fingernägel in meine Handflächen um das nervöse flattern in meinem Bauch daran zu hindern mich zum abheben zu bringen Landon fuhr mit seinem Daumen über meine Wange und schenkte mir ein Lächeln bei dem ich am liebsten verträumt gesäufzt hätte zum Glück besaß ich gerade noch genug Selbstachtung das nicht zu tun trotzdem zog er mich mit seinem Blick in den Bann und hielt mich darin restlos gefangen du hast es voll drauf wei und ich bin fest davon überzeugt dass du das Ding rockst flüsterte er und senkte seine Lippen für den Bruchteil einer Sekunde so hauchzart auf die meinen dass ich glaubte mir den Schmetterlings Flügel Kuss lediglich eingebildet zu haben meinst du das ernst flüsterte ich zurück und befeuchtete in der Hoffnung auf einen weiteren Schmetterlings Kuss sehnsüchtig meine Lippen ob ich das ernst meine wiederholte er leise und fuhr mit seinem Zeigefinger über meine feuchten Lippen bei dir weiß man das eben nie so genau du meinst ich besitze ein undurchschaubares Pokerface ich meine du redest die meiste Zeit bloß dummes Zeug Landon lachte laut auf und zog mich in seine Arme ich spürte die Vibration seines Lachens die auf meinen Körper überging und fühlte mich ihm unglaublich nah zu nah wenn ich mein Herz nicht in Gefahr bringen wollte das ist deine Chance auf die großen Showbühnen zurückzukehren weil zwar nicht im rosafarbenen Tütü und mit diesen irrwitzigen platten Schühchen ohne Spitze aber aus dem Ballett Alter bist du ja sowieso raus ich biss mir auf meine Unterlippe um nicht laut los zu prusten leider verrieten mich meine Mundwinkel die sich wie ein perfektes U nach oben bogen niemand macht schönere Komplimente als du so viel steht fest sie gehen einer Frau direkt ins Herz spottete ich schwingte etwa Sarkasmus in deiner Stimme niemals ich meine das todernst lächelte ich mit vor Sarkasmus triefender Stimme na dann ist er gut Landon fasste mich an den Schultern und fixierte mich eigentlich was ist jetzt mit meinem Vorschlag bist du dabei das vortanzen ist nächste Woche die show geht unmittelbar danach los lass mich darüber nachdenken okay nicht okay wieso willst du denn jetzt darüber nachdenken weil das eine ziemlich große Sache ist Landon deswegen du hast mich nämlich nicht gefragt ob ich ein Eis mit dir essen gehe sondern ob ich bei einem der größten Hip-Hop-Stars dieses Landes würdest du denn ein Eis mit mir essen gehen ich rollte genervt die Augen das steht doch gerade überhaupt nicht zur Debatte wieso nicht musst du darüber etwa auch nachdenken ich zuckte mit den Achseln möglicherweise möglicherweise hast du schon mal den Stromfluss deiner Synapsen testen lassen du brauchst erstaunlich lange um die einfachsten Entscheidungen zu treffen nein rief ich und verpasste Landon einen spielerischen Fausthieb gegen seinen muskulösen Arm nein du hast deine Synapsen nicht kontrollieren lassen dann wird es aber höchste Zeit nein ich gehe kein Eis mit dir essen warum nicht das fragst du nicht wirklich doch sicher ich bin ein cooler Typ wer würde kein Eis mit mir essen wollen ich schüttelte amüsiert über sein unerschütterliches Selbstbewusstsein gepaart mit seinem irrwitzigen Sinn für Humor den Kopf und kramte im Bett nach meinem T-Shirt um die sogartige Wirkung die sein ein ein nehmendes Wesen auf mich ausübte vor ihm zu verbergen was ist jetzt mit die out gang why bist du dabei tanzen du und deine crew vor bohrte er unerbittlich weiter ich denke darüber nach okay okay bis morgen und da jemand kontrollieren muss dass deine Synapsen bis dahin nicht nur faul rumliegen bleibe ich so lange hier und beobachte dich beim nachdenken wie bitte lachte ich du hast mich schon verstanden ich weiß nicht ob ich mir dich für eine ganze nacht leisten kann was kostet denn ein Callboy wie du für eine nacht ausnahmsweise bekommst du mich gratis oh wow ich fühle mich wie richard gear in pretty woman als er julia roberts bittet bei ihm zu bleiben und zwar nicht weil er sie dafür bezahlt sondern weil sie es aus freien stücken will ist das der film in dem er ein reicher geschäftsmann ist und sie die prostituierte in die er sich verliebt genau du vergleichst mich also gerade mit richard gear gluckste landon nein mit julia roberts oder besser gesagt mit der prostituierten die sie in dem film spielt erwiderte ich gelassen also bist du richard gear landons glucksen wandelte sich in ein breites grinsen gewissermaßen landons grinsen wurde noch eine spur breiter mal abgesehen davon dass mich nichts an dir an richard gear erinnert und dass du liebste violette ganz klar die prostituierte von uns zweien bist würde das ja bedeuten dass du gerade dabei bist dich in mich zu verlieben das ist bloß ein film landon reine utopie wiegelte ich ab und hoffte dass er die roten flecken auf meinem hals nicht bemerkte die sich bei seiner abenteuerlichen mutmaßung darauf bildeten ausnahmsweise stimme ich dir zu liebe ist reine utopie er verzog nachdenklich das gesicht und rieb sich mit der hand über das kinn außer vielleicht bei grace und damien aber ausnahmen bestätigen wohl die regel ich schwieg da mir nichts einfiel was ich darauf entgegnen konnte oder wollte glücklicherweise unterbrach landon die erdrückende stille zwischen uns mit seinem munteren geplapper woraufhin sich die angespannte stimmung im nu in luft auflöste was hältst du von folgendem vorschlag weil ich bewache dich beim nachdenken und halte so ein Auge auf dich und wenn dein hübsches stures köpfchen vor lauter grübeln zu qualmen beginnt fummeln und knutschen wie ein bisschen um es auf andere gedanken zu bringen fummeln und knutschen darauf bist du also aus lachte ich und versuchte vergeblich ein tadelndes gesicht aufzusetzen landon zwinkerte mir verschwörerisch zu und zog mich mit sich aufs bett dann rollte er sich auf mich und senkte seinen heißen mund an mein ohr vielleicht bin ich lassen wir es einfach darauf ankommen kapitel 19 landon ich stand an der fensterfront meines büros und blickte gedanken verloren hinaus in die nacht als ich hinter mir das geräusch der sich öffnenden tür vernahm für einen moment keimte in mir die hoffnung auf dass violet mir einen weiteren spätabendlichen besuch im büro abstattete doch als ich mich umdrehte stand dort Jameson in meiner tür und nicht violet hi seufzte ich und schob die hände in die hosentaschen na da ist ja jemand in hoch stimmung witzelte Jameson und betrat uneingeladen mein büro wie wäre es wenn wir deine laune etwas aufheitern und einen abstecher ins deep desire machen ein paar heißen bräuten in einem hauch von nichts beim tanzen zuzusehen wirkt wahre wunder damit seit wann gefallen dir keine sexy tanzmäuse mehr ich zog die hände aus meinen hosentaschen und fuhr mir müde durch das gesicht alles was mit tanzen zu tun hat erinnert mich zwangsläufig an violet stimmte ich aha sagte Jameson gedehnt daher weht der wind das problem ist also nicht dass dir keine sexy tanzmäuse mehr gefallen sondern vielmehr dass dir eine bestimmte sexy tanzmaus ganz besonders gefällt nein brummte ich missmutig es ist vielmehr so dass mich eine bestimmte sexy tanzmaus ganz besonders nervt und mir den letzten nerv raubt jedes mal wenn ich eine tänzerin sehe denke ich an sie und dann rege ich mich zwangsläufig auf ich gehe sogar grace aus dem weg alter bist du verknallt in die bronx braut oder was bist du verrückt stieß ich entrüstet sondern das sagte ich doch bereits hörst du mir nicht zu ich bin genervt genervt wovon davon dass du an da und an weile denken musst dass sie dir nicht mehr aus dem kopf geht dass dein schwanz sich in ihrer engen warmen höhle sichtlich wohl fühlt davon dass sie sich mit ihrem Sturkopf entweder permanent in Schwierigkeiten oder in Gefahr bringt und wenn schon was interessiert dich das im Grunde genommen geht dich das nichts mehr an du hast ihr geholfen lenden du hast ihr sogar angeboten ihr das geld für die reparaturen zu leihen sie wollte es nicht damit ist deine pflicht getan was also kümmert es dich und vor allem warum kümmert es dich weiß nicht murmelte ich ratlos dann lass mich dir auf die Sprünge helfen es kümmert dich weil du sie magst kluckste jameson und trommelte dabei fröhlich mit den fingern auf den tisch blödsinn was redest du denn da ich habe brittany getroffen als ich meinen neuen anzug beim herren ausstatter abgeholt habe sie hat mir erzählt dass du dich mit einer gut aussehenden wütenden latiner auf der Straße vor dem damarco gestritten und brittany kurz darauf nach hause rein zufällig um violets simonelli ich ließ mich auf meinen schreibtisch stuhl fallen und hämmerte bei der erinnerung an jenen abend erbost das passwort meines computers in die tasten schön die dana war also violets um was ging es bei eurem streit schluss folgerte jameson ohne mein zutun ich will nicht darüber reden okay zischte ich ging es um violets neuen nebensob und um den herrn den sie begleitet hat woher begann ich brach dann jedoch ab weil ich genau wusste wie gewieft jameson im beschaffen von informationen vorging er war es auch der damals nach grays plötzlichem verschwinden die wahrheit über damiens ehefrau ins licht gebracht hatte der typ wollte sie zu sexuellen handlungen zwingen ich bin dazwischen gegangen anstatt mir dafür zu danken ist violet wütend aus dem restaurant gestürmt ich bin hinterher und den rest der story kennst du von britney du hattest angst um sie jeglicher spot in jamesons stimme wich aufrichtigem mitgefühl der anblick von dem dreckskerl wie er violet bedrängt hat bei mir alle sicherungen durchbrennen lassen ich dachte ich explodiere vor wut hast du nach eurem streit nochmal mit ihr gesprochen bist du zu ihr gefahren ja offenbarte ich kurz angebunden und was und habt ihr eure angelegenheiten geklärt gewissermaßen landon knurrte jameson ungehalten wenn ich dir weiterhin alles aus der nase ziehen muss sitzen wir morgen noch hier wir haben uns gefetzt und danach haben wir gefickt okay jameson faltete die hände in seinem schoß zu einem dreieck er musterte mich nachdenklich und nickte dabei stoisch gefickt ja gefickt was ist daran falsch schleuderte ich ihm wütend entgegen bist du über nacht geblieben ist das wichtig ja entgegnete jameson und schneidste mit der zunge warum weil du nie über nacht bei einer frau bleibst in diesem fall ging es nicht anders ich musste ja schließlich sicherstellen dass violet nicht schon wieder missbaut mitten in der nacht bei ihr weiß man das nie so genau sie stiftet 24 stunden am tag chaos jameson damit liegst mit sexen mit sexen mit sexen mit sexen bestraft werden wenn ich zu spät nach hause komme oder meine socken auf dem boden liegen lasse ich will spaß geilen sex ohne verpflichtungen es gibt so viele sexy mädels da draußen wieso sollte ich mich auf eine von ihnen festlegen und mir all die anderen heißen chicas durch die lappen gehen lassen jameson grinste die frage kann dir nur damien beantworten kumpel ich verstehe nämlich auch nicht wie das gehen soll aber er und grace leben mit diesem monogamie ding ganz offensichtlich seit jahren ein überaus zufriedenes erfülltes und glückliches leben mhm pflichtete ich ihm abwesend bei und lächelte bei der erinnerung an das verliebte traumpaar dass die sonne mit seinem glück mühelos in den schatten stellte vielleicht sollte ich tatsächlich mal mit damien über die liebe sprechen rein hypothetisch natürlich kapitel 20 violet die letzten tage waren buchstäblich an mir vorbeigezogen ohne dass ich wirklich notiz davon nahm ich betrat das tanzstudio bevor die sonne am morgen aufging und verließ es lange nachdem sie wieder am horizont verschwunden war die vorbereitungen für das vortanzen liefen auf hochtouren und ja meine crew und ich würden daran teilnehmen dank landons cleverer überredungskunst am morgen am morgen nach unserer gemeinsamen nacht hatte landon sich in der dusche zwischen meine beine gekniet und mich mit seiner spitzen zunge göttlich verwöhnt allerdings verwehrte er mir meinen orgasmus immer wieder irgendwann sank ich kraftlos gegen die duschwand weil meine zitternden beine mich nicht mehr länger trugen sag dass du zu dem vortanzen gehst dann lasse ich dich kommen hatte landon an meiner scham geflüstert zunächst traf er bei mir mit seinem dreisten erpressungs versuch auf entschlossenen widerstand doch sein vorlauter mund machte leider nicht bloß beim sticheln einen verflixt guten job landons zunge neckte meine perle so hingebungsvoll dass ich darüber das atmen das schlucken und das protestieren vergaß sag dass du zu dem vortanzen gehst dann bekommst du nicht nur meinen mund auf deiner pussy sondern auch meine finger in deiner pussy baby hatte er geraunt und sein gesicht erneut zwischen meinen beinen vergraben ich war mit einem gequälten wimmern eingeknickt und hatte dem casting so gezwungenermaßen zugestimmt daraufhin hatte sich landon ruckartig erhoben den duschvorhang zur seite gezerrt und mich zurück in mein bett geschleift dort tobte sich seine zunge mit dem größten hunger zwischen meinen beinen aus ich stand unmittelbar vor meinem orgasmus und begann laut landons namen zu stöhnen als er sich völlig unverhofft zu mir hinauf schob und sich mit einem kräftigen stoße meiner nassen mitte versenkte es brauchte nicht mehr als drei stöße von seinem steinharten schwanz und seinen köstlichen lippen auf meinem mund um mich zum zerbersten zu bringen landons triumphierendes knurren gepaart mit meinem phänomenalen höhepunkt sorgten selbst heute noch für gänsehaut auf meinem rücken als mich landon danach einfach weiter vögelte und sich mit primitiven lauten nahm was er brauchte kam ich unter seiner rohen leidenschaft ein zweites mal an jenem morgen du hast mich erpresst das war unfair hatte ich erschöpft gejabst als ich wieder zu sinnen kam wenn hier etwas unfair ist dann dass du zweimal gekommen bist und nicht nur einmal ich gehe jetzt duschen und danach darfst du mir einen blasen hatte er mit einem teuflischen grinsen gekontert und sich aus mir zurückgezogen er war zur tür gegangen und hatte das kondom von dem ich nicht einmal wusste wo er es in der eile her gezaubert hatte in den Mülleimer geworfen ehe er das zimmer verließ drehte er sich noch einmal zu mir um und biss sich mit einem blick auf meine nackte oberweite auf die unterlippe weißt du was wai hatte er geschnurrt bevor du gleich meinen schwanz bläst darfst du ihn mit deinen hübschen brüsten noch ausgiebig massieren wir wollen die süßen äpfel schließlich nicht vernachlässigen nicht war alles okay wei deine wangen glühen ja bist du krank brees besorgte stimme ließ mich wie von der tarantel gestochen in meinem stuhl hoch fahren ich räusperte mich beschämt und verdrängte eilig das bild von dem nackten verschwitzten und lustvoll stöhnenden lernten aus meinen gedanken alles super und bei dir bei mir ich habe morgen kein vortanzen von dem gefühlt alles abhängt aber schön zu wissen dass bei dir alles super ist ich muss mir also bei den fiebrig glänzenden augen und den geröteten wangen keine sorgen machen dass du mit fieber ausfällst nein ich schluckte ertappt und rang mich zu einem zuversichtlichen lächeln durch musst du nicht es ist alles in bester ordnung dann ist ja gut wie läuft es mit der gruppe denkst du ihr bekommt das morgen hin ich weiß nicht wie gut die anderen gruppen sind die bei colton vorgetanzt haben aber ich bin stolz auf das was meine kids abliefern sie sind bei den proben über sich hinaus gewachsen und tanzen besser als je zuvor wir werden sehen ob das ausreicht es ist nett von landon dass er das für dich arrangiert hat begann Aubrey erneut mit der alten Leier mit der sie mich seit Tagen belämmerte ja sehr nett gab ich zurück und erhob mich geschwind du solltest dich bei gelegenheit mal bei ihm bedanken mit einem abendessen oder so lass uns erst mal das vortanzen überstehen alles andere ist momentan sekundär einverstanden ich erinnere dich morgen nach dem vortanzen noch mal daran nur für den fall dass du es vergessen solltest zwitscherte sie gut gelaunt und widmete sich wieder ihrem computer ich schüttelte belustigt über ihre beharrlichkeit den kopf und verließ das büro in richtung des studios in dem ich mit meiner gruppe trainierte obwohl ich sie betonte andauernd wie nett und großherzig es von ihm sei mir diesen casting platz verschafft zu haben und dass er das wohl kaum für jede seiner klientinnen tun würde sie löcherte mich mit fragen zu unserem verhältnis und zu meinen gefühlen und sie drängte mich dazu ihn anzurufen und mich mit ihm unter dem vorwand ihm danken zu wollen zu verabreden je mehr ich ablockte das ich immer zu an landen dachte etwas das ich in der momentanen situation überhaupt nicht gebrauchen konnte denn bei dem morgigen casting ging es nicht nur um die Möglichkeit der rettung der schule einen kleinen schritt näher zu kommen es ging um weit mehr für die begabten ehrgeizigen und hoffnungsvollen Mitglieder meiner Truppe bedeutete das Casting eine einmalige Chance ihr Leben für immer zu verändern es bot ihnen die einzigartige Chance mit ihrer Leidenschaft dem Tanzen Geld zu verdienen und sich aus der Bronx geradewegs in ein besseres Leben hinein zu katapultieren für meine fünf talentierten Kids stand viel auf dem Spiel alles um genau zu sein ich war es ihnen schuldig sie selbstbewusst sicher und fehlerfrei durch dieses Casting zu schleusen und dazu musste ich Landen unbedingt aus meinen Gedanken verbannen zumindest für den Moment hi leute letzter probetag wie fühlt ihr euch seid ihr bereit begrüßte ich meine crew die sich bereits im studio warm tanzte und lenkte meine aufmerksamkeit auf das was in den nächsten 24 stunden zählte das Casting als ich am nächsten morgen die Wohnungstür auffriss um zur U-Bahn-Station zu spurten prallte ich mit voller Wucht gegen wow ich stehe total auf wild und stürmisch witzelte er und bewahrte mich davor das Gleichgewicht zu verlieren was tust du denn hier fragte ich atemlos und zog die Tür hinter mir ins Schloss ich muss los ich bin spät dran das bist du allerdings ich dachte schon du kneifst zwinkerte er mir frech zu hast du etwa auf mich gewartet klar er zuckte leicht hin mit den Schultern ich musste schließlich sicher gehen dass du nicht im letzten moment die nerven verlierst also dachte ich ich fahre dich am besten selbst zum casting ein guter entschluss wie ich sehe ich kneife nie verteidigte ich mich dann lass uns gehen bevor du es dir doch noch anders überlegst bei dir weiß man ja nie danke für das Vertrauen spottete ich mit einem zutiefst ironischen Unterton welches Vertrauen denn neckte mich Landon und griff völlig selbstverständlich nach meiner Hand reine sicherheitsmaßnahme ich will nicht dass du die Treppe hinunter fällst und dir ein Bein brichst rechtfertigte er sich als er meinen fragenden Seitenblick bemerkte wenn das so ist solltest du mich vielleicht besser tragen kommentierte ich trocken und quiekte überrascht auf als Landon mich auf seine Arme hiefte und mit mir die Treppe hinab lief vor seinem Porsche stellte er mich auf die Beine und öffnete mir die Beifahrertür einsteigen Tanzprinzessin Landons Gentleman Auftritt verschlug mir vollends die Sprache und so glitt ich wortlos auf den Beifahrersitz und wartete bis Landon auf der anderen Seite einstieg und den Motor startete bist du aufgeregt wollte er wissen während er den Wagen in rasantem Tempo in Richtung Brooklyn steuerte ja gestand ich weil du nicht genug trainiert hast wir haben mehr als genug trainiert dann weil du denkst nicht alles menschenmögliche getan zu haben um dich optimal auf den heutigen Tag vorzubereiten nein erwiderte ich und kniff argwöhnisch die Augen zusammen wir haben wirklich alles getan um uns optimal auf heute vorzubereiten hm dann also weil du einer oder mehreren Personen in deiner Crew nicht zutraust das Ding zu rocken quatsch die Crew ist der Hammer dann liegt es also an dir du glaubst dass du es nicht mehr drauf hast nein landon widersprach ich ihm entschieden ich hab's noch drauf und wie na wenn das so ist solltest du dir absolut keine Sorgen machen müssen weil frohlockte landon und betätigte den lenkradknopf für die musik die im nächsten moment aus den lautsprechern des luxuriösen sportwagens tröhnte ich beäugte ihn verschmitzt von der seite und realisierte mit erleichterung wie ein großer teil des enormen drucks der auf meinen schultern lastete von mir abfiel landon hatte mir auf seine art und weise zu verstehen gegeben dass ich es heute schaffen konnte da emotionale gefühlvolle worte und gesten nicht zu seinem wesen passten zeigte er mir in seiner ganz eigenen sprache dass er an mich glaubte und dass er mich unterstützte er holte mich unter dem vorwand er befürchte ich wolle kneifen von zu hause ab und nahm mir mit gezielten Neckereien und Stichelein die Angst vor dem bevorstehenden Casting ich legte behutsam meine Hand auf seine Wange und strich sanft mit dem Daumen darüber Landon schmiegte sein Gesicht an meine Hand und schloss für einen winzigen Moment die Augen danke flüsterte ich und spürte die zuversichtliche Wärme und Zuneigung die die kalte Angst und Nervosität in meinem Herzen ablösten Kapitel 21 Len Rate mal was ich hier habe grinste Damien vielsagend und wedelte mit einem USB Stick vor meiner Nase Was ist das Violets Auftritt Teile davon werden in der ersten Folge der TV Show gezeigt informierte er mich nach wie vor grinsend Heißt das etwa setzte ich an dass sie und ihre Truppe es geschafft haben und mit dabei sind ja beantwortete Damien meine unausgesprochene Frage ich stieß mich mit beiden Händen von meinem Schreibtisch Stuhl ab und erhob mich yes wisperte ich erleichtert und atmete tief durch yes 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 da freut sich aber jemand Damiens Grinsen wurde noch eine Spur breiter reiner Selbstschutz erwiderte ich ertarpt wenn Violets Crew sich den Sieg schnappt ist ihre Schule gerettet und ich bekomme endlich wieder meinen Seelenfrieden zurück damit dass dir Violet ganz offensichtlich etwas bedeutet hat deine Freude also rein gar nichts zu tun was soll sie mir denn bitte bedeuten sie bedeutet nichts als Ärger und Sorgen Damien wenn das so ist kann ich jetzt wo ich aus Europa zurück bin gern ihre anwaltliche Pro Bono Vertretung übernehmen wir Sie wissen beide dass sich das Blatt mit ihrer Teilnahme an der Show soeben zu unseren Gunsten gewendet hat wenn du mir also die Nummer der Verwaltungsgesellschaft gibst tätige ich die nötigen Anrufe und übernehme ab hier bot er mir an das ist nett von dir aber nicht notwendig was ich angefangen habe bringe ich auch zu Ende Damien hob amüsiert eine Augenbraue selbst einen profitlosen Pro Bono Fall mit einer Mandantin die dir laut eigener Aussage nichts als Ärger und Sorgen einbringt ich bin Profi Damien ich bekomme auch schwierige Mandantinnen in den Griff sagte ich so neutral wie möglich Damiens verschmitztes Lächeln verriet mir dass er mir meine Ausreden nicht abkaufte na super ich hege keinen Zweifel daran dass du Violet fest im Griff hast mein lieber lachte er zweideutig kann ich dich mal was fragen klar schieß los entgegnete er neugierig und überkreuzte abwartend die Arme vor der Brust dir war deine Freiheit früher immer extrem wichtig du hattest befriedigenden regelmäßigen Sex mit schönen Frauen die dich begehrt bewundert und verwöhnt haben wenn das eine Frage sein soll verstehe ich sie nicht Kumpel warum hast du dich so auf Grace eingeschossen was hat dich damals so an ihr fasziniert dass du fort an allen anderen Frauen abgeschworen hast Damien musterte mich eine Weile lang still und runzelte die Stirn fast glaubte ich er würde mir die Antwort schuldig bleiben doch dann räusperte er sich und begann zu reden bevor ich Grace traf hielt ich das Konzept der Liebe für eine kitschige Erfindung der Film- und Musikindustrie ich glaubte nicht daran dass mein Glück von einem anderen Menschen abhängen sollte dass man Glück durch einen anderen Menschen erfahren konnte schließlich lebte ich bereits ein überaus zufriedenes Leben ich besaß einen coolen Job gute Freunde und hübsche Gespielinnen die mir meine sexuellen Bedürfnisse erfüllten erst als Grace in mein Leben trat verstand ich dass zwischen Zufriedenheit und Glück Welten liegen inwiefern ihre Küsse erweckten mich zum Leben ihr Lächeln erhellte meine Seele ihre Berührungen machten mich süchtig von dem Moment an in dem ich ihr begegnete dachte ich jede freie Sekunde an sie und sehnte mich dermaßen nach ihr dass es mir physisch wehtat es gab nichts was ich lieber tun wollte als bei ihr zu sein und daran hat sich nichts geändert immerhin seid ihr nun schon ein paar Jahre zusammen und sogar verheiratet doch natürlich es hat sich viel verändert ach ja was denn all die Gefühle und Emotionen die ich dir eben beschrieben habe sie sind gewachsen noch stärker geworden noch intensiver grace ist kein teil meines Lebens mehr sie ist mein Leben ich starrte meinen Freund dessen Augen einen verträumten Glanz angenommen hatten während er so liebevoll und glückselig von seiner Ehefrau sprach verblüfft an du bereust also nicht wegen grace auf deine Freiheit verzichten zu müssen wieso denn verzichten ich muss auf keine Freiheit verzichten grace erlaubt mir alle Freiheiten die ich mir wünsche sie erlaubt dir dass du mit anderen Frauen schläfst murmelte ich sichtlich verwundert nein natürlich nicht wieso auch ich habe überhaupt kein Interesse daran mich mit anderen Frauen zu vergnügen warum sollte ich meine Frau ist wunderschön sexy experimentierfreudig sinnlich betörend und hungrig da komme ich voll und ganz auf meine Kosten und was ist wenn ihr streitet wenn sie dich auf Sex in Zug setzt dann vögeln wir hinterher wie wilde ausgehungerte Tiere um all die aufgesteuerte Lust abzuarbeiten verstehe landen seufzte damien was willst du mich eigentlich fragen ich habe angst dass ich mich in violet verliebt habe offenbarte ich resigniert angst wieso denn angst weil die Frau ein albtraum ist findest du ja ständig rege ich mich darüber auf wie sie mit dem kopf durch die wand will sie tut was sie will lässt sich von keinem etwas sagen und ist zu allem übel auch noch furchtbar nervig trotzdem stehe ich auf sie das ergibt doch keinen sinn du stehst nicht trotzdem auf sie landen sondern genau deswegen du stehst wegen all der gründe die du mir soeben aufgezählt hast auf violet bedeutet im klartext du stehst auf sie weil sie eine Herausforderung ist weil sie dich reizt dich in willenlos ergibt die frau ist eine toughe sexy kämpferin an der du dir die zähne ausbeißt ist doch völlig klar dass sie dir nicht mehr aus dem kopf geht und um es in deiner sprache auszudrücken ich bin selbst mit einer profitänzerin verheiratet ich weiß wie gelenkig und geschickt sie im Bett sind also glaub mir kumpel ich verstehe dass du ihr restlos verfallen bist damien legte mir den usb stick auf den schreibtisch und erhob sich nicht so schnell hielt ich ihn auf was mache ich denn jetzt na die anrufe tätigen ich dachte du wolltest den fall weiterhin bearbeiten das meine ich nicht was meinst du dann das weißt du ganz genau land man du bist einer der intelligentesten weltgewandtesten menschen die ich kenne aber mich unbeholfen an bitte violet um mein date was denn sonst was wenn sie ablehnt wie kommst du darauf dass sie ablehnt warum sollte sie zusagen land west fragt mich allen ernstes wieso sich eine frau auf ein date mit ihm einlassen sollte dass ich das noch erlebe wow gluckste damien und hielt sich den Bauch vor lachen violette simonelli ist definitiv die frau die als drachenzähmerin in die geschichtsbücher eingehen wird sie hat es geschafft das unerschütterliche selbstbewusstsein von landen landen anzukratzen Ha, unfassbar. Das ist nicht witzig, fauchte ich gekränkt. Doch, und wie? Lachte Damien unbeirrt weiter. Ruf sie an und bitte sie um ein Date. So schwer ist das nicht, Lenden. Und wenn sie ablehnt? Du bist doch Anwalt, oder? Ein verdammt erfolgreicher Anwalt noch dazu. Wenn sie ablehnt, tust du das, was du vor Gericht auch immer tust. Verhandeln, argumentieren, überzeugen. Mit diesen Worten zwinkerte er mir zu und verließ mein Büro. Ich drehte den USB-Stick in meinen Fingern, während ich in der anderen Hand das Handy hielt, auf dem soeben eine Textnachricht von Violet eingegangen war. Wir haben es geschafft. Wir sind bei der Live-Show mit dabei. XOXO, why? Standort. Die anhaltende Freude über ihren Erfolg und die Tatsache, dass sie mich persönlich davon in Kenntnis setzte, beflügelten mich und ließen mich zum Telefon greifen. Lenden West hier. Der Anwalt von Violet Simonelli, der Pächterin ihrer Immobilie in der Underwood Street in der Bronx, begrüßte ich den Mann am anderen Ende der Leitung. Die Situation hat sich geändert. Miss Simonelli wird mit einer von ihr ausgebildeten Tanzcrew an einer Castingshow teilnehmen, die in ganz Amerika live im TV-Haus gestrahlt wird. Den Siegern winken ein hohes Preisgeld und ein ansehnlicher Profi-Vertrag. Aber selbst wenn Miss Simonellis Truppe nicht gewinnen sollte, bringt die Show in jedem Fall landesweite Publicity, die Miss Simonelli für ihre Zwecke nutzen wird. Da ich kein Unmensch bin, wollte ich sie vorab von dem immensen Shitstorm in Kenntnis setzen, der in Kürze über ihre Gesellschaft hereinbrechen wird. Nämlich dann, wenn Amerika erfährt, dass sie dieser überaus talentierten, wenn gleich sozial tragisch benachteiligten Gruppe aus Profitgier ihr Zuhause wegnehmen wollen, um es an einen machtgeilen Immobilienhai zu veräußern. Am anderen Ende der Leitung herrschte betretene Stille. Ich verbinde. Moment, sagte die gepresste Stimme schließlich. Besten Dank, lächelte ich triumphierend und ballte meine Hand zu einer Siegerfaust. Was wollen Sie, West? drang wenige Sekunden später die alarmierte Stimme des Verwalters durch den Telefonhörer. Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag. Was ich will, ist eine sofortige Fristverlängerung. Warum? Das Leben überrascht uns bisweilen mit unerwarteten Wendungen. Sehen wir, was die Show für Miss Simonelli bereithält. Bis es soweit ist, passiert mit dem Gebäude der Tanzschule erst einmal nichts. Es wird nicht verkauft, kein Vertrag wird unterzeichnet und auch kein Vorvertrag. Alles liegt auf Eis. Deal? Woher weiß ich, dass Sie nicht bluffen, West? Freitag in einer Woche, 21 Uhr, Eastern Standard Time, E-Tainment Channel. Schalten Sie ein und sehen Sie selbst oder weigern Sie sich und lassen es darauf ankommen. Also ich frage noch einmal. Haben wir einen Deal? Sie sind ein dreister Hund, West. Hm, das höre ich öfter. Allerdings beantwortet es noch immer nicht meine Frage. Ja oder nein? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, grummelte der Mann verstimmt. Wunderbar. Das klingt doch vernünftig. Ich bedankte mich übertrieben höflich und legte auf. Jetzt, wo der arbeitsreiche Teil geschafft war, wurde es Zeit für das Vergnügen. Ich schob den USB-Stick in meinen Computer und klickte den Clip an, unter dem die Performance von Violets Truppe vermerkt war. Dann lehnte ich mich entspannt in meinem Stuhl zurück und seufzte, als die betörende Weltretterin auf dem Bildschirm erschien und ihren verführerischen Körper rhythmisch zu den Beats der Musik bewegte. Die ganze Gruppe lieferte eine grandiose Show ab. Man sah ihnen die Entschlossenheit, aber auch die Leidenschaft, mit der sie für das Tanzen brannten, bei jeder Bewegung an. Kein Wunder, dass Colton sie mit in die Live-Show nahm. Die Crew hatte es echt drauf. Doch allen voran meine ganz persönliche Gangsterbraut. Ich stoppte das Video und zeichnete mit dem Zeigefinger Violets Silhouette nach. Sollte ich sie wirklich anrufen und um ein Date bitten? Als ich sie das letzte Mal gefragt hatte, ob sie ein Eis mit mir essen gehen würde, hatte sie geradewegs abgelehnt. Was, wenn sie es dieses Mal wieder tat, wenn sie mich erneut abblitzen ließ? Ich trommelte mit meinen Fingern auf den Schreibtisch und überlegte. Aber alles überlegen half nichts. Ich würde nur herausfinden, wie Violet zu mir stand, wenn ich den Mut fasste, sie genau das zu fragen. In einem Anflug von Ungeduld griff ich nach meinem Handy und tippte auf ihren Namen, der auf dem Display aufleuchtete. Mein Finger schwebte über der Anruftaste, bereit, sie anzurufen und sie um ein Date zu bitten. Doch im letzten Moment hielt ich inne und schob das Handy von mir. Nein, beschloss ich. Ich würde Violet nicht anrufen und ihr die Frage stellen, vor der ich mich insgeheim ziemlich fürchtete. Wenn ich ihr schon diese alles entscheidende Frage stellte, würde ich das von Angesicht zu Angesicht tun. Denn wenn sie mir tatsächlich eine Absage erteilen wollte, dann musste sie mir das schon ins Gesicht sagen. Also beschränkte ich mich darauf, ihr zurückzuschreiben und ihr zu ihrem Erfolg zu gratulieren. Die Information, dass die Frist für die Ausbesserung der Schäden in der Schule aufgrund ihrer Teilnahme an der Show und der damit einhergehenden Publicity soeben verlängert wurde, fügte ich meine Nachricht hinzu. Ihre Antwort folgte prompt in Form eines Smileys mit Herzaugen und einem in Großbuchstaben geschriebenen Danke. Kapitel 22 Violet Die letzten Tage brachten mich bis an meine Grenzen. Neben meinem Job in der Tanzschule musste ich zusätzlich jeden Tag zu den TV-Proben nach Brooklyn fahren, wo die Crew mit einem professionellen Choreografen die Performance für die erste Live-Show am Freitag einstudierte. Zwar war ich es von meiner Zeit als prima Ballerina gewöhnt, hart und viel zu trainieren, aber für die Mitglieder meiner Crew stellte diese Herausforderung eine physische und psychische Belastung dar. Also musste ich nicht nur dafür Sorge tragen, dass ich mir die Schrittabfolge merkte und die Choreo in- und auswendig kannte, sondern betätigte mich gleichzeitig auch als Mentorin für den Rest meiner Truppe. Ich machte ihnen Mut, lobte ihren Fortschritt, versicherte ihnen, dass es vollkommen normal war, nervös und verängstigt zu sein und dass mit einem hohen Level an Erschöpfung alles trist und grau wirken konnte. Glücklicherweise erlaubte man mir, meine Schichten im Slash für unbestimmte Zeit auf Eis zu legen und nach reichlichem Überlegen hatte ich außerdem entschieden, meinen Nebenjob als Escort an den Nagel zu hängen. Landons heftige Reaktion und die Angst, die sich in seinem sonst so fröhlichen Gesicht abgezeichnet hatte, bewegten mich dazu, diesem Job nicht weiter nachzugehen. Mit anderen Worten, ich hatte den Job als Escort Landon zuliebe aufgegeben. Das würde er jedoch nie erfahren, denn ich hatte nicht vor, es ihm auf die Nase zu binden, wenn wir uns wieder sahen, wann auch immer das sein würde. Seit er mich vor knapp einer Woche zu dem Vortanzen gefahren hatte, waren wir uns nicht mehr über den Weg gelaufen. Eigentlich sollte ich mich darüber freuen, denn um den Rückstand zu den bereits vor uns gecasteten Crews aufzuholen, trainierten meine Crew und ich seither Tag und Nacht. Dennoch ließ es sich nicht leugnen, dass mir Landons Gesellschaft fehlte. Jedes Mal, wenn er mir eine Textnachricht schrieb oder mich anrief, machte mein Herz einen freudigen Satz und jedes Mal, wenn seine Nachrichten und Anrufe ausblieben, lag es schwer in meiner Brust. Anfangs schob ich meine Glücksgefühle, die seine Anrufe und Nachrichten bei mir auslösten, noch darauf, dass die Rettungsmission der Schule dank seines taktischen Schachtzugs nun wieder voll auf Kurs war. Aber schon bald realisierte ich, dass mehr hinter meinen Endorphinen steckte. Viel mehr. Allerdings vermiete ich es vehement, darüber nachzudenken. Denn erstens fehlte mir dazu die Zeit und zweitens Landon. Von allen Männern dieser Welt suchte sich mein Herz, ausgerechnet Landon West aus, einen profitorientierten Kapitalistenanwalt mit großer Klappe, noch größerem Ego und erschreckend kleinem Herzen. Völlig undenkbar. Trotz der ernüchternden Erkenntnisse, die mein Verstand eifrig an mein Herz weitergab, schien mein Herz wild entschlossen, ausschließlich für Landon höher zu schlagen. Ich seufzte und setzte mich auf den Boden des Tanzstudios, um mich ausgiebig zu dehnen. Den heutigen Vormittag bis in den frühen Nachmittag hinein hatten meine Crew und ich in Brooklyn verbracht, wo wir ein weiteres Mal mit dem von dem TV-Sender zur Verfügung gestellten Choreografen für die Live-Shows übten. Danach standen die zweite Kostümprobe und ein zweites Briefing an. Nach einem kurzen Lunch trainierten die Crew und ich noch ein paar Stunden zusammen in der Bronx weiter. Es half meinen Schützlingen, mit mir allein zu trainieren, ohne Kameras, ohne Trubel, ohne Druck. Hier, in dem sicheren Umfeld der Tanzschule, konnten sie sie selbst sein. Schwäche zeigen, Fragen stellen, Ängste äußern, sich von mir in den Arm nehmen lassen. Dieser Ausgleich war für sie von enormer Wichtigkeit, um an dem stetig steigenden Druck nicht zu zerbrechen. Nachdem sich meine Kids, die in Wirklichkeit alle zwischen 20 und 24 Jahre alt waren, am frühen Abend verabschiedeten, erledigte ich im Büro den liegen gebliebenen Papierkram, wobei Aubrey mir dankbarerweise fast alles davon abnahm. Und nicht nur das, Aubrey hatte auch zwei neue, gute und günstige Tanzlehrer engagiert, die die abgeworbenen Lehrer und mich zumindest für die kommenden Wochen teilweise ersetzen würden. Wie sie das geschafft hatte, war mir ein Rätsel, aber Aubrey zählte nicht umsonst zu den tollsten Menschen, die ich kannte. Nach getaner Büroarbeit trainierte ich für gewöhnlich bis in die späten Abendstunden allein weiter. Ich bereitete mich körperlich und vor allem mental auf die bevorstehende Show vor. Nach meinem Abschied von Broadway war ich davon ausgegangen, dass meine Karriere im Rampenlicht für immer vorbei sein würde. Dieses unverhoffte und nicht gänzlich freiwillige Revival versetzte mich innerlich in höchste Alarmbereitschaft. Und so versuchte ich nun jeden Tag von Neuem, den Wirbelsturm in meinem Inneren zu beruhigen. Das war jedoch leichter gesagt als getan, wie ich ernüchtert feststellen musste. Ein Rascheln am Ende des Korridors ließ mich aufhorchen. Aubrey hatte sich vor gut einer Stunde von mir verabschiedet und außer mir befand sich um diese Uhrzeit niemand mehr in der Tanzschule. Ich verfluchte mich dafür, dass ich nichts hinter Aubrey abgeschlossen hatte. Mein unerschütterliches Vertrauen in das Gute im Menschen brachte mich in letzter Zeit nämlich des Öfteren in die Bredouille. Hoffentlich nicht auch dieses Mal. Das Licht im Korridor wurde eingeschaltet und energische Schritte, die schnell näher kamen, knarrten auf dem alten Parkettboden. Ich hielt angespannt die Luft an und duckte mich. Wer konnte das sein? Um diese Uhrzeit? Zwischen stieß ich die Luft aus, als niemand Geringeres, als Landon zum Vorschein kam, der sich suchend umsah. Als er mich im Studio entdeckte, wandelte sich sein besorgter Gesichtsausdruck zu einem erleichterten Lächeln. Schon mal was von Abschließen gehört? begrüßte er mich tadelnd, als er die Tür zum Studio aufstieß. Hätte ich das getan, wärst du eben nicht reingekommen, konterte ich und erhob mich vom Boden. Kitzelte etwa der Duft von Pizza meine Nase? Ich reckte entzückt das Kinn und entdeckte die unförmige Tasche, die Landon in der Hand hielt. Jep, entgegnete er und stellte die besagte Tasche vor mir ab. Aubrey meinte, dass du in letzter Zeit noch länger und härter arbeitest als sonst und dabei noch weniger und unregelmäßiger ist, als du es für gewöhnlich tust. Also dachte ich mir, ich komme spontan vorbei und sorge dafür, dass du nicht schon vor der ersten Show verhungerst. So, so. Du sorgst dich also um mich? schmunzelte ich. Ich sorge mich um meinen Ruf. Wenn herauskommt, dass eine meiner Mandantinnen verhungert ist, statt in einer landesweit ausgestrahlten TV-Show zu glänzen, fällt das negativ auf mich zurück. Das kann ich nicht riskieren. Selbstverständlich nicht, schnaubte ich beschwingt, wohlwissend, dass Landons Aussage nur teilweise der Wahrheit entsprach. Zwar wusste ich nicht, was und wie viel ich ihm bedeutete, aber spätestens nach seinem Auftritt im Restaurant, seinem nächtlichen Auftauchen von meiner Wohnung und der einmaligen Möglichkeit, bei Colton vorzutanzen, ließ es sich kaum leugnen, dass ich ihm zumindest nicht vollkommen egal war. Dieses Wissen wärmte meine Seele und mein Herz. Gehen wir in mein Büro? Geh du voraus? Ich hefte mich an deine Fersen. Du willst bloß meinen Hintern begaffen, grinste ich. Landon lachte laut auf und gab mir einen spielerischen Klaps auf den Po. Wie kommst du denn darauf? Ich zwinkerte ihm zu und setzte mich in Bewegung. Nur so eine Vermutung. Also, wie läuft's? Erkundigte er sich, als wir uns in die kleine Teeküche in meinem Büro setzten und uns hungrig über die Salami-Pizza und das kühle Bier hermachten, das er mitgebracht hatte. Gut, murmelte ich kauend und spülte die Pizza mit einem Schluck des erfrischenden Getränks herunter. Die harte Arbeit zahlt sich aus. Wir sollten für morgen Abend gerüstet sein. Ich habe bereits Plätze für Damien, Grace, Jameson, Aubrey und mich in der Finalshow reserviert, informierte mich Landon kauend. Ich schüttelte belustig den Kopf und ich dachte, du bist hergekommen, um mir den Druck zu nehmen, nicht um mir noch mehr Druck zu machen. Von welchem Druck sprichst du? Die anderen Flitzpiepen steckst du ja wohl locker in die Tasche wei. Danke, lächelte ich und tupfte mir den Mund ab. Für die Pizza? Kein Ding. Auch für die Pizza, ja. Aber ich beziehe mich auf alles, was du in den letzten Wochen für mich getan hast. Dein mickriges Herz muss doch in der Zwischenzeit locker auf die zehnfache Größe angewachsen sein. Landon zog einen Mundwinkel in die Höhe. Ich besitze kein Herz. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du das mittlerweile bemerkt hast, Weltretterin. Was ist dann das hier? Ich legte meine Hand behutsam auf seine starke Brust und vernahm unverkennbar sein warmes Herz, das kräftig und regelmäßig schlug. Landon legte seine Hand auf die meine und fixierte mich mit sehnsüchtig glänzenden Augen. Mit den Fingern seiner anderen Hand strich er mir die Haare hinter die Schultern. Eine intime, unschuldige Geste, die meine Kopfhaut zum Prickeln brachte. Ich beugte mich langsam zu ihm vor und umfasste mit meiner Hand seinen Nacken, zog ihn zu mir. Küss mich endlich, flüsterte ich an seinen Lippen und seufzte genießerisch, als sein Mund mich nach Tagen des endlosen Wartens von meinen Qualen erlöste. Landon stöhnte auf und umfasste mein Gesicht mit beiden Händen, verschlang mich mit seinen Küssen, als stünde er kurz vor dem Verhungern. Komm her, raunte er an meinen Lippen und zog mich auf seinen Schoß. Er neigte den Kopf und bedeckte meinen Hals mit heißen, gierigen Küssen und Bissen. Seine lechzenden Berührungen sandten hektische Stromstöße direkt in mein Lustzentrum und augenblicklich begann meine Mitte aufgeregt zu pochen. Ungeduldig rieb ich mich an ihm und schob eilig die Träger meines hautengen Sporttops über die Schultern, um meine ziehenden Brüste aus ihrem auf einmal viel zu engen Gefängnis zu befreien. Nicht, keuchte Landon erregt, tu das nicht. Er griff nach den Trägern meines Tops und schob sie wieder zurück in ihre Ausgangsposition. Was machst du da? fragte ich sichtlich verwirrt. Ich kastriere mich, stöhnte Landon gequält und hielt mich entschieden davon ab, mich auszuziehen. Scheiße wei, so war das hier nicht geplant. So war was nicht geplant. Mein Besuch, ich bin nicht gekommen, um Sex mit dir zu haben, verdammt. Sondern? Landon fuhr sich mit fahrigen Bewegungen durch die Haare und fluchte leise weiter. Warum bist du gekommen? Ich, begann er und brach ab. Du? Wie ich vorhin schon sagte, ich wollte ein Auge auf dich haben, damit du mir vor der ersten Show morgen Abend nicht zusammen klappst. Also beschränken wir uns heute Abend aufs Knutschen und Fummeln angezogen. Denn wenn du deine knackigen Äpfel aus diesem Sündenteil nimmst, werde ich dich bis zur Erschöpfung durchvögeln müssen. Und das wäre überaus kontraproduktiv für deinen Showauftritt. Kannst du das denn? feigste ich, perplex von seiner unverhofften Fürsorge. Kann ich was? Knutschen und Fummeln, ohne dass es in Sex ausartet? Küss mich mal, damit ich dir eine Einschätzung geben kann, knurrte er und zog mich an sich. Ich legte meine Lippen auf die Seinen und ertrank in einem berauschenden Strudel von Verlangen, Sehnsucht und Glück. Minutenlang küßten wir uns eng umschlungen, während unsere Finger rastlos in der Hoffnung auf mehr über den Körper des anderen wanderten. Es ist spät, verkündete Landon schließlich. Wir sollten langsam los, damit du wenigstens ein bisschen Schlaf bekommst. Seine Hände legten sich auf meine Brüste und drückten sie besitzergreifend durch das enge Top. Bald kümmere ich mich ausgiebig um euch, sexy Ladies, versprochen, flüsterte er verschwörerisch. Ich verdrehte erheitert die Augen und verfolgte mit Bedauern, wie er mit mir auf seinem Schoß aufstand und mich auf meine Füße stellte. Ich fahre dich, rief er mir über die Schulter zu, als er die Pizzaschachtel in den Müll warf, die Bierflaschen entsorgte und sich die Hände wusch. Eine halbe Stunde später kamen wir vor meinem Gebäude in Queens zum Stehen. Danke für die Pizza und fürs Fahren. Ich strich ihm liebevoll über die Wange. Er umfasste meine Hand und führte sie an seine Lippen. Nacht, wei. Schlaf gut. Und viel Glück morgen. Danke, Landon. Gute Nacht. Ich wandte mich zum Aussteigen, doch Landon machte keine Anstalten, mich loszulassen. Wei. Ich, setzte er an. Ich drehte mich zu ihm zurück und legte abwartend den Kopf schief. Ich, also, weißt du noch, als ich dich gefragt habe, ob du ein Eis mit mir essen gehen würdest und du abgelehnt hast? Habe ich das? Meine Mundwinkel zuckten verräterisch, während ich mich bemühte, ernst zu bleiben. Ja, hast du. Mal angenommen, rein hypothetisch, ich würde dir dieselbe Frage jetzt noch einmal stellen. Würdest du nach wie vor auf ein Eis mit mir verzichten? Das wissen wir wohl erst, wenn du mich rein praktisch fragst, oder? schmunzelte ich. Du machst es einem echt nicht leicht, beschwerte sich Landon frustriert und kaute auf seiner Lippe. Ich zwinkerte ihm zu. Weil ich weiß, wie sehr du die Herausforderung liebst. Tue ich überhaupt nicht, lachte er. Du weißt genau, dass ich es bei Frauen einfach und unkompliziert mag. Warum willst du mich dann fragen, ob ich ein Eis mit dir essen gehe? Laut deiner eigenen Aussage bin ich weder einfach noch unkompliziert. Vielleicht könnten wir das bei einem gemeinsamen Eis ausdiskutieren? Bittest du mich gerade um ein Date? Ich bitte dich darum, ein Eis mit mir essen zu gehen. Machen wir nicht mehr daraus, als es ist, wiegelte er ab und presste die Lippen fest aufeinander. Landon West, so nervös und unbeholfen zu erleben, ließ meine Schultern unter dem unterdrückten Lachen erbeben. Besuchst du heute Abend noch eine deiner zahlreichen Freundinnen? Landon zog irritiert die Stirn kraus. Nein. Und morgen? Auch nicht. Ich schürzte die Lippen und versuchte mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr mich dieses Wissen erleichterte. Warum nicht? Bestimmt haben nicht alle von ihnen morgen Abend einen Tanzshow-Auftritt im Live-TV, für den sie fit sein müssen. Viele von ihnen würden sich sicher freuen, wenn du heute Nacht in ihr Bett hüpfst. Mag sein, aber ich habe nicht vor, in ihr Bett zu hüpfen. Weder heute noch morgen und auch nicht übermorgen, okay? Warum nicht? Warum, warum, warum? Warum ist die Banane krumm? Mann, wei, was soll denn diese Inquisition? Beantworte doch einfach meine Frage. War ja klar, dass du es so kompliziert machen musst. Ein einfaches Ja oder Nein wäre dir ja viel zu unkompliziert, nörgelte er. Warum nicht, Landon, wiederholte ich unerbittlich meine Frage und durchbohrte ihn mit meinem Blick. Mann, wei, du bist eine verfluchte Nervensäge. Aber wem sage ich das? Warum nicht, Landon? Seine Hände umklammerten das Lenkrad seines Porsches so fest, dass seine Fingerknöchel sich unter seinem harten Griff weiß färbten. Weil du die einzige Frau bist, mit der ich ein Eis essen möchte, okay? zischte er und atmete geräuschvoll aus. Also, gehst du nun ein Eis mit mir essen oder nicht? Mein Herz machte einen glücklichen Hüpfer in meiner Brust und ließ wie auf Knopfdruck alle Anspannung von mir abfallen. Ja, lächelte ich und hauchte ihm einen zuckersüßen Kuss auf die erhitzte Wange. Wenn die Show vorbei ist, gehe ich liebend gern ein Eis mit dir essen, Landon West. Kapitel 23 Violet Hinter uns lagen drei anstrengende, schlaflose Wochen. Nach der ersten Show hatten wir uns sicher in das Achtelfinale getanzt. Auch in das Viertelfinale zogen wir beinahe mühelos ein. Doch um in das heutige Halbfinale zu gelangen, mussten wir uns mächtig anstrengen. Hier standen wir nun also und tanzten uns warm. Von den fünf verbliebenen Gruppen würden es heute drei in das große Finale schaffen. Der mediale Druck fühlte sich an wie eine Schlinge, die sich mit jeder Show fester um meinen Hals zuzog. Meine Crew und ich wurden auf der Straße erkannt, fotografiert und angesprochen, egal wohin wir gingen. Ich kam mir vor wie ein Eisbärbaby im Zoo, das von allen angestarrt und abgelichtet wurde, während es verzweifelt versuchte, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Lustigerweise schien sich das Blatt der Nervosität mittlerweile gewendet zu haben, denn während mir die enorme Aufmerksamkeit um meine Person nicht sonderlich gefiel, genossen die Mitglieder meiner Crew das Rampenlicht in vollen Zügen. Die Followerzahlen ihrer Instagram-Seiten schossen steil nach oben und die ersten lukrativen Kooperationspartner hatten unlängst angeklopft. Auf Landons Rat hin hatte auch ich mir ein öffentliches Instagram-Profil zugelegt und staunte bei der Anzahl an Geschäftsangeboten, die dort täglich eintrudelten. Von Pflegeprodukten über Ernährung, Kleidung, Apps und Lieferservice war dort alles dabei. Diese Welle reiten wir bis zum Strand, hatte Landon gesagt. Er prüfte die Angebote für mich, unterhielt sich mit den Firmen und sprach seine Empfehlungen hinsichtlich nennenswerter Deals aus. Ich hatte deutlich gemacht, dass ich lediglich Kooperationen einging, die meinen Werten entsprachen und dass mein Hauptaugenmerk nach wie vor auf der Show lag. Dennoch stimmte ich Landon zu, dass es nur von Vorteil für die Rettung der Schule sein konnte, wenn ich mir nebenbei, solange der Hype um meine Person anhielt, mit meiner Social-Media-Präsenz ein zweites Standbein aufbaute. Sogar einen Buchvertrag hatte man mir angeboten. Ich sollte über meine Karriere als prima Ballerina das plötzliche verletzungsbedingte Aus und den harten Kampf zurück in die Profi-Liga schreiben. Die ganze Aufmerksamkeit, die mit jedem Tag mehr wurde, sorgte dafür, dass wir Gefahr liefen, uns von unserer Mission ablenken zu lassen. Und so konzentrierte ich mich eisern auf das Training und darauf, die Crew auf Kurs zu halten, die ihrerseits auf die Kanzlei von Landon, Damien und Jameson vertraute, um ihre Interessen zu vertreten und die Zukunft der Schule zu sichern. Für mein Privatleben blieb mir seit Beginn der Aufzeichnungen und dem über Nacht aufgeflammten Ruhm kaum Zeit. Wenn ich mich mit Landon traf, dann entweder in seiner Kanzlei oder in der Schule und stets aus beruflichen Gründen. Keiner von uns wollte riskieren, dass wir zufällig bei einem gemeinsamen Kuss abgelichtet wurden und so ungewollt die Schlagzeilen füllten. Zumindest nicht so lange die Zukunft der Schule noch offen stand und wir uns über unsere Gefühle zueinander nicht im Klaren waren. Also beschränkten wir uns auf flüchtige Berührungen und gestohlene, unschuldige Küsse im Verborgenen. Da diese kleinen, süßen Küsse jedoch mehr Sehnsüchte weckten, als sie stillten, beschränkten wir sie auf ein absolutes Minimum. Ein paar Wochen ging das nun schon so und eine Rettung war noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil, es wurde mit jeder Woche schwieriger. Damit meinte ich nicht bloß das harte Training, um die immer stärker werdenden Gegner zu schlagen und in die nächste Runde einzuziehen, sondern auch das Verlangen nach Landen. Wir aßen uns förmlich mit unseren hungrigen Blicken auf, flüsterten uns ins Ohr, dass wir aneinander dachten, wenn wir uns während der einsamen Nächte selbst befriedigten und verzerrten uns nach der Nähe und Wärme des anderen. Nächste Woche würde all das endlich ein Ende nehmen. Bis dahin musste ich allerdings durchhalten und mein Bestes geben, um in das Finale einzuziehen. Für meine Schule, für meine Kids und für Landen, der mir diese einzigartige Chance verschafft hatte. Ich richtete mich auf und trommelte meine Crew zusammen, damit wir noch ein letztes Mal vor dem großen Auftritt Motivation und Energie austauschen konnten. Yo, Bronx Beasts, are you ready? Nee, rief Colton mit ausgelassener Stimme, als wir die Showbühne betraten. Die Studiogäste klatschten, pfiffen und schrien begeistert. Mit jeder Show wurde die Stimmung im Filmstudio aufgeheizter. Hatte ich im Viertelfinale geglaubt, dass der maximale Geräuschpegel längst erreicht sei, so wurde ich heute eines Besseren belehrt. Mein Trommelfeld zitterte unter dem ausdauernden Beifall und meine Handflächen begannen zu schwitzen. Lampenfieber. Shit. Ich atmete tief ein und aus und zwang mir ein fröhliches Lächeln auf. Let's roll, rief meine Crew zurück und erntete dafür wilden zustimmenden Applaus. Dann zeigt mal, ob ihr den Einzug ins Finale verdient, warf die Kollegin von Colton ein, die neben ihm in der Jury saß, als der Geräuschpegel langsam abnahm. Die Lichter im Studio erlaschen und ich nutzte die vollkommene Dunkelheit, die uns umhüllte, um die Augen zu schließen, mich auf die Musik einzulassen und alles andere um uns herum auszublenden. Hier war sie. Unsere Chance. Die Eintrittskarte in das alles entscheidende Finale. Direkt vor uns. Zum Greifen nahe. Wir mussten sie uns nur noch schnappen. Allein das zählte. Als die Lichtstrahler im Boden und von der Decke die Bühne erhellten und die Nebelmaschinen die Tänzer in Rauchschwaden hüllten, schaltete ich meinen Verstand aus und überließ die Führung meinem Körper, der sich von den Beats davontragen ließ. Zwei nervenzerreißende Stunden später standen wir erneut auf der Bühne und bankten darum, dass das Urteil der Jury und die Abstimmung der Studiogäste sowie der der Zuschauer zu unseren Gunsten ausfallen würde. Zwei Gruppen durften bereits in das Finale einziehen, auch wenn die Reihenfolge, in der die Finalisten genannt wurden, nicht unbedingt der eigentlichen Platzierung entsprach. Somit wusste keines der Teams, auf welchem Platz es sich in Wahrheit befand. Die eigentlichen Platzierungen wurden erst im Finale bekannt gegeben. Bis dahin zählte es lediglich, weiterzukommen, ob nun als Erster, Zweiter oder Dritter. Wir standen neben den anderen beiden Gruppen auf der Bühne und starten gebannt auf die Anzeigetafel. Welcher Crewname würde dort als drittes aufleuchten? Welche Crew konnte sich den letzten verbleibenden Finalplatz sichern? Sean, einer meiner Crewmitglieder, legte mir seine Hände auf die Schulter und drückte sie angespannt. Ich legte meine Hand auf die Seine und spürte kurz darauf die Hand eines zweiten Crewmitglieds darauf, gefolgt von drei weiteren Händen. Ein Lächeln stahl sich auf mein Gesicht. Ich bin verdammt stolz auf euch, egal wie das hier heute ausgeht, flüsterte ich und blinzelte eine aufkommende Träne aus den Augenwinkeln. Ihr seid große Klasse. Versprecht mir, dass ihr euch nie etwas anderes einreden lasst. Von niemandem. Die Antwort meiner Crew wurde von dem lauten Jubel der Zuschauer verschluckt, die kreischend von ihren Sitzen sprangen und euphorisch applaudierten. Wir sind weiter, schrie Delilah und riss uns in eine übermütige Umarmung. Oh mein Gott, japste ich außer mir vor Freude und konnte kaum fassen, was da in leuchtenden Buchstaben auf der Anzeigetafel prangte. Bronx Beasts. Willkommen im Finale. Kapitel 24 Lampen Violet, hi! Begrüßte ich Vi im Backstage-Bereich und zog sie in eine beruhigende Umarmung. Violets lange, braune Haare waren zu unzähligen kleinen Zöpfen geflochten, was total cool aussah. Schicke Frisurgängsterbraut, flüsterte ich ihr ins Ohr. Du bist hier, stellte sie erleichtert fest. Hast du etwa daran gezweifelt? Wie üblich, musste ich sie viel zu schnell wieder loslassen. Zum Glück nahm dieses Versteckspiel bald ein Ende. Gerade rechtzeitig, um mich davor zu bewahren, vollkommen wahnsinnig zu werden. Violet schüttelte als Antwort auf meine Frage den Kopf. Nein, ich hatte nur gehofft, dass ich dich vor der Show noch sehe. Warum? Weil ich diese Umarmung dringend gebraucht habe. Du kannst noch eine bekommen, jetzt, wo ich schon mal hier bin, erwiderte ich sichtlich gelassener, als ich mich innerlich fühlte und zog sie mit mir in eine ruhige Ecke. Geh da raus und genieß die Show, Baby. Mach dir keine Sorgen um die Schule. Damien, Jameson und ich haben vorgesorgt. Niemand wird sie dir wegnehmen, egal ob ihr gewinnt oder nicht. Die Werbeeinnahmen decken die Kosten für die nächsten Jahre mehr als ab. Also geh da raus und hab Spaß, okay? Sie nickte an meiner Brust und schlang die Arme um meine Taille. Schokolade und Pistazie. Schokolade und Pistazie? Meine Sorten für unser Ice-Date, das im Grunde genommen gar keins ist. Welche nimmst du? Ich lächelte in ihrem Haar. Schokolade und Pistazie klingen gut. Die nehme ich auch. Okay. Okay, flüsterte ich und entließ Violet schweren Herzens aus meiner Umarmung. Bis später, Babe. Ich striche zum Abschied mit dem Daumen über die Wange und begab mich zurück zu unseren Sitzplätzen nahe der Bühne, wo mich Damien, Grace, Jameson und Aubrey bereits erwarteten. Wie geht es, Vi? Wollte Aubrey wissen. Es geht dir gut, gab ich zurück und setzte mich zwischen Jameson und Damien. Aubrey saß neben Grace, die wiederum zu Damiens Rechten saß. Du bist nervös, Kumpel, lachte Jameson leise. Quatsch, wieso sollte ich? Na, weil deine Gangsterbrot heute im Finale tanzt und ihr gefühlt die halbe USA dabei zusieht. Ich will, dass sie sich amüsiert, dass sie es genießt. Sie hat es verdient, jede Sekunde davon. Damien klopfte mir wohlwollend auf die Schulter. Hab gehört, dass sie auf der Aftershow-Party einen Eisstand haben. Schokolade und Pistazie, murmelte ich. Was sagst du? Sie will Schokolade und Pistazie. Jameson warf Damien, der breit grinste, einen vielsagenden Blick zu und prustete los. Seid nicht so gemein zu Landen, schaltete sich Grace ein. Darf ich dich an den Bananenkuchen mit Schokostreuseln erinnern, den du scheu wie ein Reh bei mir bestellt hast, nur um dann kopflos vor mir zu fliehen, mein Schatz? Damien errötete und zog erzappt den Kopf ein, was Grace und Aubrey ein belustigtes Kichern entlockte. Sieht so aus, als wäre ich der einzige noch verbleibende Mann in unserer Kanzlei, der gegen die Liebe völlig immun ist. Die Frau, die dir deine Immunität raubt, wird auch noch kommen, Jameson. Verlass dich drauf, zwinkerte ihm Grace zu. Und wenn es soweit ist, werde ich mich ausgiebig auf deine Kosten amüsieren. Bevor Jameson zu einer Antwort ansetzen konnte, wurden wir ermahnt, dass die Show in Kürze starten würde. Die Lichter wurden gedimmt und die Jury betrat unter tosendem Applaus die Bühne. Let the show begin, flüsterte ich und versuchte das zu tun, was sich Violet soeben eingebläut hatte. Die Show genießen. Als Violets Crew zum zweiten Mal an diesem Abend die Bühne betrat, ließ ich mich von der Euphorie der anderen Zuschauer anstecken und sprang jubelnd von meinem Sitz. Grace und Aubrey taten es mir gleich und auch Damien und Jameson erhoben sich pfeifend. Violets Truppe hatte es tatsächlich bis zum bitteren Ende geschafft. Die drittplatzierte Gruppe war nach dem ersten Durchgang des heutigen Abends bereits ausgeschieden. Die verbleibenden beiden Gruppen würden nun in einer letzten Performance um den Sieg tanzen. Widerwillig ließ ich mich von Damien und Jameson zurück auf meinen Stuhl ziehen und stützte mich mit den Ellenbogen auf den Knien ab, um das Spektakel vor mir auf der Bühne so nah wie möglich zu verfolgen. Violets Crew zauberte wie gewohnt eine Mega-Performance auf das Parkett. Das Studio stand Kopf und ich schwelgte irgendwo zwischen verträumter Faszination, unbändigem Stolz und grenzenloser Bewunderung. Leider lieferte auch die zweite noch verbleibende Crew ab und obwohl ich Violet den Sieg gönnte, befand ich, dass die beiden Crews auf Augenhöhe zueinander tanzten. Sie tanzten beide in einer anderen Liga. Zwei riesengroße Talente, von denen jedoch nur eines gewinnen konnte. Ich widerstand dem Drang, mitten in der Live-Show von meinem Sitz zu springen und unruhig im Studio auf- und abzutigern. Stattdessen wippte ich nervös mit meinen Füßen und wünschte mir die Siegerverkündung herbei. Es dauerte eine geführte Ewigkeit, bis das Voting beendet und die Stimmen ausgezählt waren. Endlich bat die Jury die beiden verbliebenen Gruppen auf die Bühne, um den Sieger zu verkünden. Die Crew, die das beachtliche Preisgeld gewann und mit The Out Gang auf Tour gehen würde. Bleib cool, Alter, gluckste Jameson. Du musst echt mal wieder vögeln, so nervös wie du bist. Klappe, fauchte ich, was Jameson mit einem spöttischen Schnauben quittierte. All right, all right, all right, moderierte Colton die finale Entscheidung an. Ein geiles Finale mit zwei gebührenden Sieger-Crews, wenn ihr mich fragt. Leider kann heute Abend nur einer gewinnen. Also lasst uns schauen, wie sich die Zuschauer entschieden haben. Alle Augen wanderten zu der gigantischen Anzeigetafel über der Bühne, wo die Namen beider Crews aufleuchteten. Die Stimme in meinem Ohr sagt mir, dass es ein verflucht knappes Rennen war. Die Sieger-Crew liegt mit gerade einmal 52 zu 48 Prozent vorn. Holy Crap! And the winner is … Ein ohrenbetäubender Lärm, gefolgt von Konfetti-Explosionen, setzte ein, als der Name der gegnerischen Crew aufleuchtete. Ein verdrießliches Stöhnen ging durch unsere Reihe. Mist. Ich hätte Violet den Sieg aus vollstem Herzen gegönnt. Umso mehr bewunderte ich sie und ihre Crew jetzt dafür, wie sie der gegnerischen Gruppe um den Hals fielen und ihnen fair gratulierten. Auf dieser Bühne standen meines Erachtens nach nur Gewinner. Jeder von ihnen hatte den Sieg verdient. Das bestätigte auch die knappe Abstimmung von 52 zu 48. Violet scannte das Studio mit ihren Augen ab. Als ihr Blick an mir hängen blieb, lächelte sie. Es war ein glückliches Lächeln. Ein Lächeln, das mein Herz ganz ohne Koffein schneller schlagen ließ. Ich erhob mich und verbeugte mich vor ihr, um ihr zu signalisieren, wie sehr sie mich beeindruckt hatte. Sie setzte sich in Bewegung, um zu uns herüberzukommen, Doch eine autoritäre Stimme, die durch das Studio halte, ließ sie innehalten. It ain't over yet! Das Stimmgewusel verstummte, als die Zuschauer realisierten, dass sich hinter der autoritären Stimme niemand Geringeres als Big Terrell verbarg. Big Terrell gehörte zu den engsten Vertrauten von The Out Gang und zählte zu den bekanntesten Hip-Hop-Größen des Landes. Er stand The Out Gang im Bekanntheitsgrad in nichts nach. Colton grinste zufrieden, als er in die verdutzten Gesichter der Zuschauer blickte und schlug mit Big Terrell ein. »Yo, Mann, was geht's?« »Was macht denn Big Terrell hier?«, zischte mir Jameson zu. »Das wüsste ich auch gern.« »Sieht so aus, als sei uns die Überraschung gelung, Terrell!«, lachte Colton. »Klären wir sie auf?« »Yes, brother, let's do it!« Ein Regieassistent rannte herbei und überreichte Big Terrell ein Mikrofon. »Als ich eben gesagt habe, dass es für mich zwei Sieger-Crews gibt, war das mein voller Ernst. Und mein Kumpel Big T sieht das genauso,«, begann Colton. »That's it, man. Ich will die Bronx-Bests. Ihr habt verdammt viel Talent. Und da ich stets auf der Suche nach talentierten Nachwuchstänzern bin, investiere ich in euch. Das garantiert mir geile Tänzer und gibt mir die Chance, meiner Heimat, der Bronx, unter die Arme zu greifen. Never forget where you're coming from!« Die erdrückende Stille im Studio wandelte sich in tosenden Applaus samt Standing Ovation. Die Menschen sprangen von ihren Sitzen und feierten Big T's Initiative. Colton stand breit grinsend neben Big Terrell und klopfte seinem Kumpel auf die Schulter. Die beiden würden morgen in sämtlichen Zeitungen des Landes stehen, zusammen mit Y. Wow. Was für eine unglaubliche Wendung. Grace umarmte mich und jubelte ergriffen. Ich erwiderte ihre Umarmung und wirbelte sie wild im Kreis. »Mach mal halblang und hitt dir das für deine eigene Frau auf, Kumpel!« stichelte Damien und entzog mir Grace, die meinen spielerischen Seitenhieb verpasste. »Ich weiß sowieso nicht, worauf du noch wartest.« Kapitel 25 Violet Die Aftershow-Party füllte sich mit jeder Minute mehr. Meine Crew stand aufgeregt schwatzend im Kreis um Big T und war vollkommen aus dem Häuschen, weil eines ihrer größten Idole sie und die Schule fortan unterstützen würde. Ich signalisierte Big T, dass wir uns später in Ruhe unterhalten würden, und zog mich lächelnd zurück. Suchend scannte ich den weitläufigen Raum nach einem Hinweis für die Waschräume ab und fand ihn schließlich. Ich folgte dem Pfeilen und stieß kurze Zeit später die schwere Holztür zu dem Vorraum der Toiletten auf. Leise Lounge-Musik drang aus den Lautsprechern an der Decke und stand im krassen Kontrast zu den Hip-Hop-Beats, die von draußen gedämpft durch die Tür peitschten. Ein Hauch von Jasmin lag in der Luft und entspannte meine flatternden Nerven. Ich beugte mich zu dem teuren Raumduft vor und atmete das Aroma, das von den Stäbchen ausging, tief ein. Eine Achterbahnfahrt der Extraklasse, was? ließ mich die liebenswürdige Stimme von Grace ertappt zusammenfahren. Entschuldige, Violet, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich sah auf und blickte in Grace fröhliches Gesicht. Ihre warmen Augen musterten mich in einer Mischung aus Sorge und Freude. Schon gut, ich brauchte nur kurz eine Verschnaufpause, wiegelte ich ab und ließ mich von ihr in eine freundschaftliche Umarmung ziehen. Ich gratuliere dir, du kannst so stolz auf dich und deine Crew sein. Auf euch wartet eine aufregende Zukunft, voller Abenteuer. Danke, gab ich zurück und stieß zischend die Luft aus. Ich habe das alles noch gar nicht wirklich realisiert. Es ist zu viel auf einmal. Glaubt mir, dieses Gefühl kenne ich nur zu gut, gestand Grace. Für den Moment reicht es, wenn du dir einer Sache bewusst bist. Du hast es geschafft, Violet. Du hast deine Schule gerettet. Landon klärt gerade die Details ab. Ist das nicht großartig? Grays Worte sickerten in mein Bewusstsein und zauberten mir ein Strahlen auf das Gesicht. Sie hatte recht. Sie hatte absolut recht. Mit der Zusage von Big T, die Schule fortan finanziell zu unterstützen, waren wir dem Verkauf endgültig von der Schippe gesprungen. Wir besaßen die finanziellen Mittel, die mediale Aufmerksamkeit und das Potenzial, um die Schule und damit den Rückzugsort für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche fortzuführen. Mehr noch, man gab uns die Möglichkeit, die Schule in eine Kaderschmiede der Bronx zu verwandeln und den talentierten Menschen, die sie besuchten, so eine Chance auf eine Zukunft voller Hoffnung und Träume zu geben. Ich erwiderte Grays Umarmung und drückte sie fest an mich. Ohne dich wäre all das nicht möglich gewesen, Grace. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals genug danken kann. Du könntest mich auf ein Eis einladen. Ich habe gehört, das steht aktuell hoch im Kurs, scherzte sie. Ich errötete und wandte den Blick ab. Du magst Landon, oder? Unvorstellbar, nicht wahr? lachte ich nervös. Grays Augen blitzten vergnügt. Für unvorstellbar hielt ich es vielmehr, dass Landon sich jemals vollkommen rettungslos in eine Frau verliebt. Aber in dieser Hinsicht wurde ich in den letzten Wochen eines Besseren belehrt. Ich überkreuzte die Arme vor der Brust und lehnte mich gegen das Waschbecken aus weißem Marmor. Verliebt, sagst du? Hast du keine Augen im Kopf, Violett? grinste Grace. Der arme Kerl ist dir hoffnungslos verfallen. Ach ja? Bei seinen ständigen Sticheleien könnte man auf die Idee kommen, wenn das Gegenteil sei der Fall. Was ich lieb, das neckt sich. Bei niemandem steckt wohl so viel Wahrheit hinter diesem Spruch wie bei euch. Ihr sträubt euch beide gegen die Zuneigung, die ihr füreinander hegt, und steht euch so bloß selbst im Weg. Ganz so ist es nicht, protestierte ich. Ich habe Landon zugesagt, dass ich ein Eis mit ihm essen gehe. Schokolade und Pistazie. Ja, ich weiß. Grace Grinsen wurde breiter. Ein Date. Kein Date. Kein Date. Jedenfalls laut Landon. Natürlich ist es ein Date. Und ein riesengroßes Zugeständnis. Darauf kannst du dir echt was einbilden. Ich blieb Grace die Antwort schuldig und seufzte. Was ist los, Violett? Worüber zerbrichst du dir den Kopf? Es ist eine riskante Angelegenheit, mein Herz an einem Playboy wie Landon zu verlieren. Grace lehnte sich neben mich und studierte mich interessiert von der Seite. Die Liebe ist immer riskant, Violett. Ich kann ein Lied davon singen, glaub mir. Irgendwann gehen wir beide mal ein Eis zusammen essen, und dann erzähle ich dir die Geschichte von Damien und mir. Ich nickte zustimmend und schwieg. Gib Landon eine Chance. Er ist ein wunderbarer Mensch, auch wenn er sich dessen selbst nicht bewusst ist. Er mimt immer die wilde Raubkatze. Aber in Wahrheit ist er bloß ein zahmes Kätzchen, das geliebt und gestreichelt werden will. Mein Blick traf auf den von Grace, und wir prusteten los. Dein Wort in Gottes Ohr, kicherte ich und drehte mich dem Waschbecken zu, um mir kaltes Wasser über die Handgelenke laufen zu lassen. Nach allem, was ich da draußen gesehen habe, bist du eine sehr mutige Frau, Violett. Deshalb wäre es schade, wenn die Angst im Hinblick auf Landon siegen würde. Das Geräusch der Tür, die aufgestoßen wurde, begleitet von dem Klackern der Absätze hoher Schuhe, beendete unsere vertrauliche Konversation. Ach, da seid ihr! Ich dachte schon, ihr beide seid ins Klo gefallen, halte Aubreys Stimme durch den Raum. Komm mal her, du Gangsterbraut, rief sie und zog mich in eine enge Umarmung. Ich weiß ja, dass du nicht so der Kuscheltyp bist, Wei, aber das hier muss sein, murmelte sie. Außerdem wartet vor der Tür ein ziemlich nervöser, gut aussehender Anwaltstyp auf dich, der ebenfalls auf eine Umarmung aus ist. Ich spürte, wie mir die Hitze in die Wangen schoss und meine Handflächen feucht wurden. Nun geh schon, drängte mich Aubrey. Geh und erlöse ihn! Als ich aus dem Waschraum trat, erwartete mich bereits Landon, der an der Wand lehnte und lässig die Hände in die Hosentaschen seiner schwarzen Jeans geschoben hatte. Dachte schon, du wolltest da drin übernachten, begrüßte er mich. Ich überging seinen frechen Kommentar und schlang ihm stattdessen die Arme um den Hals. Dann legte ich wortlos meine Lippen auf die Seinen und klaute mir den innigen Kuss, den ich in diesem Moment mehr brauchte als die Luft zum Atmen. Landon knurrte erregt und presste mich an sich. Seine Hände wanderten ungeduldig meinen Rücken auf und ab, bis sie schließlich auf meinem Po zum Liegen kamen, den er fest umfasste. Seine Zunge suchte Einlass in meinen Mund, den ich ihr nur zu gern gewährte. Gott, wie sehr ich diesen Mann begehrte! Lust auf einen heißen Quickie im Waschraum, Weltretterin? flüsterte er mit bebender Stimme an meinem Ohr. Lust schon, flüsterte ich lächelnd zurück, aber Brie und Grace sind noch da drin. Nirgendwo hat man hier seine Ruhe, murrte Landon, doch das erheiterte Zucken um seinen Mundwinkel verriet ihn. Er ließ mich los und positionierte sich in gebührendem Abstand zu mir. Sicher ist sicher. Hast du Angst vor mir? neckte ich ihn. Du bist eine gefeierte Gangsterbraut, die von Millionen von TV-Zuschauern die Bühne zum Beben bringt. Das ist ziemlich einschüchternd für einen kleinen, unbekannten Anwalt wie mich. Klein und unbekannt bist du wohl kaum. Außerdem sagte mir Grace, dass du eben die Zukunft unserer Schule gesichert hast. Stimmt das? Gesichert hast du, Sivai. Ich habe lediglich telefonisch die Formalitäten geklärt, die wir morgen schriftlich nachreichen. Dann ist es amtlich. Du bist großartig. Ich danke dir, jubelte ich. Heißt das, du willst noch immer ein Eis mit mir essen gehen? Witzelte Landon. Auf jeden Fall. Pistazie und Schokolade. Oder ist das jetzt, wo du berühmt bist, zu ordinär? Pistazie und Schokolade werden nie ordinär sein. Und ich? Du auch nicht. Schmunzelte ich und zog Landon zu einem weiteren, sehnsüchtigen Kuss zu mir. Kapitel 26 Landon Am darauffolgenden Vormittag traf ich mich mit Violet vor dem Gebäude der Hausverwaltung, um mit ihr zusammen den Papierkram zu erledigen. Big T hatte Wort gehalten und würde fortan als Bürger in dem Vertrag auftreten. Sein Management-Team stellte Violet und Aubrey ein paar fähige Mitarbeiter zur Seite, damit sie gemeinsam einen Plan ausarbeiten konnten, wie die Aufgabenverteilung in der Schule zukünftig strukturiert und gehandhabt werden sollte. Big T wollte, dass sich Violet auf die Kids konzentrierte. Mit ihnen tanzte, sie ausbildete, für sie da war. Um Aubrey im administrativen Bereich zu unterstützen, sollten zwei geschulte Fachkräfte eingestellt werden. Zudem stockte Big T die Gehälter der Tanzlehrer auf, sodass ihr soziales Engagement mit finanzieller Sicherheit belohnt wurde. Zwei Aspekte, die ich sehr an Menschen schätze, sind Loyalität und Mut. Du hast beides bewiesen, Bronx Girl, hatte Big T zu Violet gesagt und ihr anerkennend auf die Schulter geklopft. Ich konnte ihm nur zustimmen. Violet hatte um das gekämpft, was ihr wichtig war. Unermüdlich, ohne Furcht und ohne Kompromisse. Von der taffen Weltretterin konnte man einiges lernen, wie ich in den letzten Wochen zähneknirschend feststellen musste. Na, gut geschlafen? Begrüßte ich sie, als sie die Straße überquerte und federnden Schrittes auf mich zukam. Die gestrige Afterparty dauerte bis in die frühen Morgenstunden und Violet hatte es ordentlich krachen lassen. Wie sie zwischen der verbissenen Weltretterin, der coolen Gangsterbraut und der verführerischen Tanzprinzessin hin- und herswitchen konnte, ließ mich Bauklötze staunen. Ja, wie ein Stein. Und du? antwortete sie und riss mich aus meinen Gedanken. Ich hätte lieber mit dir geschlafen, gab ich offen zu. Sie zuckte bedauernd mit den Schultern. Selbst schuld? Ich habe es dir angeboten. Du hast abgelehnt. Weil ich es nicht vermasseln will. Zuerst gehen wir dieses dumme Eis zusammen essen und machen, was Pärchen bei einem Date ebenso machen. Reden und so ein Zeug. Ich dachte, das gemeinsame Eisessen wäre kein Date. Machen wir nicht mehr daraus, als es ist. Das waren doch exakt deine Worte, oder? Und seit wann sind wir ein Pärchen? Habe ich da was verpasst? Ich seufzte resigniert, was Violet ein freches Grinsen entlockte. Musst du mich so quälen? Du weißt doch, dass ich in sowas nicht gut bin. In was? Nein, in diesem Date-Zeug. Warum machst du es dann? Das frage ich mich auch jeden Tag, seitdem ich dich gefragt habe. Erwiderte ich trocken. Violet lachte ihr wunderschönes, herzliches Lachen und ich erlag dem Drang, meine Nase in ihrem Haar zu vergraben und ihren Duft tief einzuatmen. Bereit? Murmelte ich. Aber sowas von. Lass uns die Rettungsmission gemeinsam zum Abschluss bringen. Sie griff nach meiner Hand und marschierte zielstrebig mit mir an ihrer Seite auf das Gebäude zu. Eine Stunde später verließen wir selbiges Gebäude Hand in Hand und atmeten in der strahlenden Sommersonne, die unseren Gemütszustand perfekt wiedergab, tief durch. Geschafft! Jubelte Violet und fiel mir um den Hals. Ich liebte es, sie so euphorisch und glücklich zu sehen. Ihre Euphorie und ihr Glück schwappten auf mich über und wärmten mich von innen und von außen. Die Eigentümer des Gebäudes, in dem sich Violets Schule befand, hatten sich dem medialen Druck gebeugt und auch Stellar Constructions wollte sich nicht die Finger an einem wichtigen Sozialprojekt verbrennen, über das ein großer Teil Amerikas sprach und das in Zukunft vielen Menschen eine berufliche Chance geben würde, die unter normalen Umständen keine Chance bekommen hätten. Die Werbeeinnahmen von Vi und ihren Kids, Big T's Investment und Bürgschaft sowie sein Businessplan taten den Rest. Die Rettung der Schule war hiermit ganz offiziell besiegelt. Wie wäre es jetzt zur Feier des Tages mit einem Eis? zwinkerte ich ihr zu. Nichts lieber als das. Ich muss zwar zurück in die Schule, doch auf eine halbe Stunde kommt es nicht an. Eine halbe Stunde für ein Date? Wow! Zugegeben, ich verstehe nicht viel davon, aber ist das nicht reichlich wenig? Für ein erstes Date vollkommen ausreichend. In der Regel beschnuppert man sich erst einmal, um festzustellen, ob ein zweites Date überhaupt in Frage kommt. Haha, so ist das, klugste ich. Wenn das so ist, ich kann es kaum erwarten, dich zu beschnuppern, Vi. Und was das zweite Date betrifft, wie wäre es mit heute Abend? Violet biss sich verschmitzt auf die Lippe. Das kommt ganz auf die Figur an, die du bei unserem ersten Date an den Tag legst. Ich schmunzelte. Na dann lass uns mal die beste Eisdiele von New York City aufsuchen. Da uns nur eine halbe Stunde bleibt, muss ich improvisieren. Eigentlich wollte ich dich in den Central Park entführen. Und eigens einen Eisstand mit verschiedenen Pistazien- und Schokoladeneissorten aus Italien dafür einfliegen lassen, aber... Was wolltest du? Violet fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. Was schaust du so? Ich will eben unbedingt ein zweites Date mit dir. Wieso? Ich blieb stehen und schub die Hände in die Hosentaschen. Violet legte den Kopf schief und bemühte sich, ihre zuckenden Mundwinkel unter Kontrolle zu behalten. Du lässt nicht eher locker, bis ich dir gesagt habe, dass ich mich in dich verliebt habe, oder? Seufzte ich und verfolgte fasziniert das Leuchten, das bei diesen Worten durch Violets Augen tanzte. Du bist in mich verliebt? Ja, ich bin in dich verliebt, Violet Simonelli. Bist du nun zufrieden? Hat es sehr wehgetan, das auszusprechen? Ich kniff die Augen zusammen und überlegte. Eigentlich nicht. Dann stört es dich sicher nicht, es noch einmal zu wiederholen, oder? Ich verzog das Gesicht zu einer übermütigen Grimasse und beugte mich zu ihr vor. Ich bin in dich verliebt, Weltretterin. Aber sowas von. Flüsterte ich in ihr Ohr und nutzte die Gelegenheit, um mich an ihrem süßen Hals zu bedienen. Mh, schnurrte sie. Wie gut, dass ich mich rein zufällig auch in dich verliebt habe, Landon West. Tatsächlich? Lächelte ich an ihrem Hals, ganz berauscht von ihrer zarten Haut und ihrem betörenden Duft. Ja, hauchte sie erregt. Und jetzt lass uns endlich dieses Eis essen gehen, bevor ich mitten auf der Straße schwach werde. Okay, Baby. Meine Worte klangen heiser und rau. Ich höre auf. Aber nur, wenn du heute Abend mit mir essen gehst. Du erschleichst dir dein zweites Date auf niederträchtige Art und Weise. Das ist unfair, kicherte sie und regte mir ihren Hals entgegen, damit ich jeden Zentimeter davon mit meinen Küssen bedecken konnte. Was soll ich sagen? Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Also, bekomme ich nun mein zweites Date? Hm, raunte Violet. Hm, ist das ein Ja? Ja, bekommst du. So, stöhnte sie angetan von meiner Tortur und riss sich schweren Herzens von mir los. Dann steht unserem Eis ja nichts mehr im Wege. Komm. Ich bot ihr meine Hand an und spazierte an ihrer Seite durch die warme Sommersonne, auf der Suche nach dem besten Eis, das dieses Viertel zu bieten hatte. Als ich meinen Wagen eine Stunde später vor dem Schulgebäude zum Stehen brachte, herrschte dort reges Treiben. Aubrey hatte uns bereits vorgewarnt, dass Big T zu einem spontanen Überraschungsbesuch vorbeigekommen war. Dementsprechend viele Kamerateams und Reporter tummelten sich vor dem Eingang des Gebäudes. Vom Auto aus hatte ich Damien angerufen, zu dessen Kerngebieten das Medienrecht zählte. Er würde die Interviewanfragen für Violet, ihre Crew und Big T gemeinsam mit Big T's Management regeln, da mir ein langer Nachmittag im Gericht bevorstand. Wir sehen uns heute Abend, verabschiedete ich mich von Violet. Soll ich dich noch hinein begleiten? Sie schüttelte den Kopf. Nicht nötig, das bekomme ich hin. Außerdem ist Damien schon eingetroffen, bedeutete sie mit einem Nicken in Richtung Eingang. Dann bis später, flüsterte ich an ihren Lippen und verlor mich in einem letzten süßen Kuss, von denen ich einfach nicht genug bekommen konnte. Ja, bis später, flüsterte sie zurück, machte jedoch keine Anstalten, den Kuss zu beenden. Erst als Damien mit einem breiten Grinsen gegen die Scheibe der Beifahrertür klopfte und mit seinen Händen ein Time-Out-Zeichen imitierte, lösten wir uns widerstrebend voneinander. Hey, Lenden! Violet war bereits ausgestiegen, steckte aber noch einmal den Kopf zur Autotür hinein. Ja? Für ein erstes Date war das gar nicht mal so übel. Ich freue mich auf das zweite Date heute Abend. Offenbarte sie mir mit einem verschmitzten Lächeln. Kapitel 27 Violet Als ich nach einem langen, anstrengenden Tag die Tür zur Tanzschule abschloss und auf die Straße trat, vor Lenden gerade vor. Im Gegensatz zu seinen ersten Besuchen in der Bronx schien er mittlerweile ein gewisses Vertrauen in diese bisweilen raue Gegend entwickelt zu haben. Jedenfalls fürchtete er nicht mehr länger bei jedem seiner Besuche, dass man ihm seinen geliebten Sportwagen unter seinem knackigen Po weglaute. Wie so oft, wenn ich ihn sah, mit ihm sprach oder auch nur an ihn dachte, stahlte ich ein Lächeln auf mein Gesicht. In Landons Gegenwart schwankte ich stets zwischen amüsiertem Grinsen und erheitertem Lächeln. Ein ungewohnt fröhlicher und zuversichtlicher Gemütszustand, der mir ehrlicherweise sehr gefiel. Wer ging nicht gern auf Wolken? Hey, begrüßte ich ihn, als ich die Tür zu seinem Wagen öffnete und in seine blitzenden Augen blickte. Selber hey. Wie ist es gelaufen? Gut, gab ich zurück. Aber jetzt bin ich sowas von reifes Wochenende. Es war eine lange und nervenaufreibende Woche, stimmte mir Landon zu und strich mir zärtlich mit dem Daumen über die Wange. Umso schöner, dass du dein Wochenende in meiner Gesellschaft beginnst. Etwas Besseres konnte dir doch gar nicht passieren, oder? Wie schön, dass du dein unerschütterliches Selbstbewusstsein zu unserem zweiten Date mitgebracht hast. Nur für dich, weil ich weiß, wie sehr du darauf stehst, wei. Er wackelte vielsagend mit den Augenbrauen, was mir eine meiner Standardreaktionen in Landons Gegenwart entlockte, ein amüsiertes Grinsen, das er frech erwiderte. Also, nach was steht dir der Sinn? Wo würdest du gern essen gehen? Ich lehnte mich im Beifahrersitz zurück und sah zu Landon. Hättest du was dagegen, wenn wir uns ein Takeaway holen und zu Hause essen? Vielleicht bei einem Film? Das kommt auf den Film an, neckte mich Landon und ließ seine Hand an meinem Bein entlang wandern, um mir zu verdeutlichen, an was für eine Art von Film er dachte. Überraschenderweise schlug Landon, nachdem wir bei meinem Lieblingschinesen das Takeaway abgeholt hatten, nicht die Richtung zu meiner Wohnung in Queens ein, sondern steuerte zielstrebig auf Manhattan zu. Wohin fahren wir? Wunderte ich mich. Er warf mir einen raschen Seitenblick zu. Nach Hause? Das wolltest du doch, oder? Um nach Queens zu kommen, hättest du bei der letzten Abzweigung aber rechts abbiegen müssen. Landon zwinkerte mir zu und legte seine Hand auf mein Knie. Wir wollen deine Nachbarn doch nicht schon wieder um ihren Schlaf bringen und riskieren, sie noch mehr gegen dich aufzubringen, oder? Ich errötete bei der Erinnerung an Landon, der spätabends wütend gegen meine Wohnungstür gehämmert und aufgebracht geklingelt hatte. Und an Landon, der kurze Zeit später genauso wütend und mit nicht minder aufgebrachten Stößen dafür sorgte, dass mein Bettgestell in einem schnellen, lauten Rhythmus gegen die Wand meines Schlafzimmers hämmerte. Gut mitgedacht, flüsterte ich und legte meine kühlen Hände auf meine erhitzten Wangen, was Landon mit einem leisen Lachen quittierte. Wir hielten auf Upper Manhattan zu und passierten dabei den Central Park zu unserer Rechten, der am goldenen Abendlicht des lauen Sommerabends lag. Nach einer Weile hielt Landon vor einem imposanten Gebäude unmittelbar neben dem Central Park an und stellte den Motor ab. »Würde es Eindruck schinden, wenn ich dir die Wagentür öffne und dir galant aus dem Auto helfe?« »Wir wissen doch beide, dass du alles andere als ein Gentleman bist, Landon West.« Ich schüttelte grinsend den Kopf und stieg aus. Landon folgte mir schmunzelnd und warf dem Concierge, der bereits geduldig in der Auffahrt wartete, dankend die Autoschlüssel zu. Hand in Hand passierten wir die Eingangshalle und nahmen den Lift in eine der oberen Etagen. Eigentlich sollte es mich nervös machen, dass Landon mich mit zu sich nach Hause nahm. Doch während wir nebeneinander im Aufzug standen und uns über die vergangenen Tage unterhielten, spürte ich nichts außer vertraute Zweisamkeit, gepaart mit Vorfreude auf den bevorstehenden Abend. Es fühlte sich an wie, ja, fast wie nach Hause kommen. Landon entriegelte die Tür zu seiner Wohnung und bat mich hinein. Ich sah mich neugierig in der eleganten, aber gleichzeitig heimelig eingerichteten Wohnung um. Warme Farbtöne dominierten die verschiedenen Räume und vermittelten den Eindruck, dass man sich nicht mitten im Herzen New Yorks befand, sondern in einer Blockhütte in der kanadischen Wildnis. Dazu passte auch der würzig-holzige Duft, der mich an einen friedlichen Waldspaziergang erinnerte. Landon stellte die Tüte mit dem Take-away auf der Kücheninsel ab und kam auf mich zu. Höchste Zeit, die unbequemen Klamotten loszuwerden, befand er und schob mich in einen Raum, der offenbar als sein Ankleidezimmer diente. Er kramte in den Schubladen und hielt mir eines seiner T-Shirts entgegen. Bekomme ich auch eine Hose? Die brauchst du nicht, Baby, sagte Landon leicht hin und zog ein T-Shirt sowie eine Jogginghose für sich hervor. Dann streifte er sein Jackett ab und begann, sein Hemd aufzuknöpfen. Als er bemerkte, dass ich ihn dabei beobachtete, hielt er inne. Was ist? Nichts. Ich begutachte bloß mein Date. Schließlich muss ich wissen, ob du für ein drittes Date in Frage kommst oder nicht. Landon warf sein Shirt achtlos zur Seite und stieg aus seiner Hose. Lediglich in Boxershorts bekleidet, blieb er vor mir stehen und begann mit einem angriffslustigen Blitzen in den Augen albern zu posieren. Und qualifiziere ich mich für ein drittes Date, Gangsterbraut? Auf den ersten Blick könntest du die Kriterien erfüllen, ließ ich achselzuckend verlauten. Um mein aussagekräftiges Urteil zu fällen, muss ich mir deinen Körper aber erst noch genauer ansehen. Du darfst das, was du siehst, auch gerne anfassen, wenn es dir bei der Urteilsfindung hilft. Raunte Landon und machte einen Schritt auf mich zu, sodass er unmittelbar vor mir zum Stehen kam. Ich streckte meine Hand nach ihm aus und strich andächtig über seine ausgeprägte Brustmuskulatur. Meine Finger hinterließen kleine Pünktchen auf Landons Haut und ich erwischte ihn dabei, wie er für einen Moment die Augen schloss und sich seufzend auf die Unterlippe biss. Seine warme Haut animierte mich dazu, mich eng an ihn zu schmiegen und sehnsüchtige Küsse auf seiner Schulter zu verteilen. Landon schlang stumm seine Arme um mich und genoss die zärtliche Zuwendung, die ihm zuteil wurde. Dabei machte er jedoch keine Anstalten, mich auszuziehen und in sein Bett zu locken. Im Gegenteil. Er bewegte sich keinen Zentimeter, während ich seine warme Haut mit Küssen und Streichleinheiten bedeckte und seinen verführerischen Anblick mit meinen Augen gierig in mich aufsog. Landon hielt die Augen geschlossen und den Kopf leicht in den Nacken gelegt. Seine geöffneten Lippen verrieten mir, wie sehr es ihm gefiel, von mir berührt zu werden. Dass er sich nach dieser berauschenden Nähe genauso sehr sehnte wie ich. Wir verharrten regungslos in unserer innigen, intimen Umarmung, bis sich Landon irgendwann zähneknirschend von mir löste. Ich warte im Wohnzimmer auf dich, während du dich umziehst, und mache uns derweil das Abendessen warm, flüsterte er und verließ beinahe fluchtartig den Raum. Kapitel 28 Landon Ich stand in der Küche und zwang mich, meine Aufmerksamkeit auf das Takeaway zu lenken, das sich auf dem Herd für uns wärmte, und nicht auf meine verlockene Weltretterin, die sich nebenan umzog. Es verwirrte mich, wie sehr ich es genoss, mit ihr zusammen zu sein. Wie verzweifelt ich mich danach gesehnt hatte, sie endlich wieder zu spüren. Wie abhängig ihre Berührungen mich machten. Wie glücklich und angekommen ich mich in ihrer Gegenwart fühlte. Selbst in den Momenten, in denen sie mich tierisch nervte. Mh, wie das duftet! Ich schob die Gedanken an ihre beängstigende Anziehungskraft beiseite und hob den Blick, nur um mich auf der Stelle hoffnungslos in ihrem Anblick zu verlieren. Sie trug eines meiner T-Shirts, das ihr bis zur Mitte der Oberschenkel reichte und ihre durchtrainierten langen Beine entblößte. Ihr seidiges Haar hatte sie in einem losen Knoten leger zusammengebunden. Als sie neben mich trat und den Oberkörper über den Herd beugte, um an der gebratene Nudelpfanne zu schnuppern, gab das T-Shirt die Sicht auf ihren knackigen, runden Po frei, der in nichts außer einem dünnen String gehüllt war. Ich schloss die Augen, um meine Finger nicht augenblicklich in ihren süßen Po-Backen zu vergraben und sie ausgiebig zu kneten. Eilig wandte ich mich ab und griff nach zwei Tellern. Warum gehst du nicht schon mal ins Wohnzimmer und suchst dir einen Film aus? Ich bringe uns das Essen. Du legst dich ja richtig ins Zeug. Daran könnte ich mich glatt gewöhnen, lächelte sie fröhlich und tapste barfuß davon. Ich schaute ihr voller Verlangen hinterher und verdammte meine ausgehungerte Männlichkeit, die bei dem Anblick von Violets Sexy-Care-Seite noch heftiger zu pulsieren begann. Wenn ich wollte, dass Violet uns eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft gab, musste ich ihr beweisen, dass es mir nicht nur um Sex ging. Leider stellte sich das bei einer Wahnsinnsfrau wie ihr als extrem schwierig heraus. Wie in aller Welt sollte ich mit Violet einen entspannten Abend verbringen, ohne dabei an leidenschaftlichen, schmutzigen Sex zu denken? Vielleicht war meine Idee, sie lediglich mit einem meiner T-Shirts auszustatten, doch kein so genialer Schachzug gewesen, denn die Versuchung, besagtes T-Shirt anzuheben und unter ihren String zu ihrer feuchten Mitte zu gleiten, schnürte mir förmlich die Luft ab. Wenn du mich so ansiehst, bekomme ich Angst, lachte sie, als ich die Teller mit unserem Abendessen ins Wohnzimmer balancierte. Wie sehe ich dich denn an? Wie eine hungrige Raubkatze, die ihre Beute anvisiert. Das liegt daran, dass mir beim Anblick meiner Beute das Wasser im Mund zusammenläuft. Hast du einen Film gefunden, der dir gefällt? Sie nickte zufrieden und drückte auf Play, als ich mich neben ihr auf der breiten, komfortablen Couch meinem Lieblingsmöbelstück niederließ. Wir aßen schweigend, während vor uns auf dem Bildschirm eine Komödie flimmerte, die Violet ständig zum Lachen brachte. Ich selbst bekam davon herzlich wenig mit, da ich viel zu beschäftigt damit war, sie heimlich zu beobachten. In den letzten Wochen hatte ich sie kaum zu Gesicht bekommen, und obwohl ich mir insgeheim eingestehen musste, dass ich sie vermisste, verstand ich erst in diesem Moment wie unfassbar viel. »Bist du fertig?«, riss sie mich aus meinen melancholischen Gedanken und griff nach meinem Teller. »Ja, danke.« Sie erhob sich und schüttelte den Kopf, als ich es ihr gleichtun wollte. »Bleib ruhig sitzen und schau weiter. Ich bringe das nur schnell in die Küche.« Ich gab mir Mühe, ihrem Befehl Folge zu leisten und mich auf den Film zu konzentrieren, aber es gelang mir nicht. Als Violet kurze Zeit später zurückkam, kuschelte sie sich in meinen Arm und schmiegte sich wie ein Kätzchen in der Hoffnung auf Streicheleinheiten an mich. Ich ließ meine Finger gemächlich über ihren unteren Rücken und ihren himmlischen Po gleiten, den das hochgerutschte T-Shirt sehr zu meiner Freude entblößte. Violets Atemzüge wurden mit jeder Minute regelmäßiger, und ich bemerkte, dass sie darum kämpfte, wach zu bleiben. Ich strich ihr die verirrten Haare aus dem Gesicht und fuhr ihr zärtlich über die Wange. Es war eine anstrengende, aufwühlende und ereignisreiche Woche für sie gewesen. »Wenn du einschläfst, musst du eben noch eine Nacht bleiben, damit wir den Film morgen Abend zu Ende anschauen können«, sagte ich betont beiläufig. »Außerdem gibt es zu diesem Film noch einen zweiten Teil. Damit wäre dein Wochenende dann verplant. Mit mir«, sie kicherte leise. »Ich weiß nicht, ob ich dich ein ganzes Wochenende lang ertrage.« »Wohl eher umgekehrt«, gluckste ich und gab ihr einen spielerischen Klaps auf den Po. Sie lächelte und schloss die bleiernden Augenlider. Keine fünf Minuten später war sie eingeschlafen. Ich genoss es, ihr beim Schlafen zuzusehen und ihr dabei durch das seidige Haar zu streichen. Die Weltretterin wirkte im Schlaf täuschend friedlich und niedlich. Dabei war sie keines von beidem. Im Gegenteil. Als der Abspann des Filmes endete und der schwarze Bildschirm des Fernsehers das Zimmer in Dunkelheit hüllte, versuchte ich aufzustehen und Violet in mein Schlafzimmer zu tragen. Doch Violet machte mir wieder einmal einen Strich durch die Rechnung und bewegte sich keinen Millimeter. Seufzend griff ich nach der Decke unter dem Kissen neben mir und breitete sie über uns aus. Dann verlagerte ich mein Gewicht, sodass wir nebeneinander auf der Couch zum Liegen kamen. Violet robbte sich zu mir und legte ihren Kopf auf meiner Brust ab. Sie schob ein Bein über meine Hüfte und schlang einen Arm um mich. Kurzum, sie nahm mich gefangen, nahm mich in Besitz, fesselte mich mit ihrem Körper. Und ich musste gestehen, dass mir das verdammt gut gefiel. Es dauerte einen Moment, bis ich das ratternde Geräusch, das mich am nächsten Morgen aus dem Schlaf riss, als meinen Kaffeeautomaten identifizierte. Ich blinzelte verschlafen und erkannte, dass ich mich in meinem Wohnzimmer befand. Irritiert setzte ich mich auf und entdeckte Violet, die in der Küche am Kaffeeautomaten hantierte. Bei ihrem Anblick kehrten die Erinnerungen an den Vorabend mit einem Mal zurück. Ich stand auf und schlich zu ihr in die Küche, wo sie gerade Milch in den Automaten goss. Violet war so vertieft in die Kaffeemaschine, dass sie meine Anwesenheit erst wahrnahm, als ich meinen Mund auf ihren verführerischen Hals senkte und herzhaft hineinbiss. Sie zuckte erschrocken zusammen und ließ dabei beinahe die Milch fallen. »Morgen, Weltverbesserin«, raunte ich und ging in die Knie. Mit fahrigen Bewegungen schob ich ihr T-Shirt hoch und stöhnte bei der Aussicht auf ihren wunderschönen Po, der von einem schwarzen, dünnen String umrahmt wurde, gequält auf. Ich ließ meine Finger über ihre sündigen Rundungen gleiten und tat endlich das, wonach mir seit Wochen der Sinn stand. Ich knetete gierig ihren Po und bedeckte ihn mit heißen Küssen. Violet keuchte hörbar auf und spreizte leicht ihre Schenkel. Der feuchte Glanz, der in ihren Oberschenkel-Innenseiten zum Vorschein kam, verriet mir ihre Lust. Meine Gangsterbraut brauchte es. Sie brauchte diese morgendliche Zuwendung. Genauso wie ich. Ich zog den String an seinen dünnen Bündchen hinab und befreite Violet von der einzigen Blockade, die mich von ihrem lechzenden Lustzentrum trennte. »Mach die Beine für mich breit, Baby«, flüsterte ich heiser und schluckte, als sie meinem Befehl sofort nachkam. Mit einem primitiven Knurren vergrub ich mein Gesicht zwischen ihren Beinen und nahm mir, wonach ich mich in den vergangenen Wochen so verzehrt hatte. Violet klammerte sich an die Kaffeemaschine und wimmerte genussvoll unter meiner Zunge und meinen Küssen. Der Lustsaft tropfte aus ihrer süßen kleinen Pussy in meinen Mund und zeigte mir, wie geil, wie bereit sie für mich war. Ich richtete mich auf und fuhr mit meinen Händen unter ihr T-Shirt, tastete mich ihren Oberkörper entlang, hinauf zu ihren vollen Brüsten und umgriff sie besitzergreifend. »Ich liebe deine Apfeltitten, Wei«, beteuerte ich atemlos und zwirbelte ihre harten, runden Knospen. Violet zog sich in einer fließenden Bewegung des T-Shirts über den Kopf und drehte sich zu mir um. Ihre Wangen waren gerötet, ihre Augen glitzerten fiebrig, ihr Brustkorb hob und senkte sich auffällig schnell. »Ich will dich«, gestand sie und griff nach meiner Hand. »Meinst du im Bett oder möglicherweise auch darüber hinaus?« wagte ich einen mutigen Vorstoß und nutzte den letzten noch verbleibenden Tropfen Blut in meinem Gehirn, um mir die Frage zu stellen, die mich schon seit einer Weile beschäftigte und nicht mehr losließ. Sie grinste frech. »Du meinst, ob ich öfter mit dir Eis essen will?« »Ja, Eis essen, Filme schauen und all die anderen Pärchendinge, von denen ich keinen blassen Schimmer habe. Aber das kann man sicher googeln.« »Schauen wir mal, wie du dich bei unserem dritten Date heute Morgen anstellst, bevor wir über weitere Dates verhandeln«, neckte sie mich. Ich lachte leise. »Du stellst mich auf die Probe.« »Na klar, was denkst du denn?« »Was ist jetzt?« »Willst du noch länger dort rumstehen und mich anstarren, oder können wir so langsam mal zur Sache kommen?« Ich hob belustigt einen Mundwinkel, packte sie blitzschnell und warf sie über meine Schulter. »Hey, was wird das?« Ich quietschte sie überrascht und zappelte in meinen Armen, während ich mit ihr zielstrebig auf die Couch zuging. »Was das wird? Wir kommen zur Sache. Das wolltest du doch, oder?« Ich warf sie auf die Couch und entledigte mich binnen Rekordzeit meines T-Shirts und meiner Jogginghose. Dann kletterte ich über sie und spreizte mit meinem Knie ihre Schenkel. Ohne Vorwarnung glitt ich in sie und stöhnte laut auf, als sie mich direkt bei dem ersten Versuch bis zum Anschlag in sich aufnahm. »So schön feuchtbar,« murmelte ich und genoss für einen Moment den warmen, wohligen Druck, der meinen Schwanz fest umklammert hielt. Ich senkte meine Lippen auf die Iren und begann sie zusätzlich zu meinem Kuss mit gemächlichen, leichten Stößen zu penetrieren. Wir verloren uns in unserem intimen, süßen Kuss und vergaßen alles um uns herum. Im Gegensatz zu unseren anderen Malen gingen wir es heute langsam an. Kein primitives, geiles, kopfloses Vögeln, kein harter, schneller, wütender Fick. Wir genossen die Nähe des Anderen, streichelten uns, erkundeten uns, nahmen uns Zeit, die erogenen Zonen des Anderen zu entdecken und zu verwöhnen. Als Wei mich bat, mich aufzusetzen und sie sich auf meinem Schoß niederließ, musste ich hart schlucken, um weiterhin an mich zu halten und meinen aufgestauten Samen nicht vorschnell in sie zu spritzen. Die personifizierte, einzigartige Mischung aus Weltretterin, Gangsterbraut und Tanzprinzessin saß auf meinem Schoß und ließ erregt den Kopf in den Nacken fallen, während sie meinen stahlharten Schwanz mit ihrer geschwollenen Pussy vernaschte, ihn gnadenlos melkte und auspresste. Dabei reckte sie mir ihre Traumbrüste entgegen, deren Knospen förmlich nach meinem Mund schrien. Der Knoten in ihrem Haar hatte sich gelöst, sodass ihre langen Haare wild um ihren Körper flogen, als sie dazu ansetzte, mich genussvoll zu reiten. Ich platzierte meinen Daumen auf ihrer Perle und begann, sie in kleinen Kreisen zu reiben. Gefällt dir das? fragte ich sie mit rauer Stimme. Ja, das ist so gut, so verflucht gut. Ihre gestöhnten Worte ließen mich erschaudern und brachten mich gefährlich nahe an den Rand der Beherrschung. Violet steigerte ihr gemächliches Tempo zu einem schnellen Ritt, und als sie den Gipfel der Lust erreichte, riss sie mich mit sich. Ihr sinnlicher Anblick, gepaart mit den phänomenalen Gefühlen, die sie in mir hervorrief, ließ mich explodieren. Ich legte den Kopf auf der Rückenlehne ab und ergab mich den Wellen der Erlösung, die mich überspülten. Nur langsam beruhigte sich mein wild pochendes Herz, und auch Violet rang auf meinem Schoß atemlos nach Luft. Das Piepsen des Kaffeeautomaten, das uns daran erinnerte, dass unser morgendlicher Kaffee kalt wurde, ließ mich die Augen öffnen. Na, das nenne ich mal einen gelungenen Start in den Morgen, Weltretterin, witzelte ich. Lust auf Kaffee und Frühstück? Das wäre dann unser viertes Date. Oder zählt das noch als drittes Date? Ich zuckte mit den Achseln und hielt sie fest, hinderte sie so daran, aufzustehen. Warum hören wir nicht aufzuzählen? Und einigen uns stattdessen darauf, dass du mich dermaßen umwerfend und unwiderstehlich findest, dass du unbedingt eine Beziehung mit mir eingehen willst. Ist das ein Angebot, Landon West? Mehr eine eindeutige Feststellung. Du brauchst also nicht darauf zu antworten. Verstehe, lachte sie und beugte sich zu einem ausgedehnten Kuss zu mir vor. Dann lass uns mal googeln, was man als Freund und Freundin außer Eisessen und Filme anschauen am Wochenende so alles zusammen unternimmt. Epilog Violet Ein Jahr später Als ich an diesem Abend zu Landon ins Auto stieg, wirkte er ungewöhnlich nervös und zappelig. Er schien mir nur mit einem Ohr zuzuhören und hatte die Stirnen besorgte Falten gelegt. Was ist los, Schatz? Ist etwas vorgefallen? Hast du einen wichtigen Fall verloren? Landon rang sich ein Lächeln ab und schüttelte betont langsam den Kopf. Nein, Babe, alles super. Ich freue mich auf unseren Kinoabend. Er legte seine Hand auf mein Knie und drückte es sanft, was mich ein wenig beruhigte. Wir hatten es uns zur Gewohnheit gemacht, jeden Donnerstagabend entweder gemeinsam ins Kino oder zusammen essen zu gehen. Heute Abend lief ein neuer Streifen mit Landons und meinen Lieblingsschauspielern in den Hauptrollen an und Landon hatte es geschafft, uns Karten für die Premiere zu ergattern. Ich fieberte diesem Film bereits die gesamte Woche entgegen und auch Landon lächelte jedes Mal voller Vorfreude, wenn der bevorstehende Kinoabend zur Sprache kam. Seltsam, dass diese Vorfreude nun durch seinen nervösen Gemütszustand getrübt wurde. Ich sah aus dem Fenster in den New Yorker Nachthimmel und versank beim Anblick der silbernen Sterne, die viele Lichtjahre entfernt von uns leuchteten, in Gedanken. Heute feierten Landon und ich unseren ersten Jahrestag als Paar. Ich glaubte nicht, dass Landon sich aus solchen Jubiläen etwas machte. Ehrlich gesagt war ich fest davon überzeugt, dass er sich nicht einmal daran erinnerte, dass wir heute vor einem Jahr ganz offiziell unsere Dates gegen eine Beziehung eingetauscht hatten. Aber ich tat es. Ich erinnerte mich. Und es erfüllte mich mit einem Gefühl von Wärme, Glück und Demut. Das letzte Jahr mit Landon an meiner Seite gehörte definitiv zu den Aufregendsten in meinem Leben. Denn mit Landon wurde es nie langweilig. Er neckte mich pausenlos, ärgerte mich, wo und wann er konnte. Er zog mich auf, legte mich herein und liebte es, mich herauszufordern. Wir spielten tagtäglich Katz und Maus miteinander und amüsierten uns dabei köstlich. Landons leichtherzige freche Art von Humor brachte mein Herz jedes Mal zum Hörschlagen, genauso wie seine betörenden Küsse, seine zärtlichen Streicheleinheiten und seine unbändige Lust auf ausgefallenen Sex. Hatte ich anfangs noch geglaubt, dass wir auf Dauer kein gemeinsames Leben auf die Reihe bekommen würden, so wusste ich mittlerweile nicht mehr, wie ein Leben ohne Landon funktionieren sollte. Er hatte mein Herz mit seiner forschen, ungeduldigen und ungehobelten Art im Sturm erobert, hatte mich mit seinen Neckereien verzaubert, spornte mich mit seinen frechen, provozierenden Bemerkungen täglich von Neuem dazu an, mein Bestes zu geben. Er kämpfte an meiner Seite, ermutigte mich in dem, was ich tat, lobte mich für das, was ich erreichte und bewunderte mich insgeheim für die Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit, die ich bei dem, was mir wichtig war, an den Tag legte. Er tat all das und noch so viel mehr, wenn gleich auf seine ganz eigene Art und Weise. Im letzten Jahr hatten wir dank Big T's Hilfe die Schule ordentlich aufgerüstet und Raum für alle Kids geschaffen, die in diesem Teil der Bronx einen Zufluchtsort brauchten oder ihrer großen Leidenschaft, dem Tanzen, in einem geborgenen Umfeld nachgehen wollten. Big T förderte die jungen Talente und bot ihnen die Chance, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Er hatte Wort gehalten. Und eines musste ich ihm lassen. Bei all seinem sozialen Engagement besaß der Mann einen verflixt guten Geschäftssinn. Denn die Kids widmeten sich dermaßen konzentriert und diszipliniert im Training, als ginge es dabei um ihr Leben. Gewissermaßen traf das ja auch zu. Denn sie witterten die Chance auf ein besseres Leben und gaben ihr Bestes, ihre Träume wahr werden zu lassen. Big T bekam dank seines Einsatzes und Spürsinds und demnach die besten, loyalsten und fleißigsten Tänzer, die er sich wünschen konnte. Und was mich betraf? Ich tat mein Bestes, um die Kids auf ihrem Weg zu begleiten. Ich bereitete sie mental wie tänzerisch auf ihre Zukunft auf den Bühnen dieser Welt vor, motivierte sie, glaubte an sie, weil es sonst kaum jemand tat, fing sie auf, wenn sie fielen, und half ihnen dabei, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ich liebte meinen Job. Ich liebte es, mit den Kids zu arbeiten, sie zu betreuen, sie dabei zu beobachten, wie sie über sich hinaus wuchsen. Seit der TV-Show im letzten Jahr folgten Millionen von Fans der Social-Media-Seite der Schule, sodass mein Job heute anders aussah als noch vor etwas mehr als einem Jahr. Ein Umstand, an den ich mich erst hatte gewöhnen müssen. Doch dank dem Social-Media-Coach, den Big T uns zur Seite gestellt hatte, gewöhnte ich mich relativ schnell an das Spotlight, in dem wir von nun an standen. Die Kanzlei von Landon half uns dabei, lukrative Werbedeals und Aufträge auszuhandeln, die zu unseren Werten passten. So konnten wir, was die langfristige Zukunft der Schule betraf, vorsorgen und möglicherweise eine zweite Schule in einem anderen Teil der Bronx eröffnen, um noch mehr sozial benachteiligte Menschen zu unterstützen. Bei all der Arbeit und den spannenden Projekten wurde es nie langweilig. Im Gegenteil. Seitdem die finanziellen Sorgen nicht mehr wie eine dunkle Wolke über der Schule schwebten, konnten wir uns endlich auf das Wesentliche konzentrieren. Die Menschen, die sie besuchten. Ich war so tief in meinen Gedanken versunken, dass ich nicht bemerkte, wie Lenden den Wagen in die Tiefgarage unmittelbar neben dem Kino steuerte und ihn in einer freien Parklücke abstellte. Erst als er seine Hand von meinem Knie nahm, hob ich den Kopf und realisierte, dass wir in unserem Ziel eingetroffen waren. Landon warf mir einen sorgenvollen Blick zu und stieg aus. Bist du sicher, dass alles okay ist? fragte ich ihn ein zweites Mal, als wir auf die Straße traten und in Richtung Kino schlenderten. Epp, bin ich, erklärte er kurz angebunden. Ich glaubte ihm nicht. Kein bisschen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Doch bevor ich Lenden bremsen und ihn in einer ruhigen Ecke löchern konnte, betrat dieser bereits das geschäftige Gebäude, in dem sich das Kino befand und hielt zielstrebig auf den Kinosaal zu. Ich hatte Mühe, ihm in diesem Eiltempo zu folgen. Mit jedem Schritt, den wir schweigend zurücklegten, wurde mir mulmiger zumute. Was war bloß los mit ihm? Wir nahmen in unserem gemütlichen, kuscheligen Paarsessel Platz, doch als ich mich an Landon schmiegen wollte, rückte er von mir weg und tippte stirnrunzelnd auf seinem Handy. Wem schreibst du denn, wollte ich wissen und spürte, wie mein Herz schneller in meiner Brust zu schlagen begann. Sollte er sich womöglich in eine andere Frau verliebt haben? Für einen Lebemann wie Landon musste ein Jahr mit ein und derselben Frau wie ein ganzes Leben wirken. War es ihm mit mir langweilig geworden? Sehnte er sich danach, wieder auf die Jagd nach umwerfenden Frauen zu gehen? Betrug er mich möglicherweise? Nein, ausgeschlossen. Oder? Landon, Brummte er abwesend, ohne den Blick von dem Handydisplay zu lösen. Verrätst du mir, mit wem du schreibst? Damien, murmelte er und rieb sich unruhig durch das Gesicht. Ich seufzte und begnügte mich damit, ihn verstohlen aus den Augenwinkeln zu beobachten. Als die Lichter im Kinosaal erloschen, steckte er das Handy weg und begann rastlos auf dem Sessel hin und her zu rutschen. Er schaute immer wieder zu mir und beäugte mich kritisch. Nach einer Weile hielt ich es nicht mehr aus und stand auf. Von dem Film hatte ich bisher kaum etwas mitbekommen, weil Landon mich mit seiner Nervosität ansteckte und dafür sorgte, dass ich eine kalte Eisenfaust um mein Herz schloss. Können wir bitte kurz reden? zischte ich ihm zu. Er legte verwundert die Stirnenfalten. Jetzt? Ja, jetzt. Ich warte vor der Tür. Ohne seine Antwort abzuwarten, tastete ich mich durch die Dunkelheit zum Ausgang vor und verließ den Kinosaal. Mit wild pochendem Herzen blieb ich einige Meter davor stehen. Was ist los, Wei? Wieso willst du mitten im Film reden? Hast du eine andere, Landon? kam ich direkt auf den Punkt und legte mir die Hand auf mein Herz, dass ich ängstlich in meiner Brust zusammenzog. Eine andere? Eine andere was? Ich verdrehte genervt die Augen. Na, was wohl? Eine andere Frau? Wie kommst du denn bitte darauf? Natürlich nicht, rief er erstaunt. Willst du Schluss machen? Himmel, nein! Willst du etwa Schluss machen? Nein! entgegnete ich nachdrücklich. Nein, das will ich nicht. Gut! Landon atmete geräuschvoll aus. Sonst wäre es heute Abend nämlich ziemlich peinlich für mich geworden. Peinlich? Peinlich? Wieso? Ich muss dir etwas sagen, Wei. Landon trat rastlos von einem Fuß auf den anderen und jagte mir damit einen kalten Schauer über den Rücken. Willst du eine Beziehungspause? Nein! Er schüttelte bestimmt den Kopf. Was musst du mir dann sagen? Nun ja, um ehrlich zu sein, ist es mehr eine Frage, die ich dir stellen wollte. Was für eine Frage. Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht daran, Babe, aber wir sind heute auf den Tag genau seit einem Jahr ein Paar. Ich zog überrascht die Augenbrauen in die Höhe. Das hast du dir gemerkt? Klar, bei Google stand, dass Jahrestage in einer Beziehung wichtig sind, gab er achselzuckend zurück. Google war Landons bester Freund, was Beziehungsratgeber anging. Ich schmunzelte, obwohl mir nach wie vor mulmig zumute war, da ich beim besten Willen nicht wusste, worauf er hinaus wollte. Wie fandest du das letzte Jahr mit mir, Wei? War es sehr schlimm oder auszuhalten? Hart an der Grenze, aber auszuhalten, witzelte ich. Landon schnaubte sarkastisch. Danke für die Blumen. War es das, was du mich fragen wolltest? Wie ich unser erstes gemeinsames Jahr fand? Unter anderem. Unter anderem? Außerdem wollte ich dich fragen, was du davon hältst, das zweite gemeinsame Jahr unter einem Dach zu verbringen. Meine Augen weiteten sich überrascht. Unter einem Dach? Du meinst? Ich meine, ob du mit mir zusammenziehen willst, Wei. Willst du jeden Abend mit mir einschlafen und jeden Morgen neben mir aufwachen? Landon hielt die Luft an und starrte mich in einer Mischung aus Furcht und Hoffnung an. Deshalb also war er so nervös gewesen. Er wollte den nächsten Schritt in unserer Beziehung wagen und hatte Angst, dass ich ihm einen Korb gebe. Aber wie könnte ich? Es gab nichts Schöneres, als an seine Brust geschmiegt einzuschlafen und von seiner lüsternen Latte am Morgen darauf in der Hoffnung auf einen heißen Quickie aufgeweckt zu werden. Aufzuwachen und in sein Schlafen das wunderschönes Gesicht zu blicken oder aber in seine gierig blitzenden Augen zu sehen, rettete jeden meiner Tage, bevor sie überhaupt begonnen hatten. Ich liebe dich, Landon West, lächelte ich und ging auf ihn zu. So sehr, dass es wehtut. So sehr, dass es wehtut? Ist das nun gut oder schlecht? Erwiderte er zweifelnd. Das ist fantastisch. Absolut fantastisch. Also sagst du ja? Ich nickte glückselig. Ja, ja, das tue ich. Landon stieß zischend die Luft aus und fuhr sich erleichtert mit der Hand durch die Haare. Gott sei Dank. Seine sorgenvolle Miene wandelte sich in ein schalkhaftes Grinsen. Er griff nach meiner Hand und führte sie an seinen Mund. Sollen wir wieder reingehen und da anknüpfen, wo wir bei unserem letzten Film aufgehört haben? Wo war das nochmal? Gab ich mich gespielt unwissend und vergrub mein lächelndes Gesicht an Landons Hals. Das war letzte Woche, als ich dir gesagt habe, wie wahnsinnig viel ich dich liebe. Daraufhin haben wir im Kinosaal wild rumgeknutscht und ziemlich geil gefummelt. Natürlich. Jetzt erinnere ich mich, lachte ich amüsiert. Das würde ich wirklich gern wiederholen. Dann beginnen wir doch gleich mal damit, dass ich dir sage, wie wahnsinnig viel ich dich liebe, Violet Simonelli. Flüsterte Landon verführerisch in mein Ohr und drängte mich ungeduldig an die kühle Wand hinter uns, wo er hingebungsvoll an die hungrigen Küsse der Vorwoche anknüpfte. Ende Sie hörten Addictive Affection – Sinnliche Sehnsucht Geschrieben von Ava Avery Gesprochen von Sarah Dorsel und Sven Macht Produziert und veröffentlicht von Miss Motte Audio Auf Wiederhören bei Audible